Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zum Mid-Season-Invitational. Wunderschönen guten Morgen, Eiz. Oh ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir und ich bin halt megamäßig hyped. Wir haben gestern das erste Halbfinale gesehen. Eine riesengroße Überraschung gesehen. Es war GG, es war halt wirklich 11 von 10. Team Liquid konnte sich halt gegen den Weltmeister durchsetzen. Mit 3 zu 1, also am Ende sogar wirklich deutlich. Du musst mir ja vorstellen, wie die Quoten da wohl gestanden haben. Wer hätte mir gedacht, dass es ein 3 zu 1 wird? Und heute haben wir quasi die Chance mit Shih Tzu. Auf EU gegen NA. Stellt euch das mal vor, Finale in der MSI EU gegen NA. Korea raus, China raus, Weltmeister raus, so. Und dann gibt's ne Cloud 4, ist ja im Finale. Na, das wird schon nicht passieren. Glaube ich auch nicht, aber das wäre witzig. Man muss ja auch dazu sagen, normalerweise, wenn man sowas jetzt einfach nur erzählt, man hätte die Spiele gestern nicht gesehen, würde man erstmal denken, oh, das war bestimmt so ein übelstes, chaotisches Best of Five. Nee, überhaupt nicht. Und das, genau, das ist der Punkt. Es war überhaupt nicht chaotisch, es war wunderschönes, es war wunderbares League of Legends, Makro-Gameplay, microtechnisch, schöne Drops mit dabei. Wir haben sogar eine Lux-Mitte gesehen. Ja, eben drum, also es war auch ein bisschen Finesse mit dabei. Gerade das ist, glaube ich, für den heutigen Tag nochmal sehr relevant, denn G2 hat halt einige Picks bisher gezeigt. Einiges versucht, nicht immer mit Erfolg. Dazu muss man sagen, dass die letzten Partien, die letzten Spieltage für sie nicht die erfolgreichsten waren. Lag aber auch wahrscheinlich irgendwo daran, dass sie halt schon safe weiter waren. Ja, aber sie haben immer gegen SKT gewonnen. 2 zu 0. Das muss man auch erstmal nachmachen. Auf der anderen Seite, es ist das eine, ein Best of One gegen ein koreanisches Team zu gewinnen, das andere ein Best of Five. So, und jetzt hoffe ich, dass der Taktik-T-Rex da einfach nochmal einen kompletten Taktik-Ordner parat hat. Und, naja, ich meine, es muss kein 3-0 sein, aber wenn am Ende... Aber ist ja schön. Aber ist ja schön, aber wenn G2 gegen Team Liquid im Finale stehen würde, ich glaube, also dann will ich euch alle ausrasten sehen. Ich will euch jetzt sowieso im Chat ausrasten sehen. Das ist auch ein bisschen früh, ne, macht euch erstmal noch Kaffee. Man kann auch mit Kaffee ausrasten. Ja, aber lass den Leuten noch ein bisschen Zeit, sich langsam so richtig reinzusteigern. So das erste Game zum Warmwerden und dann gibt's langsam richtig Feuer, weißt du? Warst du schon mal im Fußballstadion? Ja. Machen die das auch so, dass die so am Anfang erstmal da so sitzen? Ich war früher immer bei Hansa auf der Fantribüne. Aha. Und, sind die da in den ersten zwei Minuten auch ruhig? Oh ja, Mori, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so vergleichen würde direkt, aber ja, okay. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Naja, aber es wird wirklich tatsächlich sehr interessant, was G2 angeht. Ich hab ja schon gesagt, der Champion Pool, der Draft gegen G2 ist mittlerweile super knifflig geworden, auch für Teams wie SKT, weil sie halt so viele Picks im Petto haben. Pike Toplane war wahrscheinlich mit das Krasseste, was wir gesehen haben. Dann haben sie halt noch diese etwas ominöse Botlane, wo sie halt viel mit anfangen können, mit Perks, der halt eigentlich Midlaner war, mittlerweile auf AD Carry gewechselt ist, da halt viele Möglichkeiten hat, auch noch AP Carries mit in der Botlane zu implementieren. Also ich sag mal so, da sind wenig Grenzen gesetzt, was das heutige Best of Five angeht. Ja, ich bin auch gespannt auf das Jungle-Duell natürlich. Also, ja, Klit gegen Jankos, das sind zwei Jungler, die beide gerne sehr früh aggressiv sind, die beide sehr viel ganken und die Frage ist halt, wer neutralisiert hier wen und wer hat den größeren Impact? Ja, definitiv. Und natürlich ist es interessant, weil es ist ein Best of Five und bisher haben wir nur Best of Wands gesehen und da bin ich immer persönlich ein bisschen skeptisch und guck erstmal, okay, Best of Five ist nochmal ein bisschen anspruchsvoller, die guten Teams, die da ein bisschen routinierter sind, ein bisschen erfahrener sind, haben da oftmals die Nase vorne. Und wenn man sich jetzt halt so ein bisschen zurückschaut, was halt die Playoffs angeht, dann muss ich sagen, haben beide ganz gut abgeschnitten. Ja, und ganz gut schneidet natürlich auch wie immer die Opening Ceremony ab. SKT, die amount of growth that they have made throughout the groups, it feels like that they have found their form. And they are looking scary moving into the Best of Fives. Facing SKT is a very big challenge. And yeah, they are SKT, you know, there's not much to say. But we want to win the whole thing, and SKT is just the first step. And that is a clean pass to victory. SKT, they're going straight for the Nexus. I think the key things, we just kind of failed as we did before, and I think we can take them now. They're going for it. Wander's moving in. It's the Abyssal Boy has collapsed. Saker is able to find that Emperor's Divide, keep himself alive, but only for a moment. Hurt is grabbing a kill. In back-to-back games now, the European hopes have destroyed SKT. G2 has won a lot of win. We're already winning now with the G2 klub. And G2 has lost a lot of win. G2 goes to the G2 rim and we're winning and we're winning. We're winning again and there's also a hard block. We are gonna want to win. We are winning again and we're getting more planks. But we're losing again. And for the Games of Fpping Day, we have to find our first step. We are winning again, so we are winning and then we should have won a lot of win. If our each other win is winning... If we don't win a lot of win in MSI will not win a lot of games. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich bin froh, dass sie sein können. Ich bin froh, dass Faker sehr stark in den Series spielen wird. Faker ist niemals in der International Tournament. Ich bin froh, dass sie den ersten Rennen gewonnen haben. Ich bin froh, dass sie die Hallo, alles gut, alles gut. Hallo, alles gut. Hallo, alles gut. Ich bin die Stühlein. Deineérence sind von pattern ofüd von L.C.K. Please. Zohlu Faker. Shaloo Teddy. Fujju Mata. Die 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 Der Der Wir haben Die Die J-Fa Wir haben uns mit einer Runde auf den Schlag. Wir haben uns mit der Schlag. Wir haben uns mit der Schlag. Wir haben uns mit der Schlag. Die Schlag. G2 Esports Wunder den die die den die die Zonglu Caps Xia Lu Perks Fuju Miki 替補輔助 Promise Q 教練 Grabs 讓我們帶著熱情的掌聲歡迎 G2戰隊 兩支隊伍已經敘事待發 現在宣布 2019英雄聯盟集中邀請賽 四強賽第二天的賽程 現在正式開始 時間後 比賽 選擇 選擇 was die beiden Teams hier vorbereitet haben und was der gute Grabs in seiner Taktikkiste noch so weit versteckt hat. Ich muss auch sagen, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich schon so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Das war sehr, sehr gut produziert. Das stimmt, das stimmt. Man hat auch so ein bisschen gesehen, was der Standpunkt von beiden Teams ist. Denn SKT hat ja deutlich klar gemacht, in diesem kleinen Vorgeplänkel, dass sie halt zwar zweimal verloren haben, aber aktuell G2 sich auf einer Losing-Streak befindet. Und SKT auf einer Winning-Streak. Eben drum. Das kann natürlich moralisch eine Rolle spielen, aber es ist halt kein Best-of-One. Ein Best-of-One, ein Best-of-Five, das ist halt wie Himmel und Hölle. Du kannst es nicht miteinander vergleichen. Also diese ganzen Teams, die halt international erfahren sind, die halt super viel in diesen Best-of-Frei, Best-of-Five-Formaten gespielt haben, wissen auch, worum es da geht. Und da kannst du halt mit so einem Cheese-Draft eher schlecht durchkommen. Das Ding ist ja auch gerade Best-of-One, Gruppenphase. Du musst dich auf so viele Teams vorbereiten, auf so viele unterschiedliche Strategien. Aber hier im Halbfinale musst du dich nur auf ein Team vorbereiten und es können bis zu fünf Spiele werden. So, das heißt, du gehst da nochmal ganz anders ran, befasst sich noch viel eingehender mit dem gegnerischen Team und musst natürlich auch schauen, was ist möglich. Gerade die Jungle-Routen im Early-Game bei Jankos und Clip, denke ich, sehr, sehr entscheidend. Also gerade dort dürfte es spannend werden zu Beginn des Spiels. Zumal auch noch wichtig ist, dass wir ja noch auf Patch 9.8 unterwegs sind und die Teams ja noch ein bisschen zurück sich orientieren müssen, weil Solo-Cue ist halt nicht der Patch. So Solo-Cue sind wir halt schon far weiter. Da ist schon einiges wieder passiert. Unter anderem Hacker-Rim, der zum Beispiel noch nicht genervt wurde, der bisher nicht so oft gespielt wurde, aber immer noch eine besondere Rolle einnimmt. Gleichzeitig für Korea hat bei diesen Patches immer noch Calista eine ganz große Rolle für die Botdenke gespielt, die wiederum in Europa halt komplett belanglos war. Ja, das stimmt schon. Da quasi jede Region auch ihre Champions, die sie so ein bisschen implementiert haben. Ja, und wie gesagt, im Season-Split selber ging es für SKT zum Beispiel überhaupt nicht gut los. Also sie sind ähnlich für Nettiglike ganz schlecht reingestartet. Zum Schluss alles gewonnen, haben dann halt auch in die Playoffs die Best-of-Fives alle mit nach Hause geholt, was da natürlich so ein bisschen für sie spricht. Wiederum G2, da hat man wenig Infos gehabt. Sie sind halt neu in dem Roster, Perks ist halt mit dazugekommen, man musste die Adi-Carry-Position wechseln. Sie haben sich aber wiederum in den Playoffs auch sehr gut geschlagen und das auch in einem Best-of-Five-Format. Ja, jetzt sehen wir die Pick-und-Bann-Phase und einen sehr wichtigen Bann auf Seiten von G2. Rise generell bei diesem Turnier sehr hohe Priorität genossen. Und wir wissen alle, was einen Faker mit einem Rise anrichten kann. Deswegen vollkommen verständlich, dass man diesen Champion hier bannt. Dazu Akali und auch Nico. Ja, witzigerweise hat Paker ja auch quasi Rise nach jedem Rework gespielt. Das war halt immer schon ein Champion, der für ihn halt sehr signifikant war. Akali brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube Perks, beziehungsweise, Entschuldigung, Caps hat halt im Split selber gezeigt, dass Akali ein kleiner Wunder-Champion ist, mit dem man alles vollbringen kann. Auch zur Not, wenn halt viele Leute nicht ganz so die Performance abliefern, mal ein Game alleine nach Hause zu holen. Sagst du also auch ein Champion für Wunder, ja? Wow, Mori. Es geht los, Leute. Es geht schon wieder los. Mori ist hier. Ah, ihr wisst aber auch, was das heißt, ja? Das heißt, G2-Trikots rausgeholt und die Flaggen und die Bengalos sowieso. Also ich will euch da richtig auslasten sehen. Sehen jetzt den Südlers-Bahn. First Pick, was wird's werden? Jarvan 4, wie gesagt, Jungle, denke ich, da durchaus eine hohe Prio. Ja, ist ja immer noch ein Flex-Pick an der Stelle. Kann auch noch ein Top-Blank gesetzt werden. Theoretisch sogar Support, auch das haben wir schon gesehen. Die Mieter ist Gott sei Dank aber wieder ein bisschen vorbeigezogen an uns. Ein guter alter AP-Jarvan. Oh, 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 Tarek Zona ist offen geblieben. Stimmt, die sind auch sonst immer gebannt worden in letzter Zeit. Oh, Tarek ist eingeloggt. Damit wissen wir ja auch, dass Zona ziemlich safe dazugepickt wird. Halbfinale MSI. Tarek Zona, die Frage ist, also hat SGT das in Kauf genommen oder haben die sich verzockt? Das haben die 100 Pro in Kauf genommen. Und das, wie willst du gegen sowas vorgehen? Und die Antwort ist, delayen hart bullien. Das Early von Tarek Zona ist nicht dominant und damit sowas wie Draven Fresh zum Beispiel, Draven Barth reinzugehen, wäre halt eine gute Option. Irgendwas, was die halt hart bullien kann. Vom S-Rail, okay, gehe ich so halb mit, bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan? Draven hätte mir tatsächlich viel besser gefallen. Ist auch immer so ein bisschen so eine individuelle Champion-Pool-Frage. Und jetzt brauchst du halt irgendwas, womit du die Champions hart engagieren kannst. Ja, aber Ezreal ist da eher so die sichere Variante. Nautidus wäre gut. Nautidus würde mir halt super gefallen. Oh, Karma. Oh, Karma, Ezreal. Das ist richtig Poke in dein Gesicht. Das ist quasi jetzt so ein kleines Duell auf der Botlane. Poking Sustain. Ja. Kannst du dem Gegner mehr Leben abziehen, als er sich gegenheilen kann. Und das ist so eine hohe Gang-Prio dadurch, weil wenn du das einmal in deine Richtung beeinflussen kannst, dann ist dann ist Holland unter hier. Was jetzt natürlich geil wäre, wären Midlaner damit zu kombinieren, der halt sehr gut für Botlane-Dives gehen kann. Das heißt, sowas wie Lissandra-Oldschool-mäßig, sowas wie Galio-Theorisch-Oldschool-mäßig, was von Faker auch immer mal wieder demonstriert wäre, wäre da eine sehr schöne Option. Ja. Jetzt Irelia eingeloggt, also nochmal so einen starken Solo-Champion für den Split-Push. Ja, und vor allem weißt du auch immer noch nicht, wo er hingeht. Ja. Toplane, Midlane, du kriegst einen ganz guten Damage-Split, dadurch, dass du ja mit Taric-Zona und eine eher magische Schaden mitsingst. Sowieso, wenn du jetzt einen Flex-Pick vor der zweiten Bann-Phase, ist quasi das Beste, was du picken kannst. Insofern muss SGT da auf alles vorbereitet sein. Man nimmt jetzt Wladimir nochmal raus. Ja, nochmal so ein Sustain-Champion, der gegen Irelia da durchaus klarkommt und vor allem auch insane gut skaliert. Und was mir auch richtig gefallen würde bei G2, wäre, wenn man jetzt einen Hyper-Carry-lastigen Jungle nimmt. Kindred zum Beispiel wurde ja nicht so oft gespielt, funktioniert aber im direkten Duell gegen Jarvan ziemlich gut und gleichzeitig hat sie dann natürlich nochmal die Qualitäten, dass sie als Hyper-Carry fungiert mit Taric-Zona in der Hinterhand. Ja, aber damit hättest du natürlich im Early-Game etwas das Nachsehen und bräuchte es erstmal länger. Das würde so ein bisschen gegen diese Botlane-Philosophie widerstreben, dass man da schon früh einfach ein Feuerwerk zünden möchte. Also das ist dann natürlich, klar, kann man machen, aber ich wäre mehr ein Fan davon, wenn man auch schon einen früh starken Jungle hätte. Ja, Asi hier noch mit rausgenommen. Einer der Champions, der halt sehr hart ins Late-Game skaliert und den Faker auch immer und immer mal wieder ausgepackt hat. Auch schon innerhalb der Gruppenphase. Und der letzte Bann, der jetzt noch für SKT durchgezogen werden muss. Sollte mich nicht wundern, wenn es hier auch nochmal Richtung Jungle geht. Da hat Manjankos ja schon so ein bisschen in seine Schranken verwiesen. Ja, und es geht auch Richtung Jungle. Rek'Sai, die Königin der Bestien, die ja auch hier aus dem Spiel rausgenommen wird. Auch eine sehr hohe Prio bei diesem Turnier. Ja, vor allem eine super hohe Winrate. Olaf jetzt eingeloggt. Wie gesagt, Early-Game-Starker-Jungler gefällt mir gut. Rek'Sai wäre wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen, aber eben gebannt. Olaf kann eben aus diesem Jarven-Kataklysmus nicht rauslaufen. Genau, das ist der Punkt. Also dadurch gefällt mir der Olaf-Pick hier nicht perfekt, aber die Synergie mit Taric ist auch ziemlich geil. Ja. Du bist quasi als Olaf Unstoppable, außer der Kataklysmus, der ist da so eine kleine Ausnahme. Kannst halt einfach in die Gegner reinlaufen, dich so mit dem Stunt von Taric perfekt positionieren. Und der kriegt ja mit dem Ultimate und der Aktivierung der Ultimate auch nochmal Movement Speed. Also da den Stunt zu treffen, sollte hier ein Klacks werden. Jetzt sehen wir hier nochmal Kennen. Also man sieht, es geht hier auch bei SGT in Richtung Teamfight mit dem Kennen-Pick. So ein bisschen Counterplay gegen diese brutale Teamfight kommt von G2. Und auch Lissandra ist dann Champion. Wir stellen uns vor, Lissandra geht rein, drückt W, Kennen drückt eher. Dann ist das sehr fatal. Lissandra hat halt ein relativ okayes Matchup gegen Iria. Was ich erst mal mache. Aber das ist halt Iria und Diable. Wanda muss sie einen Hard-Carry raushängen lassen. Jetzt nochmal eine Morgana-Midlane. Also wo ist Johnny jetzt? Also ohne Mist. Johnny ist ja sowieso größter Grabs-Fan überhaupt Morgana-Midlane-Fan. wenn Johnny jetzt noch nicht wach ist, ich glaube, der würde jetzt gerade aufwachen. Einfach nur, weil das hier gerade gepickt worden ist. Und vor allem das Spiel ist hier in der Lage, sehr schnell zu kippen. Du hast auf beiden Seiten sehr wenig Frontline-Potenzial. Bei G2 geht's noch, weil je mehr du in die Richtung Late-Game kommst, desto besser werden halt Sona und Tarek diese Frontline-Aufgabe ersetzen. Du hast noch einen Black-Shirt mit drin, wodurch du halt theoretisch jeden als Tank ausstatten kannst und jeden so ein bisschen künstlich-Tank-Tank-y Richtung Botlane zu spielen. Also hier wird's einfach viermal Botlane-Dives regnen und hageln. Vor allem mit diesen beiden Coms ist halt klar, ja, da ist nix mit Kluftschach, sondern da ist schon richtig früh das Feuerwerk. So, und jetzt erzählen wir doch mal, ja, lass mal im ersten Game ruhig bleiben, lass das mal langsamer gehen. Nein, hier wird abgegangen, Freunde, und vor allem auch für G2, also wenn man jetzt noch kein Feuerwerk anzündet, dann weiß ich auch nicht. Und wir drücken natürlich gerade unserem europäischen Vertreter hier die Daumen. Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist auch gerade deswegen so ein geiles Duell, weil du auf jeder Lane hochqualitative Solo-Lanes hast, die auch wirklich gewillt sind, sich gegenseitig zu challengen. Also Caps war ja sowieso war schon so ein bisschen hey, Faker, ich fordere dich heraus, lass uns dieses Duell eingehen und auch Wunder und Kahn hatten da eine sehr interessante Historie in der Gruppenphase. So, Leute, jetzt G2, wenn sich Grabs den Chat anschaut, das VOD anschaut am Ende, ich will sehen, dass der hier ein Feuerwerk erlebt, dass der schaut, geil zusammen, das ist auf unserer Seite und die komplette deutsche Community hier für den europäischen Vertreter. Los geht's also, G2 gegen SG-Team mit Season Invitations 2019 Halbfinale. Und da schreit sie in Korea auch um. Ich muss auch sagen, weißt du, wenn ich immer vermisse bei so, äh, Entschuldigung, äh, Vietnam, ich wollte mich gerade sagen, wenn ich so ein bisschen vermisse, ist der koreanische Ansager, der halt immer komplett ausrastet. Aber ich bin froh, dass es nicht die koreanische Lissandra ist. Ja, das stimmt wohl. Vor allem nicht die, der, der Client halt. Oh, Perks, Perks! Das ist doch nicht wahr! Das ist doch nicht wahr! First Blood für Teddy. Perks zu spät geflasht, er muss den Slow flashen, sonst passiert das. Oh, das ist halt wieder so bitter und einfach nicht konsequent. Genauso wie du sagst, wenn er beide Face checkt, beide Poke Champions, dann muss er den Mantra-Q von Karma flashen. Und dann passiert ihm gar nichts. Aber sobald er den Slow up bekommt und dann sogar den Flash noch weiter nach hinten herauszögert, ist es irgendwann zu spät, weil Teddy halt immer wieder die Queues ins Ziel setzen kann und nicht immer, dass er das First Blood abgibt. Da kommen aber nochmal die Claptos-Decks von Ezreal hinzu. Und wie gesagt, dieses Game dreht sich nur um Botlane. Ja, und dann kriegst du, also dann Botlane so ein Patzer. Jetzt Marta, Marta, komm, holst du. Oh, jetzt holt er. Oh, der hat das aber gut geflasht, leider Gottes. Genauso hätte man das machen müssen, wenn der gestatt worden wäre, der Returnkill, das wäre richtig feierbar geworden. Aber ich meine, du siehst ja, 600 Gold und es ist so nicht mal was passiert. Ja, da kannst du sehen, hier wird sich nichts geschenkt, da wird von Anfang an wirklich der Böller-Boss ausgepackt. Aber immerhin, der Karma, der ja auch eher immobil ist auf der Botlane, fehlt jetzt erstmal ein Flash. Vielleicht eine Möglichkeit, für Jack-Gross da anzusetzen. Also, keine Ahnung, das ist jetzt absolutes Gankfest auf der Botlane, weil wir haben keinen einzigen Flash auf der Botlane. So, also, wenn du da Jungler bist, dann reibst du die Ende und denkst, geil, Abfahrt. Ja, gegen Eswe ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil er spätestens ab Level 3 seine Cade Shift nochmal zur Verfügung hat und dadurch nochmal ein Gap closer hat. Allerdings, alle anderen haben halt ohne Flash auch sehr wenig Mobilität auf der Lane. Jarvan nochmal direkt mit dem Invade klickt auch mit der Ward über die Wall, dass wenn Olaf in seine Richtung pathet, er ihn auch frühzeitig sieht und keiner weiß, Jankos ist unterwegs, keiner weiß, dass der Invade dort stattgefunden hat und damit für Jankos nochmal einiges, was er hier an Zeit Momente verliert, oder? Oh, und er sieht mit dem Sweeper auch nicht den Ward jetzt. Jetzt kann er sich's denken. Jetzt hat er gesehen. Ja, er hat ihn jetzt gesehen. Damit kann er sich das jetzt denken. Bescheiden ist es trotzdem für sein Pathing, weil er jetzt nicht weiter zum Red Buff kann. Sondern er muss jetzt wieder diesen Weg an den bereits geclearten Camps vorbei Richtung Bot. Das ist aber clever. Das war eine gute Adaption. Also, er hat sehr schnell registriert und reagiert. Als er die Ward gesehen hat, war ihm gleich klar, okay, ich brauch nicht mehr zum Red Buff gehen. Der ist sowieso weg, hat sich nicht mal seinen Camp-Cooldown-Timer geholt, sondern versucht er wirklich das Tempo zu halten. Direkt Richtung Bot dann gepaffed. Allerdings verriet die Ward natürlich auch, wenn er dort nicht vorbeigekommen ist, dass Jankos wahrscheinlich Richtung Bot-Zelt dort unterwegs ist. Oh, Bomata, der hat das, glaube ich, sich nicht so gedacht. So, dann denkt sich, hey, geh ich doch mal Warden. Aber Klit ist da, Klit ist da, Klit ist da, Ignite ist drauf. Perks kommt, Teddy auch, Flash raus. Jetzt kommt der Heel. Caps kommt von oben mit dazu. Aber man ist hier natürlich vorsichtig. Generell. Oh, Caps, Caps gegen Faker. Klit ist da, das ist doch bitter. Und Faker mit dem Kill hier. SKT, 1400 Gold. Jetzt schon eine Führung nach gerade mal dreieinhalb Minuten. Und man muss hier auch einfach Marta loben, aus unparteiischer Sicht. Denn, äh, ja, der geht immer genauso deep, wie er kann. Und er wird immer von seinem Jungler gedoppelt. Und das ist das Entscheidende, wenn du Supporter bist, du musst dich von deinem Jungler doppeln lassen, wenn du für die Deepworts gehst. Ja, und Klit macht das ja auch wunderbar. Er hat halt sofort die Krabbe oben geholt, zur Krabbe unten rotiert, hat er Pryo in der Midlane. Und da muss man auch so SKT gerade im Teamwork loben. Einfach diese Kette von Ereignis, die gerade stattgefunden hat, ist halt bloß dadurch zustande gekommen, dass sie halt immer mit der Lane-Prior arbeiten konnten und jeder zuerst gemoved ist. Macht das sogar ein bisschen aggressiv, aber er kann es sich erlauben, weil er halt den Jungler im Rücken hat, weil er halt die Midlane-Prior im Rücken hat. Auch Morgana muss halt quasi sehr defensiv pathen, um dort helfen zu gehen. Und auf dem Rückweg wird sie dann halt einfach von Alessandra abgefangen. Und ein Jarve, naja, gut, du kannst halt mit Black Shield zwar die Combo, jetzt hier CD9. Cenkos ist unterwegs, aber auch Klit ist da, Stunt trifft nicht. Jetzt der Teleport hier, Caps ist da, aber Cenkos, ja, auf verlorenen Posten, kann da Marta nicht mehr mitnehmen. Und Teddy, mit dem zweiten Kill jetzt, das geht nicht gut los für G2 hier. Na, es geht nur nicht gut los. Sie haben, glaube ich, wenn sie hier früh zurückfallen, ein sehr großes Problem, sich auf ins Game zurückzuarbeiten. Sona Tarek ist ja eher, ich sag mal, eine scalende Komposition, eine scalende Synergy-Komposition, die halt ein bisschen braucht, bis sie in Fahrt kommt. Vor allen Dingen willst du erst mal das Support-Item von Sona ausgebaut haben. Bis dahin muss Tarek eben farmen. Denn erst wenn du das Support-Item dort weiterentwickelt hast bei Sona, kann Sona anfangen, selber zu farmen und trotzdem die Stacks von dem Support-Item abbauen. Und bis dahin wird man goldtechnisch noch nicht den großen Unterschied machen können. Ja, trotzdem natürlich bitter, wenn man so früh zurückfällt. Aber noch ist nichts verloren. Das ist ein Best-of-Five, Leute. Also von daher feuern wir natürlich G2 weiterhin an. Beim Fußball geht es auch nicht aus dem Stadion, wenn du 0-1 hin liegst. Ja, Binding sitzt hier schon mal. Aber für die Mittlerien denke ich, eher das Level 6 relevant, wo Morgana vielleicht sogar leichte Vorteile hat. Vor allen Dingen hält das Binding auch immer so lange an, dass du halt eine komplette Klaue überbrücken kannst, was ja der einzige Gag-Closer von Lissandra ist. In der Black Shield hilft auch sehr gut in die Lissandra-Ultimate, während Lissandra halt wenig Möglichkeiten hat, sich selber zu peelen. Beziehungsweise wenn sie es tut und sich in ihrer eigenen Ultimate versteckt, hat sie das Problem, dass sie sich auch nicht bewegen kann und ist quasi selber stunt in dem Moment. Und man sieht einfach, wie hart die Bot-Lane hier gerade prior hat. Immer wieder gibt es da die D-Boards von SGT in den Bot-Side-Jungle rein. Ja, dann wird die Knall-Fanze gecleared. All das schwächt natürlich auch die Position von Jankos, der hier versucht hat, schon zu reparieren, was aber nicht gelungen ist. Und Marta, der ist ja einfach, der bleibt immer genau gerade auf Max-Range, weiß genau, wie er gehen kann. Ja, im aktuellen Meter sollte man halt Tarek-Zona auf jeden Fall als Gegner respektieren und genau einschätzen können, wo ihre Grenzen liegen, wie weit sie gehen können. Jankos findet hier einmal ganz kurz Klit. Der wiederum auch gespottet. Ein bisschen schade um die Control-Board. Ja, das schon. Ja, gut, er wusste halt noch nicht, dass Klit dann da ist. Jankos ist unterwegs. Aber zwei gegen drei, der Dive hier sehr, sehr früh. Da kommt die Kennen-Ultimate. Der Knock-Up ist da, Wanda ist da und der Rooter mal gegen Jankos. Die nehmen jetzt zwei unter dem Tour mit. Nein, nur einen. Kahn, jetzt kommt Caps noch mal mit dazu. Kahn hat Bock, aber Jankos ist in dem Moment schnell. Es war eine große Wave, deswegen war das hier überhaupt so möglich. Aber das ist halt schön von ihm gespielt. Aber das ist halt genau das Ding. Lissandra, das ist ihre einzige Aufgabe. Lissandra ist kein harter Lane-Bulli, Lissandra ist kein Champion, der hat großartig Kill-Pressure allein in der Mitte-Lane-Hart. Sondern sie ist ein Champion, der hat einfach versucht, mit Wave-Clear die Wave reinzupuschen und danach halt sich auf die Sideline zu bewegen. Und genau das tut man hier. Faker pusht in die Mitte rein, geht topside, man ist in drei gegen zwei unterwegs. Normalerweise noch ein riskanter Dive, aber mittlerweile hat Irilla den Nachteil, dass sie auf dem Weg genervt wurde, sie kann magische Schaden nicht mehr reduzieren und da du gegen den Cannon und gegen den Lissandra ran musst, naja gut, hast du halt nicht viel Überlebensmöglichkeiten. Beide mit immensen CC-Werten ausgestattet und dann siehst du halt, Lissandra drückt einmal R, er steht, steht noch immer an der Cannon-Ultimate, der Mahlstrom, der eben immer wieder Stunt über die Stacks, die Cannon dort aufbaut und dann hat Jankos auch eher Glück, da rauszukommen, aktiviert sie sein Predator mit aktivem Movement Speed, den er da nochmal bekommt. Aber auch für ihn war das ganz schön knapp. Ja, also... Ist da ein Flash mehr vorhanden, dann beißt er ja auch ins Gras, ne? Das Problem ist jetzt, bist du halt auf allen Lanes vorne und normalerweise, gerade bei so einem Top-Lane-Dive, wenn der Midlaner rotiert, ist der andere Midlaner in der Regel in der Lage, die Midlanen reinzupuschen. Das Problem allerdings dadurch auch, dass Caps rotiert war, hat er nicht mal da einen Midlanen-Vorteil oder irgendwie ein Plating hat mitnehmen können. Das Einzige, was natürlich interessant wird, ist später die Aufgabe von Wanda als Irelia. Man sieht auch, dass er sich mit dem Negaton-Mantel sofort ausgestattet hat. Also hier geht es halt ganz klar Richtung Wit's End als erstes Item, was natürlich... Ja, du guck mal, wie viel magischen Schaden in den Team passt. Ja, vor allem ist es ja magischer Schaden direkt auf seiner Lane. Ja, das... Auch die Sandra spielt. Er hat auch einen gewissen magischen Schaden in seinem Kit mit integriert, vor allen Dingen, seitdem man diese Double-Tier-Variante nicht mehr bauen kann. Da geht er ja gerne mal Richtung Hextech-Gunblade. Ich denke, hier wäre sogar die Überlegung wert, ein Blade mitzunehmen und vor allen Dingen wird auch irgendwer irgendwann bei SKT Heal-Reduction brauchen. Ja, sonst ist diese Taric-Zona-Lane einfach super eklig, auch wenn jetzt schon ziemlich behind. Es gibt den ersten Drachen für SKT aufgrund der Bot-Lane-Prio, die sie da haben. Sollte G2 auch nicht drum fighten, da muss man einfach in den Saugen Apfel beißen. Oh, der erste Drache ist weg. Oh, Caps jetzt mit dem Root gegen Faker. Der kann sich ulten und der Heal, das gibt ihm so viel Zeit. Bis dahin ist dann auch Klit da. Dann hat die Ultimate bekommen, also Ult gegen Ult. Dann sitzt hier schon mal allerdings auch der Snare, der oben von Marta kommt. Guck dir mal dieses Sustain-Werte an, trotz der Tatsache, dass man behind ist. Da war aber auch eine Heilung mit drin, muss man dazu sagen. Ja, stimmt. Micky, der hat die da sofort genutzt, um da kein Risiko einzugehen. Und jetzt der Poke. In diesem Lane hinten zu ist halt wirklich kein Zuckerschlecken. Das sind jetzt noch nicht mal die starken Phasen. Es hat halt immer noch seinen Teardrop. Vor allem, da habe ich, dass er diese frühen Kills bekommen hat, ist dieser Teardrop für ihn nicht mal so hart, weil er sich halt direkt einen Schien mitholen kann, weil er sogar schon eine Pickaxe mit im Inverter hat. Man sieht es ja. Ich meine, auf beiden Seiten eine Tier, aber er hat halt eben noch diese Pickaxe mit dabei, wie du schon gerade richtig angemerkt hast. Es ist gerade 1700 Gold vorne im Vergleich zu Sona. Der kann Sona aufkaufen. Ist halt wirklich so. Gar kein Problem für ihn. Das wird doch nicht schöner werden. Der 2-Item-Power-Spike wird hier richtig reinballern. Oh, die Rotation von Morgana. Er hat einen Knallzapfen da. Ja, den nutzt er da auch. Über die Wand zu gehen. Sie haben jetzt die Möglichkeit. Oh, der erste Sun ist da, die Ultimate. Und jetzt muss da was kommen. Natürlich auch die Tariq und die mit dem Shard, die mit dem Flash. Aber jetzt kommt Cap's mit dazu. Da ist das. Das ist der Shutdown. Und jetzt holt euch auch noch Martha mit dazu. Der Flasht hier und kommt leider Gottes raus. Aber zumindest schon mal eine Menge Shutdown-Gold. Und etwas Bewegung hier auf der Bot-Lane. Das war ganz wichtig. Ja, und jetzt pushen sie die Wave einmal komplett rein. Werden resetten, aber oben kommt halt die Antwort mit dem direkten Gang auf der Topside. Teleport sogar noch mal ausgelöst. Faker wird gar nicht gebraucht. Der ist halt hier mehr ein Schmuckstück, was halt nur der Anschauung dient. Ja, da muss Jankos aufpassen und weggehen. Jetzt gibt's den Teleport. Man will den Turm natürlich. Man will die Platings verteidigen. Caps ist da. Also sofort das Cross-Map-Play hier von SGT. Ja, das ist was, was man hätte respektieren müssen. Wunder ein bisschen zu weit da vorne gesteppt. Wenn er halt weiß, dass das eigene Team gerade um Bot-Zeit spielt, muss man vor allen Dingen ja auch den Teleport, der noch nicht mal perfekt getimt war von SGT, respektieren. Und da sich vorhin einfach abgrasen zu lassen, ist nicht die beste Option. Ganz klar, also hier ganz kurzes Hoch für G2 und danach auch gleich wieder aufs Näschen gefallen. Ja, aber wenn du behind bist, 1 zu 1 tauschen und dann noch Shutdown-Gold abgreifst, das ist zumindest die richtige Tendenz im Vergleich zu dem, was vorher passiert ist. Vor allem ist es auch fair, weil du halt immer noch bedenken musst, SGT sind diejenigen, die hier Druck aufbauen müssen. SGT sind diejenigen, die Gas gehen müssen, während sich G2 halt ein bisschen relax zurücklehnen kann. Auch nicht zu viel. Aber sie haben halt einfach mal diesen Spike von Tarek Sona, der sie halt einfach in dieser Konstellation später komplett unsterblich machen wird. Und wenn sie es gut timen können, also wenn sie den Teamfight gut spielen können, dann haben wir gestern natürlich sehr viel Qualität gesehen in den Teamfights. Aber gestern, finde ich, waren die Spiele insane. Ja. Das letzte Spiel war dann nochmal ein bisschen eindeutiger, aber alle anderen waren halt zu knapp auch. Wo du halt immer schon dachtest, so, ah, die sind jetzt so nah und jetzt, ah, jetzt verlieren sie doch und dann verlieren sie doch wieder nicht. Das ist alles bloß eigentlich durch fast Micro-Mechanics, kann man sagen. Harald jetzt genommen von Flit. Ja, das ist genau das perfekte Objekt, wenn es darum geht, Tempo aufrechtzuerhalten. Ja, vor allem, es ist gerade kein Drache da, er kann ungestraft den Harald nehmen, verliert dadurch eben auch nichts. Das ist genau perfekt. Jetzt wird er Topline eingesetzt, da haben wir... Und da habe ich ein großer Fan von. Ja, ich auch. Wenn du ihn halt einsetzt, bevor die Playdings ablaufen. Vor allem, weil der Turm hat schon viel verloren, das heißt, du kannst sogar den First Turret mitnehmen. Naja, das würde dir, glaube ich, noch nicht reichen, oder? Wobei, da ist keiner da, ne? Und die Wave ist groß, also, das wird der First Turret werden. Na, ich bin mal gespannt. Ja, sie bewegen sich auch komplett weg. Man versucht halt die Botlane und es ist total einfach, das Ganze hier von SKT sofort gerochen. Wanda übernimmt so lange die Mitte, gibt seinen Turm einfach oben komplett auf, dadurch alle Plates gefallen. Eieiei. Und es geht sogar noch ein zweiter Charge durch. Golltechnisch tut das richtig viel. Ich glaube, das ist nicht nur ein zweiter Charge, die können halt einfach für den Turm pushen. Also, G2 ist gerade nicht in der Lage, das Ganze hier zu beantworten, zu verteidigen. Aber sie hat immer noch zu viel versucht, um die Botlane dort zu halten. Morgana sogar mit dem aggressiven Flash. Da geht's drauf, der Stun, der Kill gegen Marta, aber wird das reichen? Das ist es nicht wert. Guck, die kriegen noch einen Charge durch. Richtung Innim-Turm. Pizza, da geht's einfach mal. Die laufen, marschieren ja durch. G2 braucht zu lange und die klumpen immer noch auf der Botlane zu fünf. Die wollen gar nicht mehr, die machen gerade einen Open-Top-Lane. Die dämpfen einfach gar nichts mehr. Das ist doch nicht wahr. Die verlieren hier in der 14. Minute den Innim-Turm. Ah, und wir nehmen den Turm auch nochmal oben drauf. Ein Kill und drei Plates getauscht gegen fünf Plates, drei Turrets, die sie verloren haben und immerhin kein Kill auf der Toplane. Also KDA-mäßig war der Playworth, aber game-technisch war das halt viel, viel zu negativ. Ja, also da muss G2 auf jeden Fall einen Gang hochschalten, dass, äh, ja, vor allem, guck mal, da ist ja immer noch keiner an Innhip, ne? Da sind jetzt die Vasallen am Innhip dran. Die nimmt auch keiner entgegen, ne? Ja, aber SKT will den auch nicht einpushen. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Also, wenn man, du hast ganz oft das Problem, wenn du jetzt früh den Innhip nehmen würdest, push die Welfare von Toplane immer rein und Wanda kriegt halt Free Farm, ohne dass du ihn bestrafen kannst. Ah, jetzt sehen wir's nochmal. Das war ja jetzt so ein bisschen notgedrungen. G2 hat halt lange überlegt, wie machen wir das so, kriegen wir die? Aber SKT hat halt richtig gut das Ganze hier antizipiert und wussten, ja, sie können uns eigentlich bestypen, weil wir gerade so viel Pressure auf der Toplane haben. Und ihm war's halt egal. Sie haben sich einfach versucht, dort an die Lane zu binden, stand halt sehr, sehr safe und dann muss G2 halt alles investieren, damit sie überhaupt diesen einen einzigen Kill rausbekommen. Teurer Preis und auch der Drache, den kann man hier nicht contesten. Dazu fehlt jetzt einfach so ein bisschen die Power, dazu fehlt die Geschwindigkeit. Also gerade wird G2 komplett aus den Angeln gerissen. Ja, aber sowas von. SKT spielt das sehr, sehr stark und G2 ein wenig kopflos. 5000 Gold jetzt hinten in der 15 Minute. Das ist halt erstmal etwas, was man hier verdauen muss. Aber... Der erste Herald-Powerplay, was wir bisher innerhalb der MSI gesehen haben. Den würde ich zustimmen, ja. Mit einem Herald ist auf jeden Fall eine Quote, die man gerne mitnimmt. Zumal du ja auf dem Level ganz oft siehst, dass der Herald nicht immer einen einzigen Turm mitbringt, sondern man oft so zwei bis drei Plates. Ja, jetzt gibt's sogar noch den Botlane-Turm mit dazu. Also SKT macht das stark. Sie groupen hier jeweils für die Türme, haben jetzt alle Tier-1-Türme schon bekommen. G2 im Gedanken eigentlich eher schon im zweiten Spiel. Ich glaube, guck mal, wie viel Leben der schon verloren hat. Warner wird den Inhip fallen lassen. Das ist genau das, was ich meine. Wenn du früh den Inhip verlierst, ist es halt fucking war für G2. Das ist sogar gut, dass er ihn fallen lässt, weil er dann halt die Super-Wasser-Alm zu sich bekommt, dass es mehr XP, es ist mehr Gold, was er bekommen und man wird in der Lage sein, beziehungsweise von SKT-Salter aus, nicht in der Lage sein, dieses Spiel über die Top-Lane zu beenden. Also ihn wirklich hier gezielt den Inhip fallen zu lassen, ist super clever von ihm. Ja, es ist natürlich so eine kleine Wette. Es ist die Wette, dass sie dadurch mehr XP und Gold bekommen, ohne zu viel Druck auf der Karte zu verlieren. Denn das Problem dabei ist halt natürlich, dass immer jemand dann top sein muss, um auch die Vasallen, die XP mitzunehmen. Und wenn SKT es aber schafft, diesen Umstand zu nutzen und noch mehr Druck auf der Karte aufzubauen, dann geht diese Wette gegen dich aus. Weil ich muss ja überlegen, einfach dieser Gedanke, der dahinter steckt. Sonst denkst du dir immer, ja, alles einreißen, die Türme müssen weg, Inips müssen weg, freust du dich super drüber. Und in dem Fall denkt sich SKT, nee, wenn wir jetzt den Inhip nehmen, dann verlieren wir sogar mehr, beziehungsweise die Stu kriegt halt mehr Comeback-Potenzial und nehmen ihn extra nicht und Warner sagt sich, ja, warte mal, ihr habt viel zu viele Vasallen hier gelassen, der stackt sie halt einfach, um den Inhip doch zu verlieren. Das ist auch was, was man halt echt so der Form noch nicht gesehen hat. Ja, wie gesagt, das ist einfach eine pure Wette hier. Ich meine, in der Phase finde ich es halt auch nicht verkehrt, weil wir gucken, wir sind noch nicht mal bei der 20. Minute. Das heißt, es ist auch noch kein Baron da. Der Inhip ist wieder da, bevor der Baron da ist und es gibt jetzt nicht mehr so viel, was SKT machen kann. Denn die Tier-2-Türme wären jetzt das nächste Ziel. Dafür müssen sie die Lanes aber auch sehr weit reinpushen. Ja, und du musst ja auch überlegen, dass du ja in dem Moment nicht nur selber mehr Erfahrung und Gold bekommst über diese Super Vasallen, sondern dass ja SKT auch ständig und stetig halt Farm und Gold verliert, weil sie ja an diesen Top-Lane-Farm überhaupt nicht mehr rankommen. Ja. Ja, wie gesagt, in dieser Phase, also fünf Minuten später, wäre das eine Katastrophe gewesen. Ich weiß, selbst dann, ich sag mal ja, wäre auf jeden Fall schlimmer gewesen, aber selbst dann geht es immer noch, weil es ja dann, dieser Nasher-Tanz beginnt und das Spiel um die größeren Objekte. Du, aber wenn du die Top-Lane rauspusht, halt immer noch gute Möglichkeiten hast, das Ganze zu contesten. So, jetzt SKT dabei, eben, wie gesagt, diesen Umstand zu nutzen und diese Wette hier für G2 ins Nachteilige zu verkehren, indem sie diese Tier-2-Tümen pushen sollen und die kann G2 halt nicht halten. Also man sieht es halt eben schon, Wanda ist auf der Top-Lane gebunden. Ach so, gut diese kleinen Dinge, dass Faker immer wieder seine Klaue nutzt, einfach nur um Caps zu zonen. Der muss halt respektieren, dass Faker dort einfach spawnen könnte auf der Klaue, geht einen Schritt zurück und jeden dieser Back-Steps von Caps nutzt man, um sofort zwei, drei, vier Auto-Attacks auf den Turret zu ziehen. Die Buesche-Verteilung ist halt super gut, ne? G2 hat halt einfach in so einem kleinen Areal fünf bis sechs Wards platziert. Immerhin noch eine Control-Ward da unten, die noch nicht gespottet wurde. Informationstechnisch ist sie sehr relevant. Oben haben wir halt auch noch einen Buesche-Control-Ward. G2 muss noch nicht ihren kompletten Jungle aufgeben. Sie müssen noch nicht so viele Risiken eingehen, aber ich sag mal, das Spiel sieht jetzt trotzdem noch immer nicht sehr gut für sie aus. 6.000 Gold-Unterschied nach 17, 18 Minuten ist eine ordentliche Hausmarke. Ja, man merkt hier auf jeden Fall, SKT ist auch wieder Gutmachung aus, denn wir dürfen nicht vergessen, auch G2 hat SKT schon einmal ziemlich weggeputzt in diesem Turnier. Zweimal sogar. Ja, aber einmal ziemlich eindrucksvoll. Ja, das stimmt. Es war ja quasi direkt dieses Auftakt-Game, wo sie demonstriert haben, hey, wir sind G2, Europa will bei der MSI ordentlich was reißen. Ja, die Power Spikes sind jetzt mittlerweile bei SKT vorhanden. Teddy mit seinem 2-Items-Bike, Trinity ist da, Muramana bereits weiterentwickelt. Manamune, die dort vollgestackt wurde. Gleichzeitig auch Sona, die halt immerhin noch ein Sheen zu ihrem Tier-Item dazu hat. Bei ihr ist es halt der Stab des Erzangels geboren, der sich auch gerade eben zur Umarmung weiterentwickelt hat. Ja. G2, keinen einzigen Turm ist er bekommen. Wie auch, der Druck liegt komplett gegen sie. SKT mit 6 Türmen. Aber man hat zumindest sich nicht mehr auf Fights eingelassen, was gut ist. Dadurch sind es gerade mal 5 Kills, die man abgegeben hat. Das hätte durchaus schlimmer enden können. Und wie du schon gesagt hast, also Wanda baut sich hier den Farm-Vorteil auf. Der nächste Drache ist halt wieder ein Fernaldrake. Das ist so bitter. Ich hab so anknackiger Damage. Birkst direkt bei Hälfte Leben verloren. Durch ein Trommelfeuer. Ja, wie gesagt, der nächste Drache auch wieder ein Fernaldrake. Natürlich in der Situation, wo du die Tour halt selber ein bisschen turteln musst, wo sie sich halt einfach verteidigen müssen und auch nur können. Keine Möglichkeit, den hier zu contesten. Und damit halt auch so ein kleiner RNG-Faktor, der hier SKT in die Hände spielt. Zwei in Fernaldrake, das heißt für sie auch 17% mehr AP und AD. Und damit halt auch deutlich mehr Schaden, den sie halt gegen sustain-kräftige Teams natürlich gut gebrauchen können. Weil hier geht es nicht darum, DPS zu fahren, sondern hier geht es halt schlichtweg darum, halt schnell zu Bursten und halt sofort einen Taric, eine Zone auszuschalten, bevor die Ultimate durchkommen kann. Ah, Perkz, aufpassen. Der muss flashen. Da kommt die Taric-Ultimate. Die ist ganz wichtig hier, damit er das Ganze überleben kann. Jankos, Wanda kommen mit dazu. Die Ultimates sind down und so ist der Turm. Jetzt der Kataklypsos mit dazu. Flash von Jankos, dem seine Ultimate in der Situation natürlich nicht hilft. Und da siehst du halt einfach diesen ganzen Poke von SKT hier. Stehen jetzt dran am Mit-Inip. Baroness live. Jetzt wollen sie natürlich die Inips gepusht haben. Wanda kommt über die Flanke mit dazu. Und jetzt fehlt ihr natürlich diese Taric-Ultimate. Der dann ist da gegen Kahn. mitgenommen. Wunderschön gemacht. Und Wanda will noch mehr. Man will hier zurückkommen. Teddy allerdings mit dem Kill gegen Wanda. Jetzt der Root. Double Kill hier für Caps. Kommt raus, die Frage klickt hinterher. My Kings bekommt Teddy. Man will hier aufräumen. Snare-Sitz, das ist nochmal wichtig. Teddy jetzt weiter gegen Perkz. Teddy, der holt Perkz hier. Einfach mal ab von den Socken. Jetzt bist du noch Caps da. Caps ist alles einfach mal safe. Der hat kein Binding mehr. Oh, das war's. Das war's vielleicht schon. Die pushen jetzt und holen dann den Läscher. Oh, Caps! Aber Shutdown Gold für Faker. Sie pushen jetzt die Inips. Der Todestimer gleich. Ist Cenkos wieder da? Nein, sie pushen die Inips nicht. Sie ziehen sich vorher zurück. Sie wollen es jetzt ganz sicher spielen. Ja, vor allen Dingen hätte es auch vor der Zeit her nicht gereicht. Allein über die Autotechs würde er es nicht schaffen, rechtzeitig einen Inip einzureißen. Trotzdem, der zweite Inip wurde gerade freigelegt. G2 mit einem ganz kurzen Aufatmer haben einen Kill bekommen und haben sich dann halt zu stark gefühlt. Dann wollten sie zu viel, sind direkt nochmal hinterher gechased. Wanda ist halt in dieser Konstellation derjenige, die hypercarryen muss. Allerdings, wenn er sofort stirbt, weil er halt nicht die Coolheit seiner Mates respektiert und halt weiter nach vorne dasht, dann ist es schwierig, da nochmal Anklang zu finden und in dem Fall war es halt nicht möglich, mit dem Slow-Build einiges an Gold bekommen, aber eben auch einiges an Shutdown-Gold wert gewesen. Meine G2 hat jetzt viel Utility, mit denen sie sich ausgestattet haben. Sie haben über Zone-Hatarek-Ultimate sehr viel Disengage, auch Morgana geht hier über einen sehr Utility-lastigen Build mit den Twin Shadows, mit dem Hextech GLP, um die Gegner halt immer wieder aus Zone heraus drängen zu können und slowen zu können auf massiven Ebenen. Aber dich halt glücklich zu verteidigen und nach hinten zu spielen, bringt dir halt erstmal noch keinen Sieg, ne? aus dieser Defensive nicht rauskommst, dann hast du halt irgendwann ein Problem und der Nasher, der ist jetzt gespawnt, der nächste Misplay wird sie höchstwahrscheinlich das Game kosten und da ist gerade gecancelt. Boah, und Teddy snipet ihn da nochmal weg. Ach, Wanda. Wenn Irelia nicht da ist, hat SKT gerade Freifahrtschein. Also jetzt kann sie niemanden an irgendeiner Stelle stoppen. Das wäre sogar für sie die Möglichkeit, jetzt den Nasher anzugehen. Vielleicht sogar den Inip Turret einfach, wenn man halt mit Faker immer noch dieses Dive-Potenzial aufbringt. Er hat keine Ultimate für den Kill einsetzen müssen. Das ist vor allem der letzte Inip Turret, der hier steht. Und wenn sie drei Inips bekommen und einen freien Nasher danach bekommen, dann könnt ihr euch alle denken, was daraus resultiert. Naja, also ich mein, sie brauchen halt wirklich nur, also wenn der Turm fällt, gibt's nur noch Nexus-Türme. Ja, komm mal, die Spooky Ghosts, aber Teddy relativ unbeeindruckt auch immer wieder diese Sidesteps gegen die Beidings von Morgana, die gut funktionieren. SKT befindet sich da heute auf einem echt sanigen Niveau. Ja, sanig ist da gar kein Ausdruck. Spielen das hier sehr intelligent, ziehen sich jetzt nochmal zurück, gehen nochmal Base, decken sich nochmal mit Ward sein. Ganz wichtig, wenn's jetzt um den Nasher geht. Wird immer wieder unterschätzt. Mich wundert tatsächlich, dass sie gerade nicht so aggressiv direkt versucht zu haben. Ja, weil sie jetzt über den Nasher Druck aufbauen wollen. Ja, warum sie nicht gleich nach dem Catch gerade versucht haben, den Nasher zu pressuren. Das hab ich auch nicht verstanden. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Ich glaube, ihr Gedanke war einfach, hey, wir haben auch immer die Lissandra-Ultimate und könnten halt heroisch auch für den 5 gegen 4 Tower Dive gehen, wenn's um diesen letzten Indip-Turret geht, aber G2 hat das versucht und auch geschafft, nochmal sehr gut zu verteidigen. Ich denke mal, dass im 4 gegen 5 den Nasher zu verteidigen wäre kaum möglich gewesen für G2. So ein Morgana-Ultimate im Pit, ja, kann unangenehm sein, aber Morgana ist ja auch einer der Champions, der halt eher sehr linear und sehr predictable ist. Man sieht halt, G2 hat kaum Vision. Jetzt gibt's ein Teleport. Ja, einfach, weil sie fürchten müssen, dass es geht hier schon angefangen hat. Karebs hier, direkt im Stuttglas geht auch nochmal. Karebs jetzt, der in der Flanke, das ist so stark hier und jetzt wird zerstört. Und das ist so bitter. Also Karebs hier, ganz klar Teamfight-Winner und das ist es jetzt gewesen. Das muss es wirklich gewesen sein. Teddy hier mit einem ganz starken Timing. Erst dachte ich, okay, die Tarek-Ultimate, vielleicht kann G2 noch mal turnen. Da kommt aber Teddy, der seine Spells perfekt timet und dadurch, dass Demorgane aus dem Stuttglas rauskommt, sie abholt, bevor das Tarek-Ultimate durchkommt. Da war eine Millisekunde dazwischen, aber diese eine Millisekunde reicht auf diesem Pro-Player-Level aus, um halt den Gegner sofort zu bestrafen. Ja, und das ist das 1-0 für SKT. Rechnen sich damit natürlich für die Gruppenphase Fake einfach nur, weil er's kann. Bisschen zu früh vielleicht mit seiner Stopwatch. Aber das war leider, leider sehr eindeutig, zumindest aus europäischer Sicht. Aus neutraler Sicht haben wir hier ein schönes Spiel von SKT gesehen. Da kann man nicht meckern. Ja, auch sehr gezielt und kontrolliert gedraftet. Sie haben schon damit gerechnet, dass Sonatarek halt von G2 genommen werden wird. Haben sich sofort darauf vorbereitet, wussten, ey, okay, wenn die Sonatarek nehmen, das Spiel wird halt nur um Bot sein und ganken, ganken, ganken. Und dann kommt's tatsächlich so, dass sie halt zum Anfang dafür pressuren können. Es passiert das, was halt niemals passieren darf. Perkz macht auf Level 1 einen Fehler und gibt da schon den ersten Kill ab, was halt unangenehm der Lane reinwirkt, also wirklich sehr unangenehm. Gleichzeitig den Herald, den man halt makrotechnisch sehr, sehr schlecht bei G2 beantwortet hat, dass da drei Turrets auf der Toplane fehlen, ist halt einfach ein super GAU. Ja, das ist einfach unnormal unbelohnend in dem Fall und da muss man, was ist los? Ja, ist gut. Ja, und da muss man einfach mal die Daumen drücken für G2, dass sie das im nächsten Spiel besser machen. Man könnte meinen, SKT hat in diese Sonatarek-Falle gestellt und sie hat zugeschnappt. G2, sie sind jetzt unter Zugzwang. Ich bin mir sicher, dass es da auf jeden Fall Umstellungen geben wird, taktischer Natur und auch drafttechnischer Natur. Ja, da kriege ich ganz stark von aus. Ich meine, Grabs ist ja da so ein bisschen der Taktiker schlechthin, den Europa zu bieten hat und wird da sicherlich eine Antwort finden. Mir hat auch der Olaf, muss ich sagen, nicht ganz so gefallen. Ich habe vorhin schon beim Raft gesagt, dass Olaf in Javanrein ist mal so eine tricky Sache. Weil klar, er profitiert davon, dass er nicht Seed werden kann in der Ultimate, aber wenn du halt so eine Mauer um dich herum gestellt bekommst. Mir wird tatsächlich die Sin besser gefallen in der Phase. Ja, die Sin wäre okay gewesen als Option. Elise wäre natürlich gut gewesen, lieber gebannt. Da war natürlich so ein bisschen der Nachteil. Auch Rexy hätte mir sehr gut gefallen, aber auch lieber gebannt. Aber auch lieber gebannt. Deshalb auch da nochmal die Überlegung, ob man nicht so einen Jungler dann vielleicht ein bisschen eher durchdraften möchte, um halt seine sicheren und seine aggressiven Picks bei sowas durchzubekommen, um die Botline eben auch im Spiel zu halten. Ein Olaf ist halt derjenige. Klar, mit Tarek zusammen hat er so eine gewisse Synergie, aber ich könnte mir halt auch deutlich bessere Champions vorstellen. Vor allem, du hättest ja sogar die Chance gehabt, Javanrein war ja ziemlich früh, war First Pick. Dann hast du die Botline bekommen, dann hättest du einen Jungler nehmen können. Man wollte dafür für den Flex-Pick gehen, was ich in gewisser Weise verstehen kann, weil Irelia wäre sonst ziemlich sicher gebannt worden. Und wie gesagt, mit Lee Sin hätte es noch eine Alternative gegeben. Also von daher finde ich es okay, weil du kannst halt nun mal nur drei Champions in dieser Phase bannen. Kann man machen. Wir schauen uns jetzt nochmal die Wiederholung an und da sehen wir auch schon diesen frühen Dive 3 gegen 2, wo sie keine Chance hat. Also einfach SKT makrotechnisch sind da halt wirklich aufgeweckt, haben da nicht verschlafen, sind dann immer wieder für die frühen Untertests gegangen. Das ist ein bisschen der Keypoint des Ganzen, wenn sie halt jemanden mit ihrer A-Taste erwischt und jemanden halt direkt stunnen kann. Dann gibt es da easy Follow-Up, easy CC-Möglichkeiten, die gehen dann direkt zu Lockdown, hier dann auch mal von Wunder bis jetzt zu overextenden, nachdem wir den ersten Kill bekommen. G2 sieht sich da erst in einer guten Lage, aber Teddy ist halt derjenige, den sie nicht engagen können. Teddy steht halt die ganze Zeit safe positioniert und kann halt von hinten das Feld nochmal aufräumen. Und der S-Rail, der halt hier früh ins Spiel kommt, guckt euch mal den Schaden an. Und jetzt mal der Q, BATS! Einfach mal ein Drittel nebenweg durch einen Q, wohlgemerkt. Also hier sind die Power Spikes dann auch ein bisschen zu enorm gewesen. Ich glaube, es ist ein Level hinter dem Midlaner. Kein schlechtes Zeichen. Zwar kriegt Caps nochmal den Refrag, aber dafür muss halt bei G2 auch jeder ans Gras beißen, was es wirklich angenehm ist. Weil ein kleines Highlight war immer noch, dass man diesen Inib halt sehr taktisch auf der Top-Mate genutzt hat von beiden Seiten aus. Wo er da sogar besser rauskommt, aber es hat ihm auch nicht viel gebracht. Also hier gab es keine Möglichkeit, jeder in den Comeback zu kommen. Drei Monstern. Vor allem, das Tarek-Ultimate hat einfach ein bisschen früher durchgekommen. Kann man vielleicht was draus machen? Aber auf der anderen Seite war halt Morgana-Ultimate draußen, Morgana-Binding war draußen. So Caps ist in dem Moment halt wirklich eine leere Pistole. Es waren halt viele Kleinigkeiten, die sich aufsummiert haben zu einer großen Niederlage. Aber das ist der Punkt, eine Niederlage. Wir haben einen Best-of-Five. Du gehst ja auch nicht aus dem Stadion, wenn du 0-1 hin liegst, denn hier ist immer noch alles drin. Das war erstmal eine Lektion, die man erteilt bekommen hat. Aber es ist im Prinzip quasi die Rache für die Gruppenphase, wo G2 genau dasselbe gemacht hat. Ja, wenn man sich das gerade noch mal angeschaut hat, dass alleine der Cannon zwar keinen geilen Schaden verursachen konnte in der Szene, aber drei Mann gestunt hat. Aber drei Mann gestunt hat. Das ist halt der springende Punkt beim Tarek-Ultimate. Du kriegst zwar keinen Schaden ab, aber es trotzdem sezieht. Ich meine, das war zu erwarten, dass der Goldkrafter halt in eine Richtung sehr hart ausschlägt. Und ja, Poke-Champions haben sowieso ein bisschen mehr Schaden mit dabei. Teddy hat einfach mal so viel Damage gemacht, wie G2 zusammen. Ja. Sogar mehr als G2 zusammen. Boah. Ja, aber boah, sagt er da. Also ich meine, das muss man sich einfach mal so zergehen lassen. Ja, abhaken, nächstes Spiel. Wir haben Best-of-Five. Wir haben hier mindestens noch zwei Spiele und ich meine, ich kaste, ne? Also ich glaube nicht, dass das nur zwei Spiele noch ist. Ihr wisst, wenn Mori kaste, geht es in die volle Länge. Und wir wollen NA gegen EU im Finale sehen. Wobei SKT halt echt gut gespielt hat. Ja, davon gehe ich auch raus. Wir gehen jetzt in eine Pause und sehen uns dann wieder zum zweiten Spiel. Macht euch nochmal warm. Macht euch nochmal eine kühle Milch auf und dann sehen wir uns gleich mit dem nächsten Spiel. Bis gleich. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber jetzt nochmal wichtig, Flash, Martha ist low, Perkz hat keine Ultimate, dass er da reingehen könnte, Telepott ist da, Kaps, Jankos beide zur Stelle und Kaps geht da rein und holt sich Martha, Kaps komm du schaffst das, kriegt auch da nochmal Black Shield und er schafft es raus, Perkz möchte es so gerne, aber kriegt ja einfach nicht. Ah, da kommt der SSS und hat einfach die Backline gedeiht, währenddessen es halt killet am Herald, ich hoffe, dass mit dem Herald nicht dasselbe passiert wie im letzten Game und man sich einfach drei Turrets gönnen kann, das wäre so ein bisschen der Super-GAU, Rakan macht sich auch, ne, er macht sich nicht richtig, Top-Lane auch, ganz kurz hat er überlegt, ob man einfach mit Group, damit man da wahrscheinlich hart reinpushen kann. Dafür Wanda jetzt mit zwei Platings auf the top. Ah, und immer noch kein Perkz mit einem Kill, es will einfach nicht passieren, drei Assists auf Draven, so ein bisschen der Albtraum, glaube ich, eines jeden Draven-Spielers. Ja, noch ist fein, gibt's halt nochmal mehr Gold. Auf allen Dingen hier schön gesidestappt, aber auch hier wieder, ne, der Black Shield, der dann früh rauskommt, durch den Black Shield kann man halt nicht gesied werden, so. Das, das halt so viele Champions, die halt so schlecht gegen Morgana funktionieren, trotzdem reingepickt wurden, war halt schon fast dramatisch. Ja, wobei, also Rakan war vor Morgana, aber... Das ist klar, aber das ist halt auch die Weih. Die Weih, ja, da gebe ich dir recht. Das war ja bei dem Gang davor auch schon zu sehen, dass die Weih halt erst mal reinflasht, um halt noch vor Morgana da zu sein, die halt da noch nicht in Black Shield-Reichweite war. Aber danach kommt halt Morgana in Reichweite, der Knock-Up kommt durch, mit dem Knock-Up alleine tötest du halt Draven nicht. Und du kannst ihn halt nicht mehr anschließend ziehen, weil sowohl Rakan Ultimate als auch Rakan Knock-Up und auch Weih Knock-Up auf der Q... Oh, das Binding hier trifft und Marta muss mit dem Weih über die Wand. G2 baut hier ordentlich Druck auf. Oh, das nächste Binding wieder. Also da, Scharfschütze Maike unterwegs. Aber so viel Damage haben sie damit nicht im Zusammenhang rausbekommen. Ja, hätte mehr sein können, klar, aber lieber hier auf Sicherheit spielen. Oha, ganz schön knapp. Nur wenn der noch getroffen hätte. Ja, G2 findet jetzt auch die Antwort. Bayard von viel Tempo verloren im Jungle, dadurch, dass sie halt den Herald während des Botlan Gangs durchgezogen hat. Und da kommt jetzt so ein bisschen die verspätete Antwort von G2, die sich jetzt wiederum den Ocean Drag gönnen können. Gar nicht so verkehrt, noch ist die Laning Phase nicht vorbei. Und da, wo man vorhin jetzt schon so 6000 Gold hinten lag, ist man jetzt 3000 Gold vorne. Ich denke, der Ocean Drag, der kann nochmal gut dazu beitragen, dass so etwas verstärkt wird. Spiel pausiert. Ein kleines Päuschen. Und darauf erst mal einen Schluck. Na, wie wird ja jemand gekleckert, damit es eine Pause gibt? Es ist ja nicht so, als wäre das nicht schon mal passiert, aber... Ja, es ist bisher ein sehr guter Auftakt in diesem Spiel für G2. Und man hat hier sich kleine Vorteile sichern können, auch auf der Top-Lane-Wonder jetzt mit dem Power-Spike. Hat sein Blade schon fertig, kam noch kein Item fertig. Und das führt einfach dazu, dass man zusehends weiter die Top-Lane reinpushen kann. Und das führt weiterhin zu Platings. Ja, ich glaube, man hat auch ganz gut gesehen, wie dieses Top-Lane-Match-Up funktioniert. Dass er halt Nico permanent vorne ist, weil sie halt einfach nur als Range-Match-Up, gegenüber von einem Melee-Match-Up, dort diesen Poke-Vorteil hat. Einfach die ganze Zeit mit dem Autotext arbeitet. Aber im All-In wiederum hat Hacker immer halt deutliche Vorteile. Und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, wo sich Kahn einfach die richtigen Lücken aussuchen muss, die richtigen Zeitfenster, um das All-In zu forcen. Wird aber, solange Nico reinpushen kann, nie passieren. Weil er kann halt auch nicht gegen Minions reintraden. Er muss die Minions halt erst mal clearen, ansonsten verliert er halt die Wave. Und wenn es sich für einen Kill langt, wird er halt weiter und weiter zurückfallen. Hier sehen wir nochmal die Bot-Lane-Aktion in der Wiederholung. Oh, Perkz hat nochmal einen guten E. Der Snare kam sogar durch. Der Black-Shield ist ein bisschen spät, muss ich sagen. Dadurch kam der Snare nochmal von den Federn durch. Und die Bruder trifft, man hat bloß kein Follow-Up. Nicht zuletzt dadurch, dass halt Draven auch noch keine Ultimate hat. Dann eine Draven-Ultimate, die man vorhin, glaube ich, auf die Top-Lane geschossen hat. Ich glaube, deswegen waren die noch auf Cooldown, ne? Ja, genau. Das war durch die Top-Lane. Stell dir mal vor, du wärst halt nicht für diese Random-Ultimate gegangen. Sondern hattest du die jetzt auch gehabt, dann wäre es halt ein safer Stack-Up-Bau gewesen. Ja. Was man allerdings natürlich auch respektieren musste, war der Teleport von Khan. Also auch deswegen konntest du da jetzt nicht zu deep gehen. Denn... Wir haben jetzt auch gerade nochmal die Info. Also es gibt wohl kleine Relax für SKT, weswegen sie das Spiel pausiert haben. Da muss man jetzt natürlich mal kurz nachschauen. Also ich sag mal so, das letzte Mal, als sich jemand über Lex im Kleinen bei der MSI beschwert hat, hat mir danach anderthalb Stunden Pause. Beschwörst du da etwas herauf? Und du bist auch noch hier, Mori. Toll. Das ist ja ein richtig schönes Karma. Alles klar, Franz. Bestellst du uns was zu essen? Ei, 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 ei. Ja, schauen wir mal. Also, ich bin da ja Optimist. Ich gehe ja davon aus, dass das schnell behoben werden wird. Ich frage mich immer, wie die das testen. Weil im Endeffekt, wenn du ja Lags hast und das Game pausiert ist und der sagt, ja, wir starten jetzt einfach mal das Spiel neu, weißt du ja nicht, wenn das Spiel weitergeht, ob die Lags dann halt weg sind, weil es ja pausiert ist. Ja, aber du könntest höchstens halt schauen, dass du quasi einen Rechner, der auf der gleichen Leitung liegt, im League of Legends Spikes hat. Das ist ja auch ein Offline-Client und wenn G2, dann liegt es ja daran nicht. Ja, das ist ja auch das Witzige, dass halt nicht jeder Lags hat. Und vor allem, ich hoffe zumindest mal, dass wenn du so ein Turnierveranstalter bist und schon so viel League of Legends Offline-Turniere machst, dass du dann vielleicht so eine Software hast, mit der man sowas testen kann. Und wenn es nur der einfache Ping ist. Also von daher, ich glaube nicht, dass man das altmodisch über einen Kleinen testen muss. Ich glaube, das ist halt eher so, hey, ich habe Leckprobleme. Hast du schon alte 4 gedrückt? Start mal neu. Ne, ne, ja. Ist jetzt weg. So funktioniert das. Sag mal, dem Hamster soll schneller laufen. Außen wieder einschalten. Ja. Schöne Kundensupport erstmal anrufen. Wahrscheinlich dauern deswegen die Pausen so lange. Du musst ja erstmal deinen Internetprovider anrufen, kommst erstmal schön. Wobei, ist ja nicht in Deutschland. Also von daher, vielleicht läuft das da ja besser. Ja, ich glaube, in Vietnam wird das Internet besser sein, als bei uns. So traurig das auch klingt. So traurig das auch klingt. Selbst in Rumänien ist das Internet mittlerweile besser. Eieiei. Da sind wir leider Neuland. Das Internet ist Neuland. Ist ja auch nicht wichtig. Ich meine, wer benutzt heutzutage schon das Internet? Für moderne Technologien? Quatsch, wir doch nicht. Ich verstehe das auch immer nicht, wenn ich bei meinen Großeltern bin. Die haben ja wirklich gar kein Internet. Wie die das halt, wie die das schaffen. Die können gar kein League of Legends gucken. Die können das halbfinal jetzt ganz gucken. Nee. Eben drum. Wenn er ab und zu wird ja wenigstens mal was irgendwo im Fernsehen übertragen. Aber ist ja auch eher noch die Seltenheit. Tja, wirklich schade, was meiner Oma alles entgeht. Tja, also eure Mission, Freunde. Sagt allen Leuten Bescheid, dass der G2 jetzt spielt. Und stellt sicher, dass die Internet haben und das gucken können. Ansonsten ganz altmodisch in der Kneipe versammeln und gucken. So was gibt's ja. Das ist halt auch so eklig, wenn du jetzt guckst. Die Spieler sehen auch schon ziemlich müde aus. Ich meine, jetzt geht's noch. Wir hatten jetzt ein Spiel. Aber ich finde gerade diese Pausen sind dann super eklig. Weil so lange du in dieser Konzentrationsphase bist, fühlst du dich mal super fit. Aber sobald du einmal rausgerissen wirst, erschlägt einem fast die Müdigkeit. Das habe ich zumindest mal das Gefühl. Wenn ich früher Klausuren geschrieben habe, so zwei, drei Stunden voll konzentrated. Und sobald du dann einmal auf einmal hochschaust, denkst du dir, jetzt könnte ich aber auch ein Nickerchen machen. Ja. Geht im Übrigen jetzt gleich los. Die Info haben wir. Die Lags hatten keinerlei Einfluss auf das Spiel. Das heißt, hier wird auch keine Änderung vorgenommen. Das ist immer wieder schön zu hören. Und auch schön, wenn diese Probleme so schnell behoben werden. Und dann geht's weiter. Guck mal, Perks macht sich da mal ein bisschen warm. Ein bisschen Ruder an, muss sein. Aber ist auch gut. Wird die Durchblutung gefördert? Oder so ein paar Kniebeugen oder so. Ja, ist ja wirklich gut. Durchblutung ist gleich mehr Sauerstoff im Gehirn. Schön so ein Laurenz ja auf der Bühne. Kennst du das noch? Ja. Schön genug. Ich glaube, das musste jeder früher immer machen, oder? Ich weiß nicht, ob es jeder machen musste. Ich weiß nicht, ich könnte ja mal in den Chat schreiben, wer es noch kennt. Oder ob er es nicht kennt. Alle Wochentage durch. Das ganze Jahr. Danach hast du aber ordentliche, straffe Oberschenkel. Und nochmal belohnt aller. Auch das. Rubik mit Perks. Stell dir mal vor, wie in anderen Sportarten, wenn jetzt in den Pausen so Cheerleader auf die Bühne gehen würden oder sowas. Die würde ich feiern. Finde ich gut. Das weiß ich. Aber das Problem ist ja immer, dass du halt bei anderen Sportarten, wenn du so eine Pause hast oder so, sind die halt kalkulierbar. Wenn du halt hier eine Pause hast, weißt du nicht, ist es eine 2-Minuten-Pause oder ist es eine 1,5-Stunden-Pause? Ja, aber ich meine, das kann man bestimmt... Oh, mein Herz, ich habe mich gerade voll schocken. Er hat gerade wirklich einen übelsten Schreck bekommen. Ganz ruhig. Okay. Bei Ice läuft die Pumpe wieder, bei uns läuft das Spiel wieder. Wir sehen vier Blades gegen zwei Vorteil hier G2 generell. Auch da, Bordlane-Turm, halbe Leben weg. Ja, und das ist ja KT jetzt selber auch für den Laneswap. Da kommt noch ein Herald-Bit dazu. Also Tempo-technisch könnte das jetzt sehr interessant werden, ob das für den Turret-First-Bad bei SKT noch langt. Ja, vor allem, wenn sie jetzt hier für den Dive gehen. Oh, lol. Der Koss ist da. Den Grump einfach weggestealt. Und aufgepasst, Jankos muss flashen. Die Bowler auch erstmal defensiv, aber das heißt, der Herald-Charge steht jetzt erstmal durch. Den Turm muss man aufgeben, aber First-Turret für G2-Bou, ganz wichtig hier. Flating ist auch keine mehr da, also das heißt, das Ganze bleibt weitestgehend konsequenzfrei. Faker kriegt der von Caps, Caps, Caps. Er hat auch keinen Flash mehr, der muss da aufpassen. Ah, close. Kommt auch nochmal so eine Draven-Ultimate wieder durch. Also Perks, der will so langsam Druck abbauen. Also ich sag mal so, ja, es geht hier halt ein Turret-First-Bad verloren. Und man darf auch nicht vergessen, dass sie halt mit diesem Laneswap zwar die Leyten-Turret bekommen, diese 100 Gold halt eben nicht reinbekommen. Allerdings gehen sie auch dem Risiko auf den Weg, dass sie halt diesen Kill auf Draven fallen lassen. Und das, glaube ich, ist halt eine Sache, die gar nicht so irrelevant für sie ist. Also jetzt einfach, um diesen Draven herumzuspielen, um keine Kill zu geben und im Teamfight später vielleicht einen safeen Catch zu bekommen, einen safeen Lockdown, könnte ihnen in diesem Game hier wirklich viele Punkte bringen. Das stimmt. Faker jetzt wieder mit der gestohlenen Ultimate unterwegs Richtung Top-Lane. Und man rotiert jetzt die Board-Lane auf die Mid-Lane, so der Klassiker natürlich, um auch dort diesen Turm angehen zu können. Das ist halt krass, wie viele Wards da stehen. Und das Keti hat sich da halt komplett abgesichert. Sie sind auf der Top-Lane zu jeder Zeit. Das ist halt dieses typisch koreanische Spiel mit vielen, vielen Wards. Das hat man auch richtig gemerkt, seit damals dieses Jungle-Item Korea. Ja, Tracker's Knife. Genau, mit dem Tracker's Knife entfernt. Was, Tracker's Knife ist ja noch immer drin, oder? Tracker's Knife, hast du nicht so einfach dieses Grund-Item? Ja, dieses, ähm, ja, kann sein, dieses Ward-Jungle-Item. Genau, naja, auf jeden Fall, seitdem das rausgenommen wurde, hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass die koreanische Kontrolle verloren gegangen. Ja. Der Jungle-Item hat da früher einen Riesenanteil dran gehabt. Oder hieß das Tracker's Knife? Ich glaube, das hieß Tracker's Knife, oder? Ich glaube, ja. Das ist schon zu lange her. Der Chat weiß sowas. Bringt doch einfach mein Heart of Gold zurück. Uff, knifst du. GFG möchte ich wieder haben. Da hat die Faust aber nicht ganz gelangt, um über die Wand zu fliegen. Hat keiner gesehen. So, jetzt Perks mit von der Partie. Caps hier wird gleich gedoppelt. Das weiß er aber noch nicht. Aber es ist unsichtbar. Ah, aber es ist uns egal. Das bringt ihm wirklich nicht viel. Bei deinem Unsichtbarkeits-Status kannst du zwar nicht direkt getargetet werden, aber wenn du halt CC-Effekte hast oder halt auch Skillshots, die halt einfach so in die Leere reinfliegen und dich trotzdem treffen können, naja, dann reicht auch so ein Q von Y mal aus, um da noch mit den Lasted zu bekommen. Vor allen Dingen, weil du ja auch weißt, hey, ich hab sie genau da auf der Stelle gehalten. Sie kann nur da stehen in ihrer Shroud. Unsichtbarkeit hin oder her. Treffen tue ich sie trotzdem. Komm, Perks. Ich würde jetzt mal gerne sehen, wie viele Stacks er jetzt hat. Das wäre wirklich interessant. Ich glaube, im Spectator-Modus sind die Stacks... Boah, wenn das Binding da getroffen hätte, aber... Boardlane, Boardlane, SKT, die machen Druck jetzt. G2 wird zum Handel gezwungen, aber es wird pausiert. Wanda ist auf der Toplane, also der ist ebenfalls dabei, einen Turm zu bearbeiten. Lass mich raten, immer noch Lecks. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Ich sag dir mal, hat einfach bloß das Spiel einmal neu gestartet, nichts getestet vorher und jetzt sind die Lecks immer noch da. Überraschung. Überraschung. Man wird das schon getestet haben, aber... Ach, du bist also so zuversichtlich, ja? Ja, ja. Ich habe da vollstes Vertrauen in die Techniker vor Ort. Finde ich gut. Man muss ja auch mal ein bisschen Vertrauen haben. Ja. Also, Faker. Natürlich, man führt 1 zu 0. In diesem Spiel läuft es nicht ganz so gut, aber trotzdem ist eben noch alles offen. Letzten Endes wäre es natürlich bitter, gerade in so einem Halbfinale, möchtest du, dass technisch alles perfekt läuft. Es ist halt nun mal so, E-Sport ist da anfällig für technische Fehler, weil viel Technik im Einsatz ist. Das ist ganz normal. Ja, andere Sportarten sind da weniger anfällig. Aber selbst da ist ja schon mal ein Tor umgefallen. Und selbst da gab es dann, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden man überbrücken musste. Dafür gab es dann auch damals mal einen Grimme-Preis, weil man irgendwie zwei Stunden überbrücken musste, bis man da in Madrid ein neues Tor herangeschafft hatte. Ja, ich kann mich da auch noch an gewisse Events erinnern, wo es halt auch Probleme gab. Man hat halt irgendwann angefangen, Bottle-Flips zu machen. Ja, das war eher gut. Das war ja auch wieder E-Sport quasi. Dafür hättest du einen Preis geben sollen. Ja. Bottle-Flip-Weltmeisterschaft. Sowas gibt es bestimmt, oder? Bottle-Flip-Weltmeisterschaft? Es gibt alles Eis. Es gibt wirklich alles. Ich glaube nicht, dass es alles gibt, aber es gibt vier, ja. Doch. Also, ich glaube, für alles gibt es in irgendeiner Weise irgendeine Weltmeisterschaft. Hm. Es gibt Dosen-Fußball-Weltmeisterschaften. Siehst du? Ja, das weiß ich. Das fand ich cool damals, als ich das rausgefunden habe. Vor allem, weil ich früher auf dem Schulhof auch immer selber einfach Dosen ein paar... Ja, wer hat das nicht? Und dann kam es Dosen-Fund. Ich meine, heutzutage gibt es sowas, glaube ich, nicht mehr. Weil es Dosen-Fund gibt. Ja, schon. Aber damals war es uns egal, ob die Dosen da Pfand hatten oder nicht. Ja, da gab es ja auch noch keinen. Ja, ich glaube, damals bei mir in der Schule gab es schon Dosen-Fund. Ja. Also, ich kann mich erinnern, das kam ja später. Ist ja auch egal. Wir sind jetzt hier bei Mid-Season-Invitation und warten darauf, dass diese Probleme behoben werden. Kundenservice nochmal angerufen. Ihre Verbindung wird gehalten. Ja. So eine schöne... Da haben wir so Dudelmusik in der Warteschleife. Oh, ich weiß nicht. Können wir auch Dudelmusik gerade aufs Ohr bekommen? So richtig schön so. Fahrstuhlmusik. Wird im Kopf geschüttelt. Schade. Hätte ich mir gewünscht. Oh, jetzt kriegen wir... Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht, aber... Franz dudelt gerade in unser Ohr. Ja, das ist ja erst in der Nacht von morgen auf übermorgen. Ach ja, Mori. Okay. Freunde, für euch jetzt kurz die Info. Also, es dauert wohl ein bisschen länger. Das heißt, für euch nochmal die Möglichkeit, Pipi-Pause. Schön nochmal an den Kühlschrank gehen. Das ist wie Zucker in meinem Ohr. Ja, das dauert wohl ein bisschen länger. Also, sechseinhalb Minuten Minimum. Wir halten euch auf den Laufenden. Für die Spieler ist es natürlich super ärgerlich, aber... Ja, hier seht ihr nochmal... Das Replay nehmen wir, denke ich, nochmal mit. Und dann wisst ihr, dass ihr euch drauf einstellen könnt. Ja, war... Fähres 1 gegen 3. Und dann... Ist ja auch schön, wie sie nochmal richtig ranzubere Caps. Elf, Bier. Im Übrigen, der Grund, warum es länger dauert, nur dass ihr da Bescheid wisst. Es wird auf einen anderen Server umgezogen. Das heißt, die ganzen Spiele, Daten und so weiter... Das haben sie auch am ersten Spieltag gemacht. Dann hatten wir anderthalb Stunden Pause. Nein. Ja, aber jetzt sind sie da... Mori, nein, bitte geht nach dem Studio. Nein, nicht mit Mori zusammen. Wir sind da routinierter. Das wird schneller gehen. Aber, wie gesagt, sechseinhalb Minuten Minimum. Ihr verpasst hier nichts. Bleibt einfach in der Nähe. Stellt den Kühlschrank neben dem Fernseher und dann läuft das schon. Wir sehen uns bis gleich, hoffentlich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Chronobreak ist quasi die Funktion, dass du so gesehen ein Replay speichern kannst, was du fortführen kannst. Chronobreak ist quasi, ihr müsst euch das vorstellen, dass im Hintergrund ein Programm mitläuft, was halt das gesamte Game aufnimmt. Und du kannst quasi dieses ZDF, 2020 Und du kannst quasi dieses Game einfach zu jedem bestimmten Zeitpunkt... Ja, genau das, also du kannst ja auch für jeden einspringen können, ich hätte dir sogar mein Replay schicken können und du hättest in jedem Zeitpunkt reinspringen können und ab da an als Mori weiterspringen können. Aber stell dir mal vor, also eben drum finde ich schade, dass es was nicht gibt, stell dir mal vor, du hattest das in League of Legends und würdest einfach sagen, okay, da haben wir einen Teamfight misplayed. Und wir üben den nochmal. Wir üben den einfach nochmal, spring nochmal in dieses Jahr rein. Was meinst du, wie wertvoll diese Funktion für den E-Sport einfach ist, weil du halt quasi statt jedes Mal ein 30-Minuten-Game machen musst, gezielt Teamfightes practicen kannst? Vor allem, weil halt durch diese 30-Minuten-Game-Länge Scrims oftmals auch so aussehen, dass da Teams einfach draften, spielen und sobald sie sehen, okay, wir liegen vorne, wir liegen hinten, werden die Spiele sogar einfach gecancelt oder open gemacht, einfach nur, weil halt in der Theorie das Game quasi over ist, weil sie halt mehr schaffen wollen, weil sie halt einfach üben wollen, wie sie es halt richtig runterspielen. Und nicht, wie sie halt dann krass snowballen, das Game halt sowieso nicht mehr zu halten ist. Das würde halt so viel besser machen. Aber diese Technologie hat Riot auch nicht öffentlich, sondern halt eben umständlich in Form von Chrono Break und die wird benutzt, um eben auf einen anderen Server zu ziehen und das, wie gesagt, dauert. Ich stelle dir mal vor, wir haben für den Sandbox-Mode schon fünf Jahre oder so gebraucht, ne? Das hat schon Ewigkeiten gedauert. Ich glaube, Chrono Break werden wir nie bekommen auf den Live-Servern. Ja, aber ich meine, fairerweise muss man dazu ja auch sagen, als Blizzard das StarCraft gemacht hat und StarCraft 2 gemacht hat, war das schon eine große Firma. Riot hat ja ganz klein angefangen. Ja. Ja. End of story. Ich hab gedacht, da kommt jetzt auch irgendwas. Ne, ne, ne. Na gut, dann lassen wir das mal so stehen. Was bleibt uns anderes übrig? Als jetzt hier natürlich zu warten, ja, Techniker, wie gesagt, ist informiert und dann wird's dann auch hoffentlich gleich federfrei weitergehen. Der Grund natürlich, warum man das gemacht hat, na, es gab diese kleinen Lags. Und man hat dann, oder es gibt so Software, da kannst du natürlich gucken, wie da die Verbindung ist letztlich. Und das war dann verschwunden. Man hat dann gedacht, okay, vielleicht tritt's nicht wieder auf, vielleicht war's ein einmaliger Effekt, lässt das Spiel weiterlaufen, tritt weiterhin auf. Und bevor man dann das ganze Halbfinale überhabt, dann gibt's halt einfach die vernünftige Lösung, okay, wir ziehen auf ein anderes Netzwerk um, damit das nicht wieder auftritt. Und vor allem, damit das nicht in sensiblen Szenen auftritt, denn bisher waren das keine spielentscheidenden Szenen, wo es passiert ist. Ja, und so kleine Lags im Teamfight. Kleine Lags im Teamfight, dann kann es auch mal sein, dass wir dann zwei Stunden Pause haben, weil dann auch erstmal die Referees drüber gucken müssen, diskutiert wird. Und das wäre deutlich zu bemübender und ärgerlicher. Ich meine, da kann halt wirklich, eine Sekunde ist manchmal so viel in League of Legends, wenn du überlegst, da kann halt zu einer Szene kommen, wo halt statt einer Oriana-5-Mann-Shockwave kriegst du halt eine Oriana-0-Mann-Shockwave raus, weil dieser eine Sekunde-Delay mit drin war und dann kann ein ganzes Game damit auch stehen und auffallen. Ja. Ist schon in Ordnung, dass man da halt so viel Wert drauf legt. Ja, also dann lieber, wie gesagt, vernünftig und dann tritt das Problem dann hoffentlich auch nicht mehr auf. Vor allem, weil das Problem ja wahrscheinlich eher einseitig ist, dass da ein oder zwei Rechner betroffen sind. Windows-Updates. Ja, die guten alten Windows-Updates. Das wäre so, aber es ist ja eigentlich so lokal so gesehen, also schauen wir mal. Aber es ist gut voll diesmal. Also während der Gruppenphase in der Plains hast du ja immer noch viele Lücken gehabt in den ganzen Sitzplätzchen. Jetzt hat man das Ganze hier gut gefüllt. Schön mit den Klatschpappen dazu. Ich liebe diese Klatschpappen. Ja, Klatschpappen sind toll. Ja, mal gucken, wann die ersten Bengalos kommen. Das war indoor, glaube ich, ein bisschen uncool. Ja, ich glaube, da würden sich die Securities auch nicht ganz so freuen. Das stimmt. Funfact für euch, ja, den 6958 Zuschauer vor Ort. Das ist ein Relaxo. Franz hat sie alle gezählt. Oder? Oder ist das ein Pinguin? Nee, das ist ein Relaxo. Ein Relaxo und ein... Nee, das ist ein Pinguin, oder? Warte. Wow. Wir nehmen mal Krabbe. Es sah aber wirklich so aus wie ein Relaxo. Ich dachte, das ist auch erst. Also 6958, Franz hat sie alle gezählt, an Zuschauern vor Ort. Und das Ganze ist in Taiwan, in Taipei. Im Heping Basketballgymnasium. Das ist halt so krass, dass die Schulen da teilweise so eine riesen Tonhalle hintendran haben, die man einfach umfunktionieren kann. Ich meine, die LCK hat ja auch Ewigkeiten einfach bloß in der Tonhalle quasi stattgefunden. Das stimmt. Hm. Und welch ein Wunder. Dann haben doch mal hier und da einfach Schüler gefehlt, die dann vielleicht doch lieber statt in die Schule zu gehen bei der LCK gesessen haben. Ja, das war, ähm, ja, in StarCraft, in der GSL genauso. Jetzt haben wir nochmal ein paar Replays, damit wir uns wieder daran erinnern, was passiert ist in diesem Spiel. Dieser Flash von Jankos. Sehr, sehr wichtig, dass man hier noch Kahn hat bekommen können, bevor Wunder dann letztlich starb. Und hier nochmal die Botlane-Situation. Das Black Shield verändert den Knock-Up hier. Teleport. Aber Caps ist halt auch nochmal mit am Start. Und der hat Bock. Ja, aber der hat richtig Bock. Schön mit der zweiten Stunz, der Akali-Ultimate aufgeschlitzt. Ah, die Spieler finden sich langsam wieder ein. Vielleicht ein kleines Indiz dafür, dass es gleich weitergeht. Vielleicht aber auch nicht. Man weiß es nicht. Ach doch, 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 doch. Mori, ich hab dich dabei. Da kann heute alles passieren. Da kann genauso gut sein. Aber der Flug hat jetzt schon wieder zugeschlagen, oder? Ja, aber die andere Stunden Pause von mir, die toppst du nicht. Das kriegst du nicht hin. Irgendwann hatte ich auch mal eine mega lange Pause. Dann wurde sogar der Spieltag abgebrochen. Das ist Cap Steady, oder? Ich glaub, ja. In der LCS damals hatte ich mal so eine lange Pause, dass der Spieltag abgebrochen worden ist. Top das mal. Das hatte ich auch nicht. Naja. Ich weiß bloß, dass wir damals, hatten wir auch mal bei der EU-LCS so eine Szene, wo quasi die Games dann so lange gingen durch die Pause, dass die extra pausieren mussten, weil sie alle Leute noch rausschmeißen mussten, weil es nach 24 Uhr wurde. Und dann ja quasi die ganzen unter 18-Jährigen und so weiter nicht mehr in der Halle bleiben konnten. Ja, ja. Weil das auch übelst gemein war. Das Witzige war aber auch, so Thema Anfänge E-Sport, ich kann mich noch erinnern, das war irgendeine Intel Extreme Masters oder so, da hatte man die Tiebreaker-Regel nicht ganz gut ausgearbeitet. Das war noch in... So ewige Tiebreaker quasi? Und du hattest einen Three-Way-Tie. Und immer und immer wieder? Und die Regel sah halt vor, dass beim Three-Way-Tie halt die drei Partien wieder gegeneinander antreten müssen, jeder gegen jeden. Und das war die Tiebreaker-Regel. Und es gab halt keinen Brecher so gesehen, sondern nur das. Und dann war es ja immer so fünf Runden, nochmal eine Runde. Und dann hattest du dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, also es war, wie gesagt, auch in StarCraft damals, Schere-Stein-Papier-Prinzip und die Spieler haben sich immer alle gegenseitig geschlagen, sodass dieser Three-Way-Tie halt nicht gelöst worden ist. Und auch da mussten dann schon alle aus der Halle raus, keine Zuschauer, gar nichts mehr. Das war good old days. Wer denkt sich denn auch sowas aus? Ja, das ist halt, das denkst du dir nicht aus. Das passiert halt, weil es halt noch nie aufgetreten ist und du dementsprechend das halt, genau. Und dann führst du es irgendwann mal in deine Regeln ein und sagst dann, damit das nicht nochmal passiert, lassen wir es einmal dazu kommen, wenn es dann noch nicht immer gelöst ist, hast du dann halt eine Regel. Ich meine, früher im Fußball gab es auch sowas wie Münzwurf, um ein Spiel zu entscheiden. Kein Scherz, da hat man sich irgendwann sowas wie Verlängerung und Elfmeterschießen. Ja, das ist halt wie im Solo-Queue, da gibt es auch einen Münzwurf und dann wird entschieden. Ja, jedes Mal, wenn deine Mates gespawnt werden, wird eine Münze geworfen. Jedes Mal, wenn deine Mates gepickt haben, wird eine Münze geworfen. Jedes Mal, wenn du die Champion-Namen und die Spieler-Namen in deinem Game siehst und du halt schon siehst, da ist ein Nunu und der hat Ghost & Clans drin, da wird schon die Münze geworfen. Mori, schon da. Ja, das ist wie bei den Targaryens. Da hast du wenigstens noch Counterplay und kannst versuchen, die Münze wegzukicken und dann einfach zu lieben. Ja. Aber wenn du erstmal gespawnt bist, dann wird es vorbei. Tja, Leute, wie sieht das bei euch aus mit dem Münzwurf? Keine 50-50-Verteilung, oder? Gefühlt immer... Ja, eher so 70-30. Ungleiche Münze. Auf der einen Seite dicker als auf der anderen. Das sind Pyramide eher so, die du halt immer wirfst. Und quasi an der Spitze ist dein Win mit seinem Team. Und auf der dicken Seite steht halt immer dein Team-Int. Im Übrigen, in weniger als einer Minute soll es hier weitergehen, meinen Informationen zufolge. Also, Spieler sitzen ja auch schon wieder. Ja. Aber wer kennt sie nicht, die Pyramide? Ja, die gute alte... ...Pyramidenwurf-Entscheidung. Ja, ja, ich bezahle an der Supermarktkasse auch immer mit Pyramiden. Ich habe nur Scheine, ja. Ich muss das nochmal in Erinnerung zurufen. Wir befinden uns gerade im zweiten Game des Halbfinales. Im ersten Game ist G2 von einem Bus überrollt worden. Und auf dem Nummernschild, das war das letzte, was sie gesehen haben, stand halt SKT drauf. Ja, aber das zweite Spiel läuft ganz, ganz anders. Ja, das zweite Spiel sieht ein bisschen besser für sie aus. Aber auch mit einem ziemlich guten Draft. Sie haben halt auf der Toplane das gute 1 gegen 1 gepickt. Sie haben halt auf der Botlane ein sehr gutes Bulli-Match abbekommen mit der Morgana gegen den Rakan. Gleichzeitig auch eine Vi, die in Morgana reingepickt wurde. Was meiner Meinung nach halt immer noch ein bisschen fragwürdig ist. Also, bei sowas bin ich halt immer super neugierig. Ich würde halt einfach gerne so ein bisschen Rücksprache halten. Hey, was war der Hintergedanke? So, wie kann man das verargumentieren? Ja, hier, die Ultrakurve von SKT. Da siehst du. T1-Win. Na ja, da muss man aufpassen, die Ultragruppierung. Aber es geht jetzt wieder ins Spiel hinein, Freunde. Ja, so langsam wieder Hype aufbauen. Ansinzen, Leute! Also, ich hoffe, ihr habt alle jetzt ein kühles Glas Milch vor euch und das G2-Trikot wieder angezogen. Und dann geht's sofort weiter. Ihr wisst ja beim Sieg-Auto-Kurs um die Siegesäule. Eis fährt voran. Ja, mit meinem super krassen Mercedes-Benz, den ich mir ja gönnen konnte von den ganzen Werbeeinnahmen, die ihr hier beisteuert, Leute. Schaltet den Adblock aus. Hey, du kannst ruhig mit deinem Fahrrad fahren. Ja, oder mit dem Mercedes. Oder mit dem Ferrari. Aber den Lambo lasse ich immer gerne zu Hause. Das ist nicht so das Schlimmste dafür. Am wenigsten hast du einen Führerschein, nicht so wie die anderen. Das ist richtig. Nicht so wie Sola. Ich finde das aber super clever von Sola. Weil immer, wenn es heißt, wir fahren zu Gamescom, mieten uns Autos, wer kann denn fahren? Oh ja, ich habe keinen Führerschein. Das ist genius. So, los geht's. Der Sportland-Turm ist da und es geht weiter, Leute. Lasst mir mal einen Hype im Chitter. Top-Lane ebenfalls zerstört, ja. Direkt in-Game, zwei Türme down. So kann es weitergehen. Sehr nice. Immer noch die 3-4.000 Gold Vorsprung, die sich G2 bisher herausarbeiten konnte. Was natürlich ihrer Konstellation entsprechend Voraussetzung dafür ist, überhaupt gewinnen zu können. Denn im Late-Game sieht es halt nicht mehr ganz so schön aus. War jetzt nicht unbedingt der krasseste Late-Game-Champion, aber Hecarim, Silas, Syrahaka in Konstellationen, die haben da schon einiges zu bieten an Potenzial. Auf der anderen Seite ist es halt der Akali, die auch nicht zu unterschätzen ist. Aber Nico ist halt nicht sehr Teamfight-lastig. Und Draven im Late-Game ist halt auch, man sollte ihn nicht unterschätzen, aber auch sehr angreifbar. Und da hat er halt zum Beispiel einen Teddy auf der Xayah deutlich bessere Möglichkeiten auf sich selber aufzupassen und sich selber opieren zu können. Oh, Klit ist da, der Charm, der Knock-Up, Flash weg. Teleport ist da, Hecarim. Ah, man schafft sich hier nochmal, weil man schafft nochmal den Disengage hier. Martha, aber musste hat Flash müssen. Das ist der wichtigste Engage, den SKT hat und der ist jetzt raus. Das war ein bisschen unglücklich beim Timing. Klit hatte nämlich das so ungefähr 2-3 Sekunden Cooler auf seiner Ultimate. Wäre dieser Ultimate Cooler nicht gewesen, hätte man glaube ich, dass der Ultimate von Klit dort noch einen Kill entstehen lassen können. Oh, was ist das? Super gierig, was macht ein Campstar? Der steht da drin und schafft es nicht mehr raus. Steht da in gewordneten Busch und wartet, bis der SGT kommt. Man kriegt den Drachen, vielleicht war nur das Ablenkungsmanöver, wer weiß das schon. Aber der Ultimate ist dann! Und der nächste Kill. Ah, das war jetzt ein bisschen teuer hier. Das ist übrigens richtig, richtig ranzig. Du selber holst dir einen Nico ins Team, die DPS-technisch einiges zu bieten hat. Allerdings Burst-technisch auf die Adi-Variante halt gar keine Vorteile hat. Wiederum ein Silus, klaut sich deine Ultimate und verwertet deine AP-Scalings davon. Das heißt, diese Ultimate, wenn Faker die sich gönnen kann und er kommt sehr wohl, dann musst du ja überlegen. Nico hat damit kein so geiles Kit, weil sie hat nicht so mobile. Sie kommt nicht in die Gegner rein. Ein Silus hingegen ist halt ultramobil, kann sich diese Ultimate schnappen und trotzdem verwerten. Also diese Kombo ist insane stark. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal das Replay sehen, aber Cap ist da ganz schön gierig von dem Control Award. Wir sehen es hier. So, why? So, sein Team ist am Drachen. Er will halt ein bisschen Zone für den Drake, aber es ist dann doch zu viel. Ich glaube, er hat sich damit gerechnet, dass man halt... Aber das ist keine Zone für den Drake, das ist hier eine, soll man sagen, Einladung für den Drake. Hier Faker unter BX, holt sich direkt das Nico-Ultimate. Steht da mitten im Gegner drin. Und pass! Micky direkt mal nochmal ein Viertel in dem Leben verloren. Und vor allem, der es dann, der damit natürlich auch im Zusammenhang steht. Das ist ärgerlich für ihn. Er kriegt ein bisschen Assist. Der Kill geht im Endeffekt am Arta, was so ein bisschen Schadensbegrenzung für G2B Gold bedeutet. Und sie haben mal in den Drachen bekommen. Einen zweiten Ocean Rake insgesamt für sie. Haben es besser als brauchen. In diesem Spiel. Ja, ist ja eben so. Vor allem, wenn du ja diese Ocean Rakes oder überhaupt die Drachen nochmal aufbauen kannst, stattest du ja im Late Game nochmal diese zusätzliche Winning Condition mit dem Elder Rake völlig frei. Falls es halt scalingtechnisch dann doch mal nicht so gut läuft, dass du darüber noch ein bisschen was ausgleichen kannst. Wie viel Sex hat Perks, Leute? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gerne sehen. Da findet mir immer noch die Möglichkeit, dass wir im Cleanfield einfach rumklicken können. Oder auf einem anderen Bildschirm oder sowas. Das ist mir doch egal, aber ich will das sehen. Stell dir mal vor, irgendwann ist die Technologie so weit, dass es Hologramme gibt und du dich halt 3D-mäßig in der Kluft bewegen kannst. Wie gesagt, mir wird die Technologie schon reichen, dass es diese Replay-Funktion von damals gibt. Ach, Mori, du bist halt einfach so anspruchslos. Ah, Caps jetzt! Der Wild Teddy, der ultet dann aber weg und Caps düster hinterher. Caps holt ihn dir! Jawohl! Und jetzt geht's weiter! Double Kill für Caps! Splash über die Wand! Aber Khan holt sich dafür nochmal, Caps. Es geht trotzdem weiter. 2 zu 1 straight. Ran an den Turm. G2 hier jetzt mit dem getroffenen Binding! Jawohl! Und auch Khan ist da und Wanda mit dem Kill. G2 ist unterwegs und die wollen hier den Ausgleich. Was war denn da mit Teddy los? Das würde ich gerne gleich nochmal sehen. Teddy hat sauspät erst geultet. Vor allen Dingen, da kam die Markierung von Akkabi. Oh, Nies, der Root ist da! Und damit holt man sich noch Faker! Ein Binding nach dem anderen. Also, Micky hat zum Anfang auch schon alle Bindings getroffen. Da hat man noch nicht so richtig die Follow-Up gehabt. Aber jetzt kann man jedes Binding in den Kult ummünzen. Allerdings, und das ist halt wirklich traurig. Wenn man sich Perk dran schaut. Oh, Perk! Der muss aufpassen, dass er nicht stirbt. Über 606, habe ich gerade erfahren, hat der Knabe. Aber er schafft es weg. Er hat halt 5 Resist. Er kriegt einfach keinen Kill. Es ist schon Shutdown-Gold wert. Einmal diesen Cashout haben. Und dieses Spiel läuft halt so gut. Über 606. Über 620 Stacks. Ach du, Schande. Technologie wäre auch schön, wenn dreistellige Zahlen angezeigt werden. Jaja, das ist halt aber witzig. Es ist aber ein bisschen Speckhater so, warum auch immer. Dass da diese letzten Zahlen nicht angezeigt wird. Ja, aber wie gesagt, Teddy mit einer sehr stärken späten Ultimate. Wenn er da sofort rausultet, nachdem die erste Instanz von Caps aktiviert wurde, sollte er eigentlich gar keine Probleme haben, escapen zu können. Aber mit der zu späten Ultimate ist er halt einfach schon im Lebenspunkte-Bereich zu niedrig. So, jetzt gucken wir nochmal. Hat er seine Ultimate dann? Er hat halt schon Coolung auf der Ultimate, aber das ist ein Speckhater-Bug. Ja, das ist ein Speckhater-Bug. Ja, toll. Jetzt weiß ich ja nicht, ob er vorher Coolung gehabt hat, oder nicht? Toll! Danke! Ja, und der Black Shield sorgt dann dafür, dass man Caps einfach nicht snaren kann. Also, ich glaube, er hat seine Ult vorher parat gehabt. Dann hat er halt wirklich einfach zu spät dort. Ja, bitter für Caps, dass Kahn jetzt noch über die andere Seite dazukommt, aber zwei für ein straight war in Ordnung. Dann fliegt jetzt nochmal so ein dicker Poro-Arsch ins Bild mit rein. Vielleicht ein Poro-Rider. Ja. Ja. Perks. Wir gönnen ihm jetzt den Kill. Vor allem kann er sich dann erstmal schön ein Item kaufen. Das ist halt so relevant. Ich glaube, er kann sich fast zwei Items holen. Das ist ja mit dem Gold, das er vorher noch hat. Ja, er hat zwei Items für den Gold ein bisschen krass, aber... Naja, gut, ganz sicher nicht, das stimmt schon. Aber dieser eine einzige Kill ist halt so relevant hier. Die tun natürlich auch ohne diesen Kill, schon gut weit vorne. Haben sich jetzt hier auch in eine bessere Position herausgearbeitet, um diesen Ocean-Drag gleich contesten zu können. Wer der Dritte für sie? Ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Könnte man sich Schöneres vorstellen. Aber jetzt, Dennis, du hast es schon richtig gesagt. Um geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. So, gleich der nächste. Halt wieder ein Ocean-Drake. Ja, Sijani-Ultimate. Oh, aufgepasst. Da soll engaged werden. Man will Perks bekommen. Der wird aber nicht hochgeworfen. Jetzt hat man den Charmin dabei. Miki ist das mit zur Stelle. One Lap, Privat-Wall mit Kahn. Aber nein, ist das GA zur Stelle. Oh, Perks. Hol dir die Killz. Kann es auch. Hol dir die Killz. Jawohl. Perks kriegt das Gold. Und jetzt geht es weiter. G2 unterwegs. Und das muss man jetzt ausgeben hier. Sie führen hier goldtechnisch ziemlich weit. Und sie wollen den Ausgleich. Und da sind sie jetzt auch ein ganzes Stück näher gekommen. Wie viel war das gerade? 1700? 2600 hat er auf jeden Fall jetzt im Portemonnaie, der Junge. Das ist ein ordentlicher Cashout. Für 2700 hat er sich ordentlich... Er ist genau ein Item, wie du gesagt hast. Oh, Faker. Du lebst da gefährlich. Du lebst da sehr gefährlich. Hol den euch. Hol den euch. Sobald er jetzt hier gesehen wird. Ob, ja, da ist er. Oh. Da hat ein bisschen was... Oh, der trifft. Der trifft den Root jetzt. Aber das ist nicht genug Damage. Das hat man nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt. Man will natürlich auch nicht zu hart jetzt auf Faker committen. Das Faker hat auch nicht flasht. Wenn da alle weitergelaufen, das Beinang hätte getroffen, wäre er safe gold tot gewesen. Ein bisschen ärgerlich. Hat sich hier nochmal das Niko-Ultimate geschnappt. Ja, und ihr seht schon. Die Live-Gold-Difference liegt jetzt schon bei 6891. Und ich hab Batzen in der dritte Ocean Rake, der hier nochmal an G2 geht. Ja, damit hast du natürlich jetzt quasi einen Warmox auf jeden Mini-Warmox. Ja, vor allem Draven jetzt auch nochmal mit dem Phantom-Banzer, klingende Unendlichkeit und dem Blutdürst da oben rauf. So, jetzt rechnen wir mal nochmal. Ich glaube, es waren so 1600, 1600 Gold, wenn ich es richtig gesehen hatte. So, man engage erst mal. Perks kann aber noch locker flockig rauslaufen. Wird halt nicht direkt vom Scham erwischt. Kriegt jetzt hier die Y-Ultimate ab. Aber weischt da halt so ein bisschen ohne Follow-Up da. Weil Kahn auch die ganze Zeit von Wanda gezonet wird. Kommt einfach nicht an ihm vorbei. Jetzt hier, zack. Da kommt der Cashout. Über 1300 Gold über die Passive. Plus Shutdown, plus... Fehler halt. Ja, also ist quasi nur sein Phantom-Banzer jetzt. Ja, mit dem Fan... Musst du dir auch vorstellen, ne? Mit dem Schild vom Phantom-Banzer plus halt noch dem Live... dem Lebensraub vom Blutdürster und dem Schild, den er vom Blutdürster schon vorher aufbauen kann, ist er jetzt auch ultra-tanky. Also du kannst diesen Draven nicht einfach wieder rausfokussen. Mit Draven und Akadi hast du gerade zwei Carries, die halt auf jeden Fall eine ordentliche Bedrohung darstellen. Ich bin jetzt in der Lage, Druck auf den Nasher auszuüben. Das ganze Spielchen jetzt, um den Gegner hereinzulocken in die Falle. Vorteil ist da. Ah, Caps. Kali ist ein fairer Champion. Findest du. Bola ist raus. Ultimate sitzt auf Cooldown. Und Caps, da muss er aufpassen, wird er hochgeworfen. Hat jetzt sein Ultimate natürlich nicht mehr. Kann sich da aber nochmal kurz an die Unverfruchtbar machen. Weiter geht's. Klit, jetzt geht Kahn da rein. Wanda in guter Position allerdings. Und das könnt ihr entscheiden. Seid Wanda mit dem ersten Kill mit dabei. Mike X vorne. Zwei Mann erstmal beschäftigt. Ist jetzt down. Faker low. Abgold. Double Kipp für Wanda. Kahn geht nochmal durch. Und da ist der Shutdown gegen Perks. Aber der hat seinen Sex vor abgebaut. Und das ist wichtig. Ja, eben drum. Da braucht er sich nicht so viel Sorgen machen. Kahn wird immer noch gejagt. Caps. Holt ihn euch. Holt ihn euch. Jawoll. Ja, der kommt nicht voraus. Keine Chance, Caps. Zack, Pferdelasagne im Angebot, Freunde. Ab jetzt wieder. Und damit G2 hier in der Überzahl. Nur noch Teddy, der hier verteidigen könnte. Und dann geht man auf den Bernd. Sie haben mit Wanda immer noch einen DPSler mit dabei. Also es geht wirklich, diesen Nasher hier zu starten. Teleport von Caps würde zu Not auch da sein, falls er mal resetten muss. Aber hier kann man einfach durchziehen. Lediglich einer, der sich bedrohen kann. Und der reicht hier nicht, um allein einen Unterschied zu machen. Die Akali Ultimate ist auch fast wieder parat. Teddy probiert. Oh, Klit kommt auch nicht mehr in Reichweite. Der sollte safe sein, der Nasher. Der geht hier an G2. Damit vielleicht die Möglichkeit, dieses Spiel maßgeblich voranzutreiben. Ja, und vor allem auch Teleport hier nochmal bekommen. Da war man zu spät, SGT. Oh, das sieht verdammt gut aus. Hier nochmal die Situation. Caps erstmal im Duell mit Faker. Kann die Ultimate mit seiner dodgen. Das ist ja auch hier die Entscheidung, wo man versucht zu engagen. Um den Zipfait mitzunehmen. Caps hat da seine Ultimate raus. Kann die zweite Stance jetzt nochmal als Gap-Closter nutzen, um ein Klit ranzukommen. Der versucht zu turnen. Aber Caps hat immer noch seine Shroud. Versteckt sich jetzt. Kann auch direkt hier nochmal seine Stopwatch, beziehungsweise Stunden das einsetzen, um sich halt auch in der Shroud nicht abholen zu lassen. Und daraufhin, es ist halt viel schon mal was an Cool-Dunz fehlt bei SKT. Die danach ein gutes Hack-Rim-Ultimate bekommen. Das war es dann aber auch. Die Carries können sich relativ frei bewegen. Gerade für Draven bedeutet es halt viele Möglichkeiten. Der wird letztendlich von Khan nochmal weggeburstet. Und da muss ich auch sagen, der Hack-Rim-Damage ist halt auch nicht von dieser Welt. Khan hat dann nochmal seine Chance gesehen. Und damit halt auch erstmal einen sehr frühen, sehr schnellen Nash-Rush verhindert. Aber er kann diesen Nash-Rush, beziehungsweise den Nash an sich... Oh, weiter geht's hier, Faker. Der läuft und läuft. Aber das ist kein Usain Bolt. Hat nochmal die Nico-Ultimate, die Dodge-Man, Caps and Air. Und da gönnt man sich den Jungen Wanda mit dem Kill. Und weiter geht's. G2 jetzt weiterhin in der Überzahl. Der ist dann Star-Teleport hier auch nochmal unterwegs. Man will das, kann sie ja nochmal fighten. Jankos ist inzwischen auch gut. Tanki, Redemption am Start. Turm ist down, weiter geht's für G2. Und sie wollen SGT hier zeigen, wo der Hammer hängt. Und vor allem wer den größeren Hammer hier hat, um diese Tür mal einzureißen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein richtig dicker Vorschlaghammer. Der erste Turm stand da überhaupt nicht lange. Inip Turret genommen. Inip gar kein Problem, den hier mit einzureißen. Der Nash-Rush darf immer noch fahren. Sie haben sogar noch einen guten Wave mit dabei. Caps joint, doch sie wollen das frühe Ende haben. Sie wollen gar nicht warten. Faker noch 20 Sekunden Timer auf seinen Tod. Erster, nächstes Turm ist down. Oh, ganz wichtig. Sire-Ultimate ist draußen. Der Charm jetzt. Shutdown ist da gegen Wanda. Man kriegt hier nochmal das GA. Karn jetzt weiter am Verteidigen. Und Klitt keine Chance. Perkz mit dem nächsten Kill für seine Passive. Ah, sie haben das Problem mit dem Nash-Buff. Laufen die Kennenman jetzt halt nicht in Turmreichweite. Dadurch können sie die Türme nicht attackieren. Faker wieder respawnt. Oh, Teleport jetzt hier. Teleport. G2 war da lange drin. Karn jetzt will flankieren. Schön gemacht hier. Geht da allerdings nochmal durch. Black steht gegen Perkz. Perkz kann er sich nochmal rausfinden. Hier ist die Frage. Wenn deswegen jetzt weiter der Kill gegen Perkz jetzt. Aber Caps ist noch am Start. Jacob zeigt das Ganze sehr, sehr gut. Double Kill hier für Caps. Und das könnte hier nochmal wichtig sein. Triple Kill. Komm, hol den nächsten auch noch, Junge. Mach den Quarter. Mach ihn. Und dann gegen Karn. Der holt den Quarter Kill. Und das ist der Inhib. Und jetzt schaut man sich einfach mal die Todesteile mal an. G2 ist unterwegs. Das Ganze hier auszugleichen. Lediglich Clint steht da. Wie verloren. Ganz alleine. Und niemand ist da ihm zu helfen. Und weißt du was? Das ist hier komplett egal. G2 reicht ja. Penta Kill. Penta Kill für Caps. Und das ist mal ein dickes Ausrufezeichen. G2 mit dem Ausgleich hier. Schöne hauptische Statistik. Der Penta Kill für den europäischen Midlaner oben rauf. Caps außer Rand und Bann. Und das wird sich jetzt KT 2 zu 2 überlegen. Eine Baye in Morgana zu picken. Eine Arcadi offen zu lassen. Das kannst du dir gegen den G2 nicht erlauben. Die holen sich diesen Sieg safe nach Hause. Das ist wirklich ein Comeback hier nach diesem ersten Spiel. Wo man ganz deutlich verloren hat. Jetzt so zurückgekommen. Nach so einer langen Pause. Das ist wirklich wichtig. Auch für die Psyche. Weniger gut für mein Herz. Aber das ist mir egal. Heute ist da sowieso Herzschlag-Finale. In mehrfacher Hinsicht. Auch wenn wir hier im Halbfinale sind. Ja, gerne nochmal so zwei solcher Games. Ich sag mal auch, wenn da ein paar Päuschen mit dazwischen waren. Aber G2 hat sich diesmal in den Draft deutlich besser präsentieren können. Und ich finde, das hat man auch in-game sehr stark gemerkt. Es war ein bisschen unglücklich, dass die Draven-Kills sehr lange haben auf sich warten lassen. Aber irgendwann kam der eine Kill, war ein bisschen zu weit vorne. Man konnte halt Draven auch in der Backline nicht wirklich attackieren. Immer wieder die Blacksheets, die dazwischen stehen. Immer wieder der Peer vom eigenen Team. Immer wieder Akali. Die halt Zonen schafft. Weil auch Akali musst du halt irgendwo respektieren, wenn sie in dein eigenes Team reintaucht. Ja, und dann kommt halt irgendwann dieser Cash-Out. Draven ist dann halt auch sehr, sehr gut im Spiel mit drin. Der nächste Erfolg danach und G2 holt sich dieses Ding. Ja, und das auch hochverdient. Es war auch wirklich schön kontrolliert gespielt. Also sie hatten die ganze Zeit ihren Gameplan und auch so durchgezogen. Der Draft war super. Also da muss man auch Grabs einfach mal loben. Das ist komplett aufgegangen. Sie hatten die Pressure-Lane auf der Top. Auch wenn Khan wirklich die All-Ins gut gespielt hat, so hat Wanda jedes Mal gut drauf reagiert und ihn am Ende trotzdem drücken können. Habs einmal gefeedet. Ab dem Blade. Ab dem Blade war es vorbei. Vorher war es halt mehr so eine kleine Poke-Geschichte und All-In-Geschichte. Nachdem man abgetradet hat. Hin und wieder musste Jankos auch ein bisschen helfen, dass er halt einfach gecovert hat, weil es ein Y-Gang kommt. Wie gesagt, Nico ist gegen zwei Leute dann schon sehr anfällig. Das war da auch bei dieser Semi-Dive-Geschichte zum Beispiel geschafft hat, noch 1 zu 1 zu traden. Vor allem der Teleport auf der Top-Lane, wo er erst abgeholt worden ist durch den All-Infunkan. Das waren halt so wichtige Geschichten, um halt die Nico auch relevant zu halten. Aber du hast es schon richtig gesagt. Nico, Pressure-Lane auf der Top-Lane mit Raven und Morgana, Pressure-Lane auf der Bot-Lane. Mitte ist halt vollkommen fein. Und dann ist Caps auch gefeedet. Akali auf Caps ist sowieso eine Sache, wo man sich dreimal überlegen sollte. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt eine Akali-Band wird. Ja, also ich meine, das war ja im ersten Spiel auch schon Phase. Ich denke, jetzt beim nächsten Mal wird auch Akali wieder rausgenommen. Ein Champion ist halt einfach ein bisschen, wenn du jemanden hast, der weiß, was er tut auf den Champion, der ihn ausreizen kann, doch ein bisschen zu hart, was die Limits angeht. Ja, hier von dir angesprochen, dieser Gang mit dem Return-Kill noch. Durch Jankos. Ist halt so wichtig, dass er es antizipieren kann. Und weiß, wie Klit da im Perf und worum er spielt. Im Allgemeinen muss man auch sagen, für Jankos ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Die Bot-Lane zum Beispiel ist halt für Klit einfach sehr schwer zu ganken. Du hast zwar nur ein Black Shield, kannst also nicht zwei Leute mit einem Black Shield dort unten beschützen. Oder hier auch Teddy mit der Ultimate, wo er einfach ein bisschen zu spät kommt. Der erste Double-Kill, den Caps hier bekommt, damit er sich halt auch schon mal richtig gut mit ins Game reinkatapultiert. Auch wenn er da abgeholt wird. Die zwei Kills, die auf beide Bot-Lane dazu erzielen, ist halt notwendig dafür, dass man dann die Türme hier vorne bekommt. Und vor allen Dingen ist er gegen jetzt ein Unterzahl, und er trefft halt immer wieder diese Bindings. Also auch Mickey auf Morgana hier ein Abstandsmonster gewesen. Der Black Shield zieht nur daher, klar, der war super worth, aber auch die Bindings sind da klasse gekommen. Ja, ja, Mickey hat hier wirklich den Scharfschützen gespielt. Hier hatte man noch versucht, Caps zu bekommen, aber der hat sich noch mal in die Stopwatch retten können. Und wichtig hier, dass er lange überlebt für den Damage. Man sieht es halt. Wanda dann der Aufräumer in der Szene. So ein bisschen der kleine Kill hinterher, der Kill, der Genugtuung, dass man Brave wird kommen, da hat er seine Stacks aber bereits entleert gehabt. Man hat also nicht mehr ganz so viel Wert. Kahn wieder noch erwischt. Hier den Enter natürlich noch mal zeigen. Das ist auch sexy. Akali ist halt so mobil, er kann sich immer wieder in der Stroud verstecken. Er nimmt halt beide Bot-Lane raus. Er burstet halt einfach Teddy und Marta zusammen. Ja, das ist schon ganz gut, wenn ein Assassin halt auch mehrere gleichzeitig angehen kann. Haben natürlich auch sehr miteinander gekuschelt, aber im Endeffekt ist das ja auch Rackhards Aufgabe. So, er versucht halt immer wieder zu seinem Articaree zu dashen und den halt zu peelen, immer wieder durchzuschielten. Aber für Akali ist es natürlich ein gefundenes Fressen, wenn sich Leute direkt aufeinander positionieren. Und hier ist es halt auch ganz wichtig, dass er mittlerweile die Abänderung gibt, wenn du einen Quarrow-Kill hast, geht der Timer, also bis du einen Pentakill bekommen kannst, erst dann wieder auf Reset, wenn die ganzen Gegner, die du getötet hast, respawnen. Und bei Y ist es halt eben, der ist der Fall gewesen, dass sie kurz danach respawn ist. Sie zählt also immer noch für den Pentakill. Man sorgt auch dafür, dass man halt im Fountain noch den Dive durchbekommt. Caps also mit seinem statistisch richtig leckeren Pentakill. Ja, da war noch der Quarrow-Kill. Und dann direkt in so Pentakill gleich. Hat mich ja auch gespannt. Jetzt haben wir ja gleich wieder Einblicke in die Voices von G2. Mal gucken, wie hektisch es da bei ihm ging. Ja, der freut sich. Da muss er grinsen. Das nimmt er gerne mit. Der hätte jetzt nochmal ein Bild von Daddy im Publikum zeigen müssen. Ja, einfach mal den Pentakill rauskauen und damit den Ausgleich erzielt. Ganz wichtiger Ausgleich natürlich. Csakos guckt hier ein bisschen grimmig. Der ist ja hochkonzentriert. Oh, oh, come on, come on, come on. Oh, shit! Good job, good job, good job, good job, good job. Honestly, for me then it gets a Pentakill. Okay, 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 we should enter. Yeah, 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 yeah. I have shield. Just don't, don't... Why did we get mid? Oh, it's too late now. I hit, I hit, I hit here. The next wave is coming, next wave is coming. I shield you, right? I sign ult. They go in, Rakan. They're on me, they're on me, they're on me. I'm dead, I'm dead, okay? It's all you, it's all you. It's fine, it's fine. Silas in 10, Silas in 10. Kill 5, kill 5, kill 5. Shield in 2, shield in 2. Block his Q. Silas in 10, okay. Silas in 10, he will have whatever ult he wants, okay? He can take a Kalu. They're going to us, we win, we win, okay? Yeah, yeah, I still have to shield for Draven. I can, I don't mind. What if we go mid? What if we go mid instead? Silas can take whatever ult he wants, here's a Kalu ult. Yeah, it's fine, it's fine, he can't do anything. That's you, that's you, that's you, that's me, I'll go on him. It's Ekram? Yeah. Yeah, we can just run on him. They'll go hard for Draven. I help. Akali, Akali is fucking them. I'm coming for Akali, I'm coming Akali. I have shield for you, I have shield for you. I'll give you stun, I'll give you stun, I'll give you stun. Kuzaras? Run to me, run to me, run to me. Honestly, like, we have baby faker and they have faker. Oh. Quadra kill! Quadra kill! We can end, we can end. I need Penta, I need Penta. Yeah, go for it. He used ult, he used ult before he died. I don't know if it went cool on, I don't know if it went cool on. Yeah, I did, I did. Got black shield? Yeah, I do, I do. Q, you Q, you Q. I tank, I tank, I tank, I tank, I tank. I'm tanking, I'm tanking. Game Penta, game fucking Penta. Oh. Oh. Come on, come on, come on. Oh, shit! Good job, good job, good job. Honestly, if a winner gets a Penta, we should end by the way. I have shield. He is not even running from base, it's fine. Minions, minions. Actually, he's so nice, he gave Penta. I would not give Penta there. But he was running. Ai, ai, ai. Vor allem auch die Ansage der Q-Awner, I need Penta, I need Penta. Aber ich finde sehr wichtig, dass hier, also hier, das finde ich, war so ein ganz typisches Crawling, dass du halt immer die Damage-Targets quasi gecawlt bekommst, so wer ist im Fokus. Wer hat die Ulti-Crawl-Crawl-Crawl. Auch ganz wichtig, genau, dass halt Cooldowns gecawlt wurden. Jedes Mal Black Shield und Shields, die man nutzen konnte, damit man halt genau weiß, wo liegen meine Grenzen, wie tief kann ich noch gehen. Also das war hier gerade zum Beispiel ganz klar rauszuhören. Ja, gerade da diese Cooldowns, diese wichtigen Cooldowns, wie zum Beispiel die Y-Ultimate und so weiter und so fort. Oder Rakan, wenn er reingeht. Ja, du weißt, okay, reicht natürlich, wenn jeder quasi seinen Gegenpart trackt, je nachdem, aber gerade diese Spielübersicht und ja, in dem Szenario war man natürlich schon gut vorne, aber nichtsdestotrotz, wir haben auch schon manche Teams gesehen, die so ein Fight dann verlieren und das kann dann natürlich katastrophal sein für die Team-Moral. Hier mit dem Penta das Spiel abzuschießen, ist natürlich einfach großartig. Und was wir natürlich jetzt machen werden, ist in eine kurze Pause gehen und dann sehen wir uns gleich wieder mit dem dritten Spiel und so kann es gerne weitergehen. G2 gegen SKT. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020 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 schon mal. Oh, Galio, Jarvan. Das ist eine potente Kombo. Ja, das ist halt ein schönes Synergie-Kombo. Jarvan, der färscht alle zusammen, sperrt sie ein und Galio markiert das gesamte Gebiet, um danach halt seinen Knock-Up gut verwerten zu können. Beide Champions harmonieren da wirklich wunderbar zusammen. Und lassen hier und da halt auch mal Tower-Dives durchaus zu. Was damit natürlich schon einiges verraten. Gerade auch bei Galio ist es halt die Flexibilität momentan weniger gegeben. Galio ist da wirklich auf der Support-Position deutlich besser dran. Das Ganze versucht man jetzt mit dem melee-starken Support zu beantworten. Der gute Braum. Jetzt muss er sich natürlich überlegen. Braum, Synergien, Ezreal ist da einer, der ganz vorne steht. Vor allen Dingen auch für Teddy in seinem Champion-Kit. Ja, Teddy sehr, sehr starker und begnadeter Ezreal-Spieler. Kaiser natürlich auch ein sehr starker, potenter Pick. Und Lucien selber wäre quasi dieser zweite Synergie-Champion zusammen mit Braum gewesen. Über die passive, über seine zwei Shot-Mechanic kann er quasi Braum-Passives sehr, sehr schnell auslösen. Und wenn der Gegner erstmal steht, dann ist er halt auch easy zu bursten. Dementsprechend kann man diesen Bann hier auch durchaus verstehen. Ja, man muss aber auch sagen, die Jarvan, die Galio-Ultimate, da freut sich ein Karren drüber. Ich meine, das Engage-Potenzial bei G2 ist gerade enorm. Aber wirklich einfach Jarvan Engage, Galio-Ultimate drauf und Kaiser hat halt über die halbe Map trotzdem noch ein Follow-Up mit ihrer eigenen Ultimate. Das ist natürlich ein Szenario, das halt nicht so oft zustande kommt. Also man redet sich das immer so ein bisschen schön. Ja, man muss auch erst mal treffen. Genau, in der Theorie wirkt halt alles so geil. In der Praxis ist es dann doch nicht ganz so einfach umzusetzen. Und auch da muss man sagen, Rek'Sai zum Beispiel, wenn ich Jarvan und Rek'Sai miteinander vergleiche, ist Rek'Sai so eher mein Liebling von beiden, weil er sich vor allen Dingen auch gegen Jarvan selber ganz gut funktioniert. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich mag Jarvan lieber, weil er später ein Teamfight zu nützlicher ist. Ja, stimmt. Also Scaling-mäßig gebe ich dir vollkommen recht. Rek'Sai ist da später eher noch so ein bisschen der... Ja, also mit Rek'Sai musst du das Early-Game dominieren, ansonsten hast du ein Problem. Ja, das Late-Game von Rek'Sai ist da halt eher ein bisschen meh. Ja, und da sehe ich halt auf dem aktuellen Niveau ist... Also du hast selten solche Spiele, wo es dann so dominant ist. Wir haben jetzt Wladimir, also nochmal Scaling mit drin bei G2. Ich muss dir halt einfach so ein Szenario vorstellen. Alle werden halt vom Kataklysmus zusammengefärscht, alle werden genock-up, dann hast du halt einfach nochmal die AOE-Damage-Maschine schlechthin mit dem Gegner drin. Sehr gute Wladimir. Aber auf deiner Seite mit Cannon geht man diesen Teamfight-Schritt mit. Ja, vor allem wenn du dir jetzt SKT's Draft anschaust, sind sie halt sehr Early-Mid-Game orientiert. Sie haben halt gute Lanes mit dabei. Varus würde ich ja auch voll verstehen. Auch er ist halt eher derjenige, der halt früh in der Lane nach vorne kommt und früh halt dort so ein bisschen Ton angeben kann. Auch Rek'Sai erfüllt diesen Zweck. Silas, der halt ab der Landing-Fashion vollkommen in Ordnung ist, auch Cannon. Boah, hast du vielleicht ein bisschen sehr Hard-Skating jetzt beantwortet. Ja, mit Azir, Range und... Boah, also... Ich sag mal, ab 30 Minuten? G2? Ich glaub schon vorher. Also, ab drei Items wird's halt richtig kritisch für SKT und richtig gut für G2. Das Late-Game-Scaling, das sie hier aufweisen, ist halt brutal stark. Ein bisschen viel magischer Schaden vielleicht? Boah, aber... Ist fein. Also, du hast ja Jarvan und Kaiser. Das ist schon okay. Und ich glaube, es wird nicht an Schaden mangeln, wenn ich mir die Komponentur schaue. Ja, das ist halt so ein spannender Punkt. Und selbst wenn im Late-Game halt bei den Gegnern ein paar Magie-Ressenten vorhanden sind, der Scaling-technisch ist da einfach niemand, der G2 hier gerade gefährlich werden kann. Auf jeder einzelnen Position haben sie da halt ein hervorragendes Scaling, hervorragende Damage-Werte oder auch Tankiness-Werte im Late-Game, weil sie teilen sich den Job so ein bisschen, ne? Und Wladimir ist quasi... Er wirkt immer so ein bisschen tanky über seinen großen Lebenspunkte-Pool, den er dann doch hat. Aber letzten Endes ist er halt eigentlich schon relativ squishy. Du kannst ihn halt bloß nie richtig durchfokussieren. Weil er regeneriert quasi über die Zeit hinweg immer wieder Leben, ultet dich, geht in die Stopwatch rein, geht halt in seinen Pool mit rein, kann sich währenddessen halt immer wieder gegen Heilen auch cooler zu überbrücken, was ihm halt diese künstliche Tankiness verpasst. Ja. Ich bin super gespannt auf dieses Spiel. Also... G2 muss aufpassen, dass sie nicht im Early-Game unter die Räder kommen. Sollten sie nach 30 Minuten noch even sein, dann haben sie auf jeden Fall die besten Karten. Das ist tatsächlich der einzige mögliche Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass G2 dieses Game verliert, dass sie halt einfach zu cocky sind, dass sie halt zu hart diese Solo-Lanes dominieren wollen und dadurch Fehler machen und nach hinten fallen. Ich hoffe es nicht, weil sie müssen nichts dominieren. Sie müssen einfach nur... Eben drum. Nach 30 Minuten even ist Game gewonnen. So. Also vorausgesetzt natürlich, du machst keinen dummen Fehler. Aber das killt halt immer. Du kannst die beste Scali-Komper haben, wenn du Kacke spielst, dann ist halt Kacke. Dann ist egal. Tja, wie auch immer es kommt, das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen rein in Game Nummer 3. SKT gegen G2. Ja, da sind wir am Start. Spiel Nummer 3, Leute. Da können wir ruhig nochmal klatschen und sich freuen. Und generell will ich da die Party abgehen sehen. Stell dir gerade vor, wie jetzt die Leute alleine vor ihm rechter zu Hause sitzen, dass wir den hier machen. Da kann man mal klatschen. Ja. So sieht es aus. Wieso gibt es auch hier Claps und so. Gibt es auch im Twitch-Chat. Ja. Kappa-Clap gibt es auch. SKT sogar mit dem ersten etwas aggressiveren Versuch, den Gegner zu erwischen. Brom noch einer der Champions, der Level 1 extrem gut für Invades geeignet ist. Ein Q getroffen. Kriegst du halt die Passive auf den Gegner rauf, auch wenn es kein HCC in dem Moment ist. Aber der Slow bietet ja halt sehr viele Follow-Up-Möglichkeiten für dein Team. Dementsprechend muss man hier den Brom-Invade sehr hart respektieren. Weißt du, da kommen schon die Klatschen in den Chat. Ja, schon. Ich weiß doch, ich kann mich auf die Leute verlassen. Virtuelle Klatscher, beste Klatscher. Naja. Und die beste Klatscher hat immer noch Mori. Zu mir leid, Mori. Ja, da habe ich auch einen dran. Aber gut. Mark Caps gegen Faker. Wir sehen hier, SKT natürlich eben unter Zugzwang im Sinne von, dass sie das Spiel schnell gestalten müssen. Gibt hier den typischen Red Buff Pull natürlich. Ja, das ist für die Bot-Line halt immer so ein kleiner Nachteil. Also ich bin da kein großer Freund von. Der Jungler-Botzeit anfängt, dann auch noch ein Pull erwartet. Dreck-Safe-Level 1 ist noch nicht unbedingt der stärkste Jungler, was den Solo-Clear angeht. Ich mag ja so Support-Gems wie Zyra, weil da freut sich jeder Jungler. Ja, das ist richtig. Und dann hast du diesen Nachteil nicht unbedingt. Knallst mit deiner Passive ein Q rein und dann ist gut. Ja, hier sehen wir nochmal, ganz wichtig, dadurch, dass wir auf Patch 9.8 unterwegs sind, spawnen die Kreppchen noch früher. Ab dem nächsten Patch wird es dann erst bei 3 Minuten und 15 geschehen, was das Path in der Jungler natürlich nochmal ein bisschen anpasst. Hier Jarvan hat mit dem Level-2-Rush sofort die Krabber angegangen, Richtung Bot-Line unterwegs. Die sollten ehrlich gesagt da auf der Hut sein, sollten wissen, dass er da ist. Knock-Up. Marta. Oh, das ist ziemlich lohn. Die Wave ist gestorben, könnte versuchen, für den Dive zu gehen. Marta immer noch Level-1, wird aber gleich sein Level-2 erreichen. Nicht zu cocky sein, Leute. Genau. Das ist zu riskant jetzt mit Level-2. Weil Braum ist halt sehr, sehr stark gegen Dives. Generell Braum wahrscheinlich auf Level-1 auch der stärksten Bait-Champion. Oh, Caps noch Level-2. Wird sein Flash verlieren. Ja, 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 ja. Wichtig, dass er da nicht erwischt wird. Ja, das ist bitter für ihn. Aber auch Asi ist da halt eher der Champion, der halt auf Level-2 aufpassen muss. Bis dahin hast du nämlich dein W und dein Q geskillt. Hast aber noch keinen Dash. Er hat direkt danach Level-3 erreicht. Das heißt, es ist nicht ganz so schlimm für ihn. Den nächsten Gang könnte er auch so überwinden. Er hat auch den Rexhaar-Flash bekommen. Der Rexhaar-Flash ist jetzt ja auch hier nicht unerheblich wichtig. Der ist schon relevant für sie. Er hat noch Teleport-Caps. Also das heißt, er kann im Zweifelsfall natürlich viel spammen und dann nochmal ins Base gehen. Nichtsdestotrotz würde er jetzt erstmal ein bisschen defensiver stehen müssen. Das geht immer noch, wenn es vergleicht. Beide Midlaner haben halt Corrupting Potion draußen und Caps ist halt sogar ganz leicht im Farm vorne. Ja, und vor allem wichtig ist, er hat noch mehr Mana, als Faker das hat. Der jetzt Base-Gang, der sich Darkseal geholt hat direkt. Und jetzt geht's früh schon gegen Wanda. Der hat noch seinen Pool. Cenkos ist unterwegs. Oh, Javan ist unterwegs. Flash, Wanda. Der wird aber down sein. Oh, Faker ist auch down. Oh, Cenkos. Komm. Einen kannst du dir noch gönnen. Aber da ist halt keine Turm-Agro mehr. Naja, da kommt er nicht ganz hinterher. Zumindest der 1 gegen 1. Und jetzt hier das 2 gegen 2 auf der Bot-Side. Abraum ist halt eklig. Er macht das ja auch sehr, sehr gut. Das Cleanse, was man hier früh bei Teddy genutzt hat, damit man eben nicht in diesem Galio-Taunt-Bit hängen bleibt. Dadurch kann er sich direkt repositionieren, von hinten die ganze Zeit Schaden fahren. Cenkos oben konnte den Kill-Ein-Ausgleichen, aber First Blood kann den keiner wegnehmen. Da ist ein bisschen extra Gold oben drauf. Gleichzeitig halt auch für Wanda der große Nachteil, dass ich nicht halt viel Farm flöten gegangen bin. Boah, Caps ist richtig low. Klit unterwegs. Wichtig ist, dass er da den Dash hat abbrechen können. Caps läuft hier. Oh, der kommt gerade noch ab. Der Kill ist da. Cenkos holt er nochmal einen Return-Kill. Ist die Frage. Antwort wird Nein sein. Oh, die Kette. Ah, Double-Kill. Und jetzt hast du eine 3-0-Rexai nach viereinhalb Minuten. Und das ist der Grund, warum ich Rexai so liebe, und das auch oft über Jarvan, diese Gang-Paps und die Gap-Closer, die du halt so oft einsetzen kannst, sind halt deutlich effektiver, was ihn hier zu der absoluten Early-Mit-Game-Machine macht, was dann in Sachen Gangs und in Sachen Lane-Pressure. Wobei man fairerweise sagen muss, dass hier Caps vielleicht hätte warten sollen mit dem Dash, bevor es der Knock-Up draußen ist. Ohne Frage. Aber das ist halt, naja, das ist halt so ein bisschen schwierig. Das Problem bei dem AC-Dash ist ja Grundlegend, dass wenn du quasi dashst und der Gegner in dir drinsteht, kriegst du ein Schild, aber bleibst am Gegner hängen. Du musst also immer sehr frühzeitig dashen oder musst versuchen, ihn halt mit ein paar Steps halt zu outplayen, dass du halt ein bisschen von ihm wegkommst, in eine andere Richtung gleich dashen kannst und dahingehend halt Distanz wettmachen kannst. Aber in dem Fall halt einfach auch stark eingeschätzt vom Klit, der halt einfach sieht, okay, Jarvan ist zwar da, Jarvan hat aber seine EQ-Combo gerade genutzt und seine EQ-Combo hat einen höheren Cooldown als er mit seinem Tunnelgraben, wodurch er sich halt einfach entscheidet, ey, ich chase jetzt Caps noch, der hat 100 Leben, der kann eh nicht umdrehen. Gribt sich ja nochmal einmal in den Tunnel hinterher, kriegt den Kill raus, naja, und kriegt auch nochmal Follow-Up von seinem eigenen Mid-Laner, wodurch er halt auch den Jungler noch mit abholen kann. Jetzt könnte man natürlich aufs Gold schauen und sagen, okay, SKT führt ziemlich hart mit einer 3-0 Rek'Sai. Was man aber dem Dings bedenken muss, das Gold liegt halt überwiegend auf Klit und G2 hat die besser scalenden Lanes. Insofern, wenn Klit es nicht schafft, diesen Vorteil auf seine Lanes zu transportieren, ist alles gut für G2. Man sieht, Caps hat halt einen riesigen Farm-Vorsprung, Top-Lane ist auch okay, genauso wie Bot-Lane. Das sagt sich so einfach. Die Sache ist, Klit wird halt gleich mit Level 6 halt einen richtig krassen Power-Spike haben. Er hat jetzt den Warrior direkt fertig und wenn er dazu kommt, Caps zum Beispiel einmal hochzuschmeißen und Caps hat keinen defensiven Summonar dabei, wird er ihn wahrscheinlich in einer Rotation einfach shotten. Wir sehen hier nochmal. Schöne Statistiken, 1087 Damage. Ich mag nicht so Live-Statistiken. Ist ja wirklich gut mit dabei. Oh, das erste Plate gefallen. Kahn hat da den Vorteil auch early in diesem Matchup. Es ist halt wirklich, man merkt es regelrecht, dass dieser Draft halt early nicht gut war für G2 und dass ihr Spielplan ist, einfach nur auszuhalten. Einfach nur gegenhalten, farm, 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 Zeit hinaus zu gehören, um halt selber an die Scalings ranzukommen und dann später das Game rumzureißen. Thema Scaling. Dieser Höllendrache ist natürlich lecker und dem gönnt man sich seitens SGT. Na, da gibt es auch keine Möglichkeit. Der nächste Drache wird auch wieder ein Höllendrache sein. Mit den Losing Lanes aktuell halt diesen Drachen zu contesten. Hätte auch nichts gebracht, wenn Jank aus seiner Nähe ist. Ja. Ist ein bisschen schade, weil dadurch, dass der Drache jetzt so früh fällt, hat man keine Möglichkeit, Crossmap-mäßig das Ganze umzudrehen. Vor allem, weil der nächste Drache auch wieder ein Höllendrache sein wird. In einer Phase, wo SGT stark sein wird. Das ist halt wirklich ärgerlich. Das war im ersten Game schon ähnlich. Also dieses bisschen RNG, das es aktuell bei den Drachen gibt, spielt SGT wieder sehr stark in die Hände. Natürlich bitte an der Stelle. PG2. Okay, Kahn hat den, glaube ich, ganz kurz, Jank aus der Späte. Der ist immer noch Level 5. Ist halt fast zwei Level jetzt schon hinterher, hinter Klit. Der wird nämlich gleich Level 7 erreichen. Richtung Botlane ist unterwegs. Wurde hier nicht gespottet. Da steht keine Wort. Ja, aber die Botlane ist nicht da. Ja, ja. Wart mal ab. Wenn die das jetzt nicht frühzeitig erkennen oder facechecken. Oh. Wie gesagt, One-Shot-Warri, da war nicht mal die Ultimate mit drin. Oh Gott, der kommt gerade noch so raus. Halleluja, war das knapp. Aber genau das meine ich. Diese drei Kills, zusammen mit dem frühen Warrior, sind gepaart auf Rek'Sai halt so ein starker Power-Spike. Vor allem, Miki hat halt nicht mal flashen können. Also hätte er geflasht, hätte Klit wahrscheinlich nicht mehr der Air flashen müssen. Der ist im Knock-Up gestorben. Er ist legit im Knock-Up gestorben. Der wird hochgeworfen, wenn er runterkommt, klickt er den E-Von-Rexe ab und ist direkt gestorben. Vor allem, du rechnest ja nicht damit, weil die hygienische Botlane ist noch nicht da. Was sollte also der Jungler dort suchen? Also da kann man ihm ja nicht mal einen Vorwurf machen, sondern wenn du wardest, dann natürlich, wenn die gegnerische Botlane nicht da ist. So. War da hochgeworfen, zack. Smite drauf. Ja, er hätte Zeit gehabt zu flashen, aber es hätte nichts gebracht, weil er stand halt doof dafür. Ja, vor allem, wenn er jetzt da wegflasht, da gibt Rek'Sai Ultimate hinterher und er hat seinen Flash gegen eine vom Kugel her und deutlich kürzere Rek'Sai Ultimate getauscht. Wie gesagt, er hätte da wirklich nichts machen können. Er hat Pech gehabt, dass der Jungler da war. Naja, das Einzige, was er hätte machen können, ist halt nicht die Bus-Space checken. Ja, aber wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht. Wann soll er den denn sonst warden? Die botlane, die gegnerische botlane war ja gar nicht da. Also, dieser psychologische Faktor, wenn du halt denkst, der Gegner ist nicht da, spürst du wenig Risiko, aber Klitz ist halt da auch clever, dass er halt genau weiß, hey, ich kann jeden jetzt hops nehmen, ich kann auch im 1 gegen 2 hier erstmal locker stayen, vielleicht kann ich noch einen abgreifen und genau das passiert auch. Ist ja mit vielen unterwegs, noch einiges hat Gold, der war noch nicht shoppen danach. Muss man hier nochmal sagen, ist jetzt auch ein bisschen aggressiver unterwegs, Bankhouse Starfaker kommt mit dazu, Caps kann erst viel später rotieren, man kann hier den Turm ohne weiteres erstmal nicht verteidigen, man muss zusehen, wie Platings genommen werden, muss auf Caps warten und selbst dann ist das keine gute Idee und da kommt der Gage-Flash raus, Caps steht da über die Wand, macht er Damage, aber das wird nicht reichen, jetzt wird er nochmal hochgeworfen, Caps mit der Ultimate, aber, oh, die Bord hat gerade drauf. der hat so viel Damage am Start, aber Shutdown, immerhin nur 2 zu 1. Das war ein 750 Gold-Shutdown, aber, der Shutdown auf dem Full-Tank, auch nochmal bitter, Wunder muss auf der Top-Line, auch nochmal Flash, hat noch ein Stack drauf, das lohnt sich hier nicht für Kahn, hinterher zu flashen. Es geht nochmal weiter hier, auf der Bot-Seite, weiter Teleport, Jankos, Flash, ganz wichtig, noch den Turmschuss, oh, der Turmschuss, ganz wichtig, jetzt kommt Kahn nochmal mit dazu, Jankos ist so gut wie down, schön nochmal geturnt, jetzt mit der geile Ultimank, super Turm für G2 und Perks mit dem Kill, das war ganz stark. Oh ja, und auch ganz wichtig, also SKT hier weiter vorne kommt, klar, die müssen Druck aufbauen, die müssen Snowballs hart ausnutzen, aber Rek'Sai besitzt aktuell alle ihre Gold-Ressourcen, 5 von 6 Kills gehören ihr und da halt den Towerdive durchzuziehen, ohne dass sie da ist, ist sehr riskant, vor allem Teleport nochmal eingesetzt, komplett gewastet, von Free gestorben, das war wie eine schöne Lieferando-Bestellung, in den Mund von G2 und die freuen sich natürlich, werden jetzt hier ein bisschen dicker, komm schnell an die Scalings ran, Halleluja, also da hat sich SKT gerade ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, große Risiken in Kauf genommen und auch hart dafür bestraft worden. Ja, also das war gut nochmal für G2, dass man da hier die Returns-Kill bekommen hat, auch wenn Perks hier einiges an Farmen verloren hat durch die Szene, sind zwei Waves am Turm zerschollen. Sie hat wirklich bis nochmal den einzigen Nachteil daran, dass Jarvan hier Full-Tank ist und er die Kills bekommt. Also der Full-Tank geht, das ist vollkommen richtig, er muss hier eine Frontline darstellen für sein Team, im Endeffekt hat er bei Wladimir und Asier und auch Kaiser mehr als genug Damage-Quellen, aber die Gold-Verteilung ist dadurch jetzt natürlich für den aktuellen Zeitpunkt des Spiels sehr gut ausgewichtigt. Ja, aber es ist halt auch bei SKT nicht sehr viel anders, da sind die Kills alle auf Klit und Jarvan. Ja, aber der Unterschied ist halt, dass Jarvan halt auch damit Carrying kann, ein Tank Jarvan kann damit halt nicht so hart Carrying. Es ist halt einfach goldeffizienter angelegt, das Gold bei ihm. Ja, in dieser Phase aber. In dieser Phase, klar. Später ist der Jarvan deutlich nützlich, Das stimmt. Das sag ich ja auch, er macht es halt schon richtig, es ist halt bloß unglücklich, dass er eben diese Shutdowns bekommen hat, die halt auf dem Carry, die halt dieses Scalings braucht und da schnell ran möchte, besser aufgehoben werden. Es gibt immer was zu meckern, ja, wir sind ja schließlich in Deutschland. Ist ja kein Meckern, ist ja auch unglücklich. Wie gesagt, er kann ja überhaupt nichts dafür, ist ja auch vollkommen richtig, dass er die Kills nimmt will, ein anderer hätte sich nicht nehmen können. Ist ja kein Fehler an der Stelle. Das ist halt einfach der Nachteil, der Munter bei G2 noch besteht. Ja, hier gibt es erstmal einen Harry, der war, das ist ja auch das dritte Game mit dem dritten Harry und das dritte Mal, dass er bei SKT landet. Ja, aber der Drache ist live. Problem ist halt nur, dass er gerade erst gespawnt, noch kann man sich den nicht gönnen. Wird auch sofort eingesetzt, also jetzt muss man eigentlich für den Crossmap Play gehen. Jankos ist dabei. Ich frage, das kommt man doch rechtzeitig hin. Also Klitsch ist halt direkt auf dem Weg. Turret First Blood wird in jedem Fall fallen, dazu braucht er nicht da bleiben. Kahn hat aber kein Teleport mehr, genauso bin ich aber Wanda. Reksafe wird bei diesem Drachen nicht rechtzeitig, da habe ich jetzt noch was zu knapp. Malzapfen rüber, Marta ist früh mit dabei und wenn es raus, der Drache ist sicher. So jetzt ist die Frage, wie teuer wird der Drache werden. Die Ultimate Faker und zwei Mann müssen dafür bezahlen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nicht worth gewesen für G2. Sie haben halt sowieso die besseren Scalings. Ist natürlich geil, dass der Gegner ihn nicht nehmen kann und sie müssen halt irgendwo dieses Risiko eingehen, ansonsten gibt es halt den nächsten Free Infernal Drake für den Gegner oben rauf. Aber 4000 Gold jetzt hinten und da kommt ja noch einiges noch dazu jetzt an Platings auf der Midlane. Eben drum, weil sie kann, also diese Scalings von Infernal Drake können sie gerade noch reell nicht verwerten und aktuell sind halt die rohen Goldwerte für SKT wertvoller als sogar so ein Drache, wenn sie es tauschen können, ausgleichen, sich aussuchen könnten. Oh, Klitter wartet immer noch. Caps hat jetzt seinen Teleport eingesetzt, aber hier wird man nicht weiterkommen. Klittert auch immer noch seinen Coolern auf dem Flash. Zumindest hat Caps jetzt Nashos, damit kann er die Wave deutlich schneller kieren. So, und hier sehen wir es nochmal. Ich meine, hier ist ganz klar, Archie2 muss jetzt versuchen, den Drag durchzuziehen. Wenn sie den verlieren und die Kills verlieren, ist halt vorbei. Also hier, klare Priorisierung ist auch richtig so. Micky steht dadurch in einer sehr ungünstigen Lage, muss er aber hin. Die zwei Kills sind dadurch unvermeidbar. Aber na ja, immerhin der eine Infernal Drake, den man jetzt mal oben rauf hat. Wenn sie lange genug durchhalten, würde er sich natürlich später rentieren. Aber da liegt halt immer wieder der Fokus auf später. Wenn du solche Kombos spielst, dann würdest du halt auch früh halt leichte Leads gerne mitnehmen, um halt eben diese Scalings durchzubringen. Das ist richtig. Und das ist halt auch immer der Unterschied zwischen absoluten und relativen Zahlen. Die einen kicken später als die anderen rein. So is it. Ja, mit Lentum steht immerhin noch. Dann muss ich jetzt auch erst mal überlegen, wie er weitermacht, jetzt wo der Top Lentum genommen wurde. Das ist ja der Aufgabe halt nicht mehr ganz so vielfältig. Musst du auch so ein bisschen auf seinen Teleport warten, um eine gute Flankierung hinzukriegen. Bisher spielt G2, beziehungsweise auch SKT natürlich voll nach ihren Winning Conditions. Gas geben, Kontrolle, weiterhin halten, Druck aufbauen. So, da ist besonders diese Phase nachher zwischen 20 und 30 Minuten wird hier nochmal extrem wichtig werden. Und alles, was danach kommt, wird dann in die Richtung von G2 sich langsam wenden. Ärgerlich natürlich, dass der nächste Drache auch wieder ein Höllendrache ist. Ist halt wirklich richtig ärgerlich. Also, wenn es jetzt irgendwie... Ich werde die Tue immerhin den anderen jetzt bekommen. Ja, ja. Deswegen wäre es auch nicht so schlimm, den abzugeben, den Zweiten. Der Zweite bringt nicht mehr ganz so viel wie der Erste. Natürlich trotzdem ordentlich. Oh, Caps muss ein bisschen aufpassen. Hat aber die Kontrollwatch hier schon Klit und Faker gesehen. Die beide so ein bisschen auf der Jagd sind. Können aber nicht alleine reingehen. Im Endeffekt hat man halt zwei Fronten da aufgebaut und da gegen vier Leute von einer Seite einfach einzumarschieren ist nicht möglich. Ah, gut sein Geld zu versuchen. Ah, wichtig. Der Flash hier von Faker. Caps. Sie verlieren aber dafür den Botland-Turm. Hat aber selber... Ja, sie verlieren den Botland-Turm. Caps hat ja selber geflasht, die Ultimate genutzt. Jetzt Wanda gegen Kahn. Und da oben rotiert Cenkos hoch. Flash jetzt. Und der macht er alleine, oder? Kahn jetzt mit der Ultimate im Pool. Und es reicht für Wanda. Er macht den Solo-Kill. Na, starkes Spiel von ihm. Der gute alte Wladimir. Zu weit nach vorne von Kahn. Da war er wirklich zu deep. Na, vor allem hat er sein Morellus noch nicht fertig. Wladimir kann sich halt auch so gut gegenheilen. Da wird ein Protobank mit einem sehr guten Fawerspike. Da war mal ganz kurz den Adi-Carib zu sehen, der aber direkt verschwunden ist. Zu früh, zu spät da rein. Der Flasht jetzt über die Wand. Aber da kommt die Rex-2. Ultimate, aber gute Stop-Word. Cenkos ist nochmal da. Caps kann er nochmal Damage machen, ist die Frage. Denny mit dem Kill hier. Cenkos, auch er muss flashen. Und es ist natürlich nicht genug Damage in dieser Phase. Später, Azir, gib dem mal ein Item mehr oder zwei. Meine Caps hatte gerade eine gute Gelegenheit viel Damage zu fahren, aber viel ist jetzt hier an der Stelle halt auch noch relativ wenig. Er hat halt nur einen Nachschoss. Genau, das ist der Punkt. Azir ist noch lange nicht bei seinen Scalings angekommen. Wenn du halt dieses Spielszenario bis eben zustande gekommen bist, wenn du das halt nochmal in 15 Minuten hast, wird Azir alles zerschneiden, alles zerhexeln. Schauen wir uns hier mal Schaden von Rex an. 7500. Also fast so viel Damage wie Caps und Perks zusammen. Auch wenn man sich halt diese ganze Etappe innerhalb der Playing-Phase und der Gruppenphase anschaut, war Rexhael bisher der wahrscheinlich dominanteste Jungler in diesem Turnier. Hier war natürlich auf Klitz zu sehen. 7-1 steht er. Und auch Winrate-technisch ist Rexhael halt ganz, ganz oben da mit bei. So, hier sehen wir uns nochmal an der Wiederholung. Einfach Perks bis zu weit da vorne gesteppt. Er hat halt keine Vision, ne? Links steht die Control Award. Er wird halt selber dann gespottet. Und das ist halt... Diesmal ist er wirklich im Knock-Up gestorben. Not even close. Ja, und Mickey hätte halt wahrscheinlich sofort flashen sollen. Als er hier mit dem Lebenspunkt-Pool flasht, kann er zwar noch in den Stopwatch gehen, um die Rexhael Ultimate zu dodgen, aber Rexhael kann halt nicht gewonshottet werden und dahinter kommt The Brom Ultimate. Die Gegner werden halt alle auf der Stelle gehalten, müssen halt auch nochmal rausflaschen. Also SKT ist sich hier ihrer Stärke bewusst und nehmen die Kills dann auch dankbar an. Oh, nicht sein Furnal Break. Gleich am Start. Der Stun nochmal gegen Wanda, aber Khan hat jetzt alles raus. Und so. Keine Heilung. 522 nochmal oben rauf. Halleluja. Und da die Kuller uns erstmal da sind bei Vladimir, dann hast du nicht mehr so viel Spaß. Aber ganz wichtig, Khan hat immer noch kein Morelos fertig. Jetzt erst hat er das fertigstellen können. Morelos kann halt in so einem kleinen Team-Fall natürlich also in so einem kleinen 1 gegen 1 eher den Unterschied nochmal ausmachen. Ja, das war zu erwarten. Der zweite Furnal-Drake ist zu weit vor, ne? der S-GT jetzt genommen wurde. Der nächste wird halt Gott sei Dank Cloud-Drake sein. Ja. Gut, Höllen-Drake kann es auch nicht mehr werden. So, Top-Lane-Turm bekommen von Wanda. Man muss den Mid-Lane-Turm dafür aufgeben. Es ist aber, wie gesagt, wichtig, G2 nicht zu viel zu verlieren. Sie sind eben eine gute Stange hinten. Aber so länger das Spiel geht, desto höher, desto besser werden die Chancen für G2. Ja, also direkt den Versatz aufgestellt um zumindest die Pressure ein bisschen halten zu können und noch mal Sicherheit für Azee zu bieten. Da ist seine passive halt eine einzigartige Möglichkeit. Ja, aber in dem Moment, wo er Klitzi denkt er sich auch schon, ha, bin ich mal lieber vorsichtiger. Klit kann aber auch nicht ganz so lange verweilen, wenn momentan alle von G2 in der Base sind und das weiß er nicht. Dementsprechend reagiert er halt, als ob er dort im nächsten Busch sofort drei Gegner erwarten könnte. Und Rexel ist ja sowieso ein bisschen sicherer, immerhin wenn der Gegner sich auf dich zu bewegt, siehst du mit dem Sonarsystem diese kleinen Tröpfelchen auf dem Boden. Aber wenn man sowas weiß, kann man dann auch einfach stehen bleiben und mal eine Falle aufstellen. Das Problem ist natürlich, dass Perkz halt überhaupt nicht im Spiel ist. Das ist manchmal so ein bisschen dieses Prinzip die Unsicherheit, der Sicherheit, wenn man so möchte. Fühlt sich halt sicher und dadurch bist du unsicher. Ja, der Asyl hat es jetzt nicht ganz so lange gehalten. Ist aber auch nicht weiterfällt. Wurde auch, was halt die Goldwerte angeht, gut genervt. Dass der Gegner nicht ganz zu viel bekommt. Früher war das glaube ich 100 Gold, weil ich mich richtig erinnere, wenn er mal gegeben hat. Und 100 Gold ist dann 100 Gold. Ist dort Wave. Perkz kriegt jetzt natürlich den Farm zugeschustert. Er hat da durch die vielen Fights viel eingüßen müssen. Kebs. Ja, Rex, der hat leider keine Chance. Da hat er gar keine Chance. Das zieht sich weiter durch. Er isst gerade die 1 gegen 9 Maschine, die er hier raushängen lässt. Ein Kill nach dem anderen. Dieser Snowball ist auch so stark, dass du quasi gar kein Counterplay mehr hast. Er flasht dich einmal an und du kannst diese Combo nicht hinein. Wenn du dann 200 Leben noch rausflasht, dann bringt es dir auch nichts. Er holt dich einfach hinterher. Rexha ist da einfach zu stark gerade in diesem Spiel. Black Cleaver bereits fertiggestellt. Man sieht es auch die ersten Magieresistenzwerte, die jetzt mit dabei sind. Das ist immer eine ganz gute Synergie, eine ganz gute Harmonie, die dort herrscht, wenn du halt erstmal ein Leben mit Schaden aufbaust und dann die Resistenzen hinterherkommen. Je mehr Leben du hast, desto besser kommen natürlich die Resistenzen zur Geltung. Mal sehen hier. Air Caps einfach zu weit vorne. Also das muss man ihm da durchaus angreifen. Er hat keine Vision über den Topside Jungle und dann darf er da nicht mehr so weit lanen. Ja, aber mein Teddy, der hat seine Chain of Crubbs schon nicht getroffen. Dadurch hier keine Kill-Beteilung mehr bekommen. Ja, du musst dir auch immer vorstellen, das sind gerade so 7.000, 8.000 Gold-Unterschied. Sobald du aber Rek'Sai einmal Off-Position irgendwo erwischen kannst oder Rek'Sai halt nicht da ist, fehlt halt so viel Gold-Effizienz bei SKT. Sie müssen eigentlich jetzt um diese Rek'Sai herum spielen, mit dieser Rek'Sai zusammenspielen. Wiederum jetzt aber auch für Klitt der Hex-Trinker, der fertig ist, die Stopwatch, die er sich noch mitgenommen hat. Das wird schon eine gute Herausforderung, jetzt die Rek'Sai klein zu kriegen. Ja, wenn die Rek'Sai auch noch GA hat, das ist stark, aber ja, das ist halt eine Rek'Sai, wenn sie snowboilt. Wenn sie nicht snowboilt, dann macht sie halt mit zunehmem Spielverlauf gar nichts mehr. Ja, wird ja im Endeffekt irgendwann ja auch sein. Der Late-Game-Team-Feld von Rek'Sai ist dann doch denkbar schwach. Gute Wards hier von SKT jeweils. Generell dieses Warding sehr, sehr wichtig. Da fehlt es G2 so ein bisschen. Wir haben wenig Sicht, was eben auch immer wieder zu diesen Catches führt. Das ist halt das Problem. Du hast so gefeaderten Assassin, wenn man so möchte. Und das Beste, was du gegen Assassin's machen kannst, ist Vision haben. Wenn du sie nicht hast, dann hat der Assassin leichtes Spiel. und Rek'Sai ist in dem Fall hier ein Assassin. Oh, kann man wirklich als solchen bezeichnen. Irgendwie so eine Mischung aus Bruiser und Assassin. Aber mit 8-1. Also auf jeden Fall Damage eines Assassins und Take-Inis eines Bruisers. Gute Kombo. Gute Kombo. Darf sich aber auch. Also wer 8-1 steht, der darf sich dann halt auch ein bisschen... Wer 8-1 steht und kein Damage macht, der... Der hat was falsch gemacht. Außer er ist vielleicht so Raka. Teleport. Ich glaube, selbst die. Oh, okay. 2 lässt sich jetzt mit einem schnellen Nasher hinreißen. Ja, sie versuchen jetzt hier so ein bisschen zu locken. Gerade Kahn auf der Bot-Seite. Aber sie können den Nasher nicht nehmen. Also dafür sind sie zu weit hinten und selber noch nicht weit genug im Late-Game angekommen. Also es ist jetzt einfach... Oh, Perks. Perks, Perks, Perks. Du musst ja aufpassen. Wurde auch direkt mal markiert. Der Base-Bot war da alles andere als sicher. Problem ist, dass Kahn nicht tipeet und jetzt die Botlin reinpusht. Ich sag mal, es ist nicht ganz so dramatisch, weil Kahn nicht tipeet wieder abhat. Das muss man jetzt dementsprechend auch aufteilen, dass Kahn nicht auf die Botlin geht und nicht der teleportlose Wanda. Das haben sie aber auch sehr, sehr schnell richtig erkannt. Und Kahn ist halt auch in einem direkten Duell gegen Cannon Fine. Ich muss aber auch sagen, dass Wanda halt deutlich mehr Pressure hatte. Also gefühlt konnte Cannon gerade nicht mehr viel gegen Wanda dort unternehmen. Aber diese Teleportlosigkeit ist da natürlich nochmal ein kleines Handicap. Ja, die Solo-Laner jetzt jeweils mit zwei Items. Wie gesagt, lass doch nochmal ein Item zukommen. Und es sieht deutlich rosiger für G2 aus. Hier, den Drachen müssen sie wieder aufgeben. Führt keinen Weg dran vorbei. Sie sind halt einfach 7000 Gold hinten. Ja, ich glaube, das kann man aber ganz früh verkraften. Also Cloud Drake bei Minute 23 ist nicht unbedingt der krasseste Vorteil, den der Gegner sich hier auch erspielt. Aber irgendwann mal bedenkt, dass er auch vom Movement gar nicht so viel abhängt bei SKT. Also Cannon, okay, wenn der ein bisschen schneller flitzen kann, ja, ist gar nicht verkehrt und eine bessere Position um Tiefe zu bekommen. Aber Reksaal gräbt sich halt eh bloß durch. Ein Seil ist, dashet einfach bloß durch die Gegend. Und Varus steht eh weit genug in der Backline. Endlich mal ein bisschen Glück für G2 in diesem RNG der Drakes. Oh, Miki, der muss ja aufpassen. Dann nehmen wir auch jetzt drauf. Perkz ist da, aber Marta ist ebenfalls unterwegs. Jankos kommt mit dazu, aber man geht natürlich nicht zu intensiv drauf. Auch Khan, also hier jetzt zu engage wäre ein Fehler gewesen seitens G2. Trotzdem wichtig, Miki, sein Flash ist halt enorm viel wert. Galio hatte halt auch ein Kit, was relativ einfach gestrickt ist. Und diesen Taunt einzuflashen ist halt einer der wichtigsten Mechanics dabei. Das ist jetzt so böse, wie es geht hier gerade die Topside Vision aufbaut im Jungle und G2 halt wirklich unklaren lässt. Das ist ein großes Problem. Ja, jetzt sind der Topside-Turm ist die logische Konsequenz daraus. Das ist ein bisschen sehr weit vorne. Die Bedrohung über den Baron ist ebenfalls nicht von der Hand zu weisen. Caps wird jetzt langsam überlegen, ob er dich dazu stößt. Er hat halt gar kein Mana, wenn er jetzt irgendwie dazu porten würde. Naja, aber wenn er jetzt dazu portet, ist er halt useless. Da ist erstmal Reset angesagt. Er kann auf keinen Fall für diesen Turm und weiter pushen. Geht jetzt über die Mitte. Ich wollte gerade sagen, sich da zu zeigen könnte halt auch ziemlich riskant werden. Er hat aber gerade den Blue-Buff bekommen. Also von daher, man sieht es ja gerade. Es geht. Ah ja, das stimmt. Der Mana-Regeneration ist da wirklich nochmal ganz wichtig. Auch Asi ist ja eigentlich schon ein Mana-Hunger-Champion, der aber in seinem normalen Kit, das er halt bildet, sehr, sehr wenig Mana mit integriert. Also kein Ludens oder sowas. Hat man eine Zeit lang auch mal gesehen. Ja, siehst du, jetzt auch noch ab und zu mal. Ich habe auch schon Varianten mittlerweile mit Hexig-GLP gesehen. Oh, wunder. Aber das klaut er halt später DBS, ne? Oh, für Vladimir. Der hat aber gerade seinen versteckten Q-Ready. Kein Problem. Ja, und jetzt wird halt der Druck aufgebaut. Beim Nasher besteht keine Sicht mehr für G2. Die haben sich jetzt auch schon einige Blue-Trinkets mitgeholt, um halt jederzeit mal wieder mit dem Blue-Trinket den Nasher spotten zu können. Aber SGT nutzen das aus. So, die wollen natürlich die Gegner da in die Falle laufen lassen. Der ist down. Oh, das ist halt so schlecht jetzt für G2. Ohne Jungler. Und vor allen Dingen nichts, dass man investieren musste. Kein Flash, keine Ultimate, nix, gar nix. Und Smite, okay. Aber der Smite cool da beträgt hier gerade bis 15 Sekunden, weil bereits zwei gestackt waren bei Glit. Man darf aber nicht vergessen, Azir ist Red-Side ziemlich stark, wenn es mit dem Nasher geht. Oh, das ist zu einfach. Das ist leider viel zu einfach. Also, sie trappen einfach nur Perks jetzt. Muss hier von Caps nochmal gedoppelt werden. Flash. Und wichtig, dass man hier halten kann. Ja, das ist so einfach, diese Catches hier. SGT spielt da mit der Vision, baut die Catches auf, lässt Kahn immer wieder Split pushen. Auch wenn Wanda natürlich dagegen halten kann, auch mit zunehmem Spielverlauf. Aber man merkt schon, der Vorsprung wächst weiter seitens SKT. Aber wie gesagt, also, wenn Caps noch lebt, Azir auf der Red-Side gegen den Nasher ist stark. Das hat immer noch für G2 einfach dieses Zeit schinden, Zeit gewinnen. Und bisher, trotz der zwei Catches, hat sich jetzt Key, SKT auch noch nicht durchringen können, diesen Nasher zu starten. Und da musst du auch wieder sagen, okay, Azir ist jetzt nicht so grandios, deinen Nasher zu verteidigen, aber Vladimir in Pit ist halt eine Bombe. Ja, ja. Also, wenn du da Debuffs vom Nasher auch drauf hast und er eine Flash-Position bekommt, um drei, vier Leute engagieren zu können, dann kannst du das gleich einpacken. Was ein Azir halt kann, ist mit seiner Ultimate Leute vom Nasher wegschubsen und vor allem auch über die Wand attackieren. Ja, schon. Also, da muss das Szenario natürlich sehr speziell finden, aber klar, ist es auch möglich. Man muss dazu auch mal sagen, diese Kombo bei Azir sieht halt immer so sexy aus, wenn du halt in die Gegner reinkommst, die halt richtig durch die Gegend shufflen kannst, vor allem, das bringt ja auch mal viel Schaden mit. Das Oldscaling von Azir ist wirklich strong, aber als Azir muss man sich dadurch halt auch mal eine sehr krasse Gefahrensituation hineinbegeben. Weil du bist kein Tank, du bist auch kein Bruiser, du bist Bishy, der halt nah an die Gegner ran muss. Ja, aber wenn es eng ist, wie im Pit und die Sonntsoldaten da schön durchmördern können, dann ist der Champion genauso wie Vladimir natürlich sehr, sehr stark im Pit, kennen aber auch. Nach wie vor, G2, die halt einfach dazu gezwungen werden, ihre Wünschen aufzugeben. Und es geht hier immer weiter zurückgedrängt werden. Es gilt einfach nur zu deppen. Nur schauen, dass der Gegner den Läscher nicht macht. Immer mal wieder, hier siehst du Marta, Gegner stehen schon, fangen schon mal an. Die Frage ist, wird es reichen? Ah, sie trappen, sie trappen. Jetzt wieder auf Frekos. Geile Ultimate am Start, kennen Ultimate, aber da, da mit dem Sun. Oh, das ist bitter. Khan bekommt Caps, der fehlt jetzt hier. Und jetzt muss man sich hier zurückziehen. Wichtig ist, dass Jankos noch lebt. Aber das war teuer. Das war richtig teuer. Ich bin Vladimir Ultimate, ist aber immer noch da. Oh, Jankos! Oh, das war ein bisschen so zu früh. Oh, Vladimir mit einem guten Kombo, aber wenn das reichen. Oh, das war's. Das war's. Wunder muss jetzt voll reichen. First King Faker. Er kriegt Faker immer hin und Wunder jetzt. Oh, Wunder kriegt Marta, aber wird selber abgeholt. Ah, wichtig, sie können die Nersha dadurch vereiteln. Und nochmal zwei Leute mitgenommen, das war so stark gerade von den beiden. Ist das dieses Spiel hier? Also wenn die das nochmal turnen können. Oh, Kopfschuss. Das ist der Nersha jetzt. Ja, jetzt, ich sag mal so, er war der letzte Überlebende und denkt sich, ah, farbig noch mal ein bisschen, aber nix ist. Da kommt noch ein Arrow geflogen, dann war's das auch. Ja, soviel zum Nersha vereitelt. Nix vereitelt. Der wird hier trotzdem genommen. Ganz kurzes Aufabend beim G2, bevor man dann halt wirklich nochmal weggestürmt wird. Präzision 100 bei Teddy. 5,07 steht er inzwischen auch. Das darf man hier nicht so an den Tisch fallen lassen, weil all der Lobhudelei umklitt. Und das, dieser Nersha könnte vielleicht auch schon der letzte sein. Und Teddy hat sich das gerade auch eine Leere sein lassen. Ja, Vladimir Damage, der war schon beeindruckend. Der hat halt selber schon Momof Momotus gehabt. Also damit auch Magiereszenzen und den magischen Schild im Zusammenhang. Allerdings hat er auch festgestellt, das reicht doch nicht. Ich brauch mehr Witzend, soll's jetzt auch sein. Mein Attack Speed bei seinen Treffereffekten nutze ich hier sowieso. Dazu nochmal der zusätzliche Treffereffekt mit dem magischen Schaden von Witzend. In Kombination mit dem Ragebait, keine schlechte Sache. Und vor allen Dingen auch ein paar mehr Magieresistenzenzen. Denn bei Wanda ist bereits der Voidstaff fertiggestellt. Und der kann diese Magieresistenzenzen, die vorher aufgebaut waren, schon ziemlich gut durchdringen. Was jetzt problematisch ist, es werden ja gesagt, 30. Minute G2, aber sie sind halt 13.000 Gold hinten. Das ist dann ein bisschen zu viel. Bei 30 Minuten, wenn da beide Teams even wären, dann wäre es jetzt over. Dann wäre klar, okay, G2 gut da die Asse von haben. Aber 13.000 Gold hinten ist ein bisschen zu viel. Selbst die Hälfte wäre noch knackig. Es sind ja auch nicht nur die 13.000 Gold. Dazu kommt ja auch nochmal, dass du halt weniger Pressure, beziehungsweise gar keine Kontrolle in deinem eigenen Jungle hast. Dass du halt noch diesen einen Infernal-Drag-Unterschied hast. Auch da sind nochmal 7% AP und AD dazwischen. zwischen beiden Teams. Caps selber auch noch nicht Level 16. Auch der Level-Unterschied ist hier natürlich nochmal relevant. Der Midlaner, die Midlaner haben zum Beispiel einen Unterschied von zwei Stufen. Jungle Unterschied von zwei Stufen. Toplane auch eine Stufe Unterschied. Ja, das Einzige, was G2 jetzt machen kann, Waveclean und hoffen, dass die Türme halten. Ja, aber Hoffnung ist halt immer was, worauf du dich bei liegt, dich so richtig verlassen kannst. Beten. Du bist besser treffen. Ach ja, darauf kann man sich verlassen, sagst du? Ja. Weil all deine Gebete immer erhöht werden. Wenn ich zu meinem Elo-Gott bete, dann kriege ich auch Elo. Ah, verstehe. So, Caps. Jetzt, man versucht Kahn zu catchen, aber die Botlane wird dafür eingerissen. Das ist teuer, was die da machen. Drei Mann für Kahn. Boah, stimmt doch was dabei. Ja, aber das kostet den Indiebitor. Ich meine, es ist gut, dass sie was tun, weil das 5 gegen 5 wäre jetzt lieber darauf verliert. Sie müssen aber jetzt hinten treffen. Das war ein teurer Catch, einfach nur um Druck und Tempo rauszunehmen. Nächstes Turm gibt es trotzdem. Ja, und sie haben halt wohlgemerkt, keinen schnelleren Backpot gehabt auf G2's Seite. Das ist die Late, sowas ungemein. Haben wir Indip aufgegeben. Dafür der Gegner jetzt keine Möglichkeit mehr zu 5-Tür irgendwo pressuren zu können. Das heißt, mehr als ein Indip wird durch diesen Lashar hier wahrscheinlich nicht mehr auf fallen, denn der Lashar hat gerade nur noch eine Minute an. 2000 Gold, Lashar Powerplay ist nicht das größte, aber ich denke, in SKTs winning conditions gesehen hier auf jeden Fall ausreichend. Das ist richtig. Oh, Caps. Ah, da kann er noch so ein stinkes Play machen. Ausklappt nochmal mit dem Flash. Stell aber mal Turm auf. Weißt du, was halt richtig krass gewesen wäre? Wenn Rexar Caps geholt hätte, er dasht nach drüben. Rexar kommt drüben raus und er dasht gleichzeitig dann wieder nach unten. Das wäre halt insane gewesen. Ich habe so ungefähr das auch geplant, aber das umzusetzen klappt halt in einem von einer Million Fällen. Es ist trotzdem schon stark, dass er da nicht gestorben ist. Muss man einfach mal so sagen. Er hat jetzt drei Items fertig, aber schauen wir mal, was auf der anderen Seite da schon an Items da ist. Ich meine, die Items, die sind schon nett. Ja, und Clint hat jetzt seine Grenzen vor allem jetzt erweitert. Kann auch ein bisschen deeper gehen. Er hat den GA fertig, damit diese Wiedergeburt. Und er damit schafft es halt, einfach ein Carry rauszunehmen. Hat er voll und ganz seine Aufgabe erfüllt. Ja, generell Caps, also nur mit 0,4 steht er natürlich denkbar schlecht im Spiel. Also die Perks, der farmtechnisch einiges hinten liegt. Man sieht es, also Teddy ist 700 Shutdown Gold wert. Steht auch 507. Man muss jetzt so ein bisschen darauf warten, dass Felker erstmal den Toplane anpusht. Da fehlt es noch an Pressure, da fehlt es noch an der Wave. Ich denke auch, SKT kann jetzt erstmal ganz in Ruhe auf den nächsten Drake spielen, auf den nächsten Nasher spielen. Vor allem ist es ein Bergdrache. Das spielt ihn natürlich nochmal massiv in die Karten. Und auch für den späteren Elder Drake, sag ich mal, so fünf Drachen schon ziemlich lohnenswert. Wird aber zum Glück für G2 ein denkbar später Andrache. Man sieht es ja, also der spawnt halt wirklich etwas mehr als eine halbe Minute später, wenn er dann spawnen würde, dann wäre es ein Andrache gewesen. Das hat richtig Andrache nicht. Die haben ihn zwei oder drei Sekunden vorher genommen. Nee, nee. Ein paar Sekunden mehr. Ich habe den Nasher-Timer gerade gesehen. Ja, der Drake-Timer. Also schon so 20 Sekunden sind dazwischen. Oh ja, hast du auf jeden Fall recht. Das ist halt irgendwie ärgerlich und doch nicht ärgerlich zugleich, weil es ist ein Bergdrache. Dann kannst du den Nasher schneller abholen. Und der Elder Drake dadurch, wie du schon gesagt hast, ist mit Delayed. Ja, aber man kommt noch so langsam bei SGT jetzt an die Grenzen. Gerade Varus, der kratzt schön an seinem Full-Build. Stopwatch ist noch da, aber die willst du natürlich auch erstmal nutzen, bevor du sie verkaufst. Das ist die gute Nachricht für G2. Also viel schlimmer wird es nicht mehr. Jetzt der Catch-Versuch. Geile Ultimate. Teddy mit dem Flash. Aber raus! Oh, die Kette nur über die Klatsche! Oh, das tut richtig weh! Hätte man hier Teddy bekommen? Vielleicht! Oh, Micky! Der wird hier einfach weggebritzelt und da ist die Mitte offen. Ja, das ist wirklich... Es war nochmal eine interessante Taktik, gerade hier den Catch-Versuch zu wagen, aber es hat halt nicht gereicht und das Ganze führt jetzt einfach... Oh, Vladimir ist doch ein toller Champion! Oh, du siehst es, ne? Gegen Faker, gegen Marta, zusammen gegen zwei. Alles liegt an Wanda. Ist hier das Wunder möglich? Ja, Perks abgeholt. Ja, aber guck mal, wer da hinten in der Base ist. Schöner Sidespe-Mögen. Varus, der rennt sich da schon und den Rest vom Nexus. Also hier... Es ist schön, dass man nochmal sieht, wie gut Vladimir funktioniert, aber dieser Nexus, der ist nicht mehr zu verteidigen und SGT holen sich hier ihren zweiten Sieg. Ja, man hat jetzt einfach nur noch versucht, ein bisschen KDA-Pflege bei Wanda zu betreiben, aber mein Deffen hätte er es niemals können. Tja, das ist schade. Also, ich meine, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie es halt versucht haben, weil sie wussten, okay, wenn sie halt so weiterspielen, dann wird es unausweichlich sein. Es war jetzt so ein bisschen, entweder wir kriegen jetzt Teddy und verlängern damit das Spiel noch ein bisschen oder wir kriegen nicht und verlieren sofort, anstatt zu sagen, okay, vielleicht verlieren wir innerhalb von fünf Minuten, vielleicht aber auch nicht. Ich muss auch sagen, auf diese Art und Weise war es vielleicht ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand, weil du hast nur einen Charaktylismus auf Reichweite einsetzen können. Die IQ-Kombo konnte halt nicht als Knock-Up verwertet werden. Das ist Follow-Up, muss auch jemand hinterher kommen. Follow-Up, genau, ist die eine Sache. Und wenn du halt weißt, dass Varus Flash hat, ist es ein bisschen gutgläubig, diesen Engager durchzubringen, weil er logischerweise einfach rausflaschen, Chain of Corruption vorher noch gesetzt und ging ja auf der Stelle gehalten. Aber Wanda war halt nochmal, finde ich, so ein, wie du so schön sagst, die Hoffnung. So, da könnte man noch ein bisschen was drauflegen. Also, Vladimir brutal stark. Er hat zwei, drei Items, holy shit. Auch, dass er sich in diesem 1 gegen 1 so schnell zurückgefunden hat, weil er hat ja seine Plates alle verloren, die hat Cannon selber alle bekommen, über den Herald nicht zuletzt, klar. Und Herald First Blood nochmal oben drauf. Und kurz danach gewinnt halt Wanda trotzdem das 1 gegen 1. Das war halt sowas, was man halt eigentlich gut einsetzen konnte. Problempunkt war, dieser Nashler, den man auch versucht hat, schnell durchzubringen. Als man versucht hat, diesen Nashler schnell durchzubringen, hat man dann einen Teleport von Wanda einsetzen müssen. Danach kannst du Wanda nicht mehr auf die Borderline schicken, weil er keinen TP mehr hat. Und damit ist auch Cannon nicht mehr unter Pressure. Sondern Cannon kann sich halt ganz in Ruhe einfach reinfarben, denn Asi ist halt eh schon weit aus dem Game raus. Naja, und Klit konnte machen, was er wollte. Der war halt so ein bisschen der Hard-Carrier-Spiel. Da ist es halt wirklich so. Also Klit hat ja das Spiel komplett durchgecarriert und wäre für dieses Spiel auch mal ein MVP. Ja, definitiv. Also ich glaube, da gibt es nicht viel zu bestreiten, diese Rek'Sai. Ich glaube nicht, dass wir sie nochmal in diesem Halbfinale sehen. Also ich glaube auch, dass man sie bannt. Das, was halt Rek'Sai so tricky macht, ist, dass sie halt einfach ein besonderes Gang-Pathing hat. Sie hat einfach die Möglichkeit, über ihre Tunnel, die haben nicht so einen hohlen Cooldown. Halt Wände zu überbrücken, halt immer wieder an den Gegner auch ranzukommen, obwohl sie ja eigentlich nur ein Nahkämpfer ist. Und ab Level 6, wenn du halt schon vor Level 6 diese drei Kills hast, und ich hab's schon angekündigt, das war so klar, dann kannst du Leute one-shotten in einer Rotation. Du wirfst sie einmal hoch und kannst sie halt einfach direkt vernichten. Aber das ist halt so ein Fehler, gerade wie von Capsi, erst mal so ein bisschen Overstate. Halt echt ärgerlich. Aber guck dir auch an, Klit kennt genau seine Grenzen. Er weiß, okay, Jankos IQ-Kombo ist draußen, hat mehr Cooldown als mein Tunnel, krabbelt hinterher, wartet darauf, dass er seinen nächsten Tunnel bekommt. Zack, auf geht's nochmal, ran an den Caps, ersten Kill genommen, er weiß auch, er hat Seilis hinter sich, Javan seine Combo immer noch auf Cooldown, hat halt voll Fury, braucht sich nie Gedanken machen, dass hier irgendwas passiert und auch Jankos erliegt ihm noch. Das waren halt so, solche Early-Szenen. Bring the Ragside brutal stark ins Game. Und das ist halt das Ding, also hätte Jankos einfach Caps verrecken lassen, wäre es nochmal ein Kill weniger geworden. Das ist ein böses Wort. Ist es aber, ist es die Wahrheit. Und dann auch hier die Szene, also der Drache war sehr, sehr teuer erkauft. Aber, also was ich auch, muss ich sagen, was ich immer wieder beeindruckend finde, das dritte Game, dritter Herald, mit dem Herald auch wieder früh an Extra Gold bekommen. Die Infernal-Tracks ist natürlich auch lucky gewesen für sie, dass sie da nochmal ein bisschen herbein snowballen können, nochmal ein bisschen mehr Schaden bekommen. Aber das sind halt alles so Dinge, die für SKT natürlich auch in ihre Winning Conditions mit reingespielt haben. Und grundsätzlich haben sie es dann halt einfach runter... Snowballs. Also so schnell ist der Gegner dann auch nicht am Läscher, als dass du da... Naja, aber was will er machen? Er ist halt schon irgendwie gezwungen, das nochmal zu schauen. Hier kriegen wir halt nochmal eine sehr eindrucksvolle Machtdemonstration von dem Vladimir. Ja. Die halt einfach gegen vier Leute, fast zwei sogar noch mitnimmt. Und du musst bedenken, Klit hatte da halt noch ein magisches Schild über den Mauer auf Amotius. Und einiges an Magieresistenzen. Also Halleluja. Vladimir ist schon ein echtes Monster, wenn er an seine Items kommt. Boah, das... Und dann kommt hier nochmal das Bullseye. bloß leider in das Auge von Perks. Ja, und hier jetzt, also das war dann ein bisschen gut... Vor allem... Mit der EU-Kombo... Äh, EQ-Kombo... EU-Kombo... Der Follower-Office ist viel zu weit weg. Also hier hat man dann einfach die Nerven verloren, glaube ich, das ist das richtige Stichwort. Sofort zwei Leute abgetreten. Wenn man hier vielleicht sogar noch nicht fünf gegen fünf fightet, kann halt Vladimir ein bisschen mehr rauszuholen, weil guckt euch nochmal an, was Wanda veranstaltet. So, wie lange Wanda hier überleben kann, dann nutzt sie nochmal seine Ultimate, um mal Leben zu generieren, und Faker klautet dann die Ultimate, um sich halt auch nochmal gegen zu heilen. Aber da find's auch einfach ein bisschen an Damage. Also Silas ist da ziemlich wachtlos. Und Perks ist hier einfach goldtechnisch so weit behind. Ja, ja, also wenn die Kaiser gefeatet wäre, dann macht die auch ein Eins gegen Zwei, aber... ist sie nicht. Ganz viel Wenden. Ja, darauf erstmal einen Schluck. Warum hat er zwei Flaschen da stehen? Was ist in der einen, was in der anderen? Vielleicht ist eine mit Spudeln, das ist eine ohne Spudeln. Oh, Zalban! Oh, Zalban! Ich bin mal! Oh, Opa, 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 Opa! Oh, Seven! Leidern mir sich... Merah. Ich bescheu. Ich bin los, Ich bin los. Das ist Leidern. Ich kenne sah rauf. Ich bin für dich provider. Ok. ommt chains. Du kannst nicht mehr den Rekord rein. Ja, das kann ich nicht mehr. Du kannst nicht mehr den Rekord rein. Du kannst nicht mehr den Rekord rein. Das kann ich nicht mehr rein. Du kannst nicht mehr den Rekord rein. Aber ich kann nicht mehr den Rekord rein. Ist das okay? Das ist doch vorkommen. Das ist gut. Das ist gut, dass wir beide daran gedacht haben. Mit diesen Worten hat man sich in den zweiten Sieg reingestürzt. 15600 Goals ist schon sehr markant. Klares Statement. Meister Schaden, Wladimir. Aber gut, das ist halt in diesen Spielphasen AOE-Damage, es boostet deine Statistik. Also nicht so, AOE-Damage erhält ja auch so lange durch. So Kennen flitzert einmal in den Fight rein. Wladimir hat halt AOE-Damage mit wenig Cooldown eben drum. Und ja gut, das war Spiel Nummer 3. Jetzt hoffen wir auf 2-2. Ja, wenn G2 jetzt verliert, es gibt ja die Möglichkeit, es jetzt schon vorzeitig zu beenden. Es ist ein Best of Five. Wer zuerst drei Punkte hat, der fährt hier siegreich nach Hause. Ja, und damit ihr das Ganze natürlich auch so weit durchhalten könnt, gibt es jetzt einen kleinen Service unsererseits. Wir gönnen euch eine kurze Pause, damit ihr jetzt nicht so lange am Stück vorm Fernseher sitzen müsst. Also das heißt, absoluter Service für euch. Sehen wir uns gleich wieder. Geiler Service. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schauen wir mal, Javan ist gebannt, Akali, Caps, den Penta, den kann ihn keiner mehr nehmen Schauen wir mal, Jan, Javan Galio ist zum nächsten Mal,ildsch und Kalio ist schon mal draußen und Akali war vorhin auf jeden Fall kein kleiner Faktor, muss man dazu sagen. nicht in Ordnung, dass die da rausnehmen. Du hast es eben lang gesprochen, der Pentakill für Caps. Bisher auch der Einzige bislang in dieser Begegnung. Achso, in dieser Begegnung, ja. Dachte schon. Ne, ne, der Einzige in der MSL bisher nicht, das stimmt wohl. Jace noch mit rausgenommen. Bietet nochmal viel Potenzial auf der Seite von G2. Silas wäre noch eine Option. Ich glaube, die werden sich auch offen halten. Oso, ein Antarik. Caps ist auch jemand, der halt Silas ziemlich viel trainiert hat. Er war einer der Ersten, der einen Solo-Quer direkt durchgespammt hat. Erst mit mäßigem Erfolg, aber dann schon fast perfektionistisch. Niko ist auch noch offen. Die Räder gewandt, Niko, Silas. Ich glaube aber, Niko blind zu picken, Niko blind zu picken, ist glaube ich keine gute Idee. Ich meine, sie wird ja bei G2 immer noch sehr flexibel eingesetzt. Das ist eine gute Sache. Aber sie hat in den Names sehr wohl Lane-Counter. Und sie hat nicht viel unternehmen kann. Hecarim war ein gutes Free-Match-Up von für sie. Aber auch da hat man sie halt erst sehr, sehr spät gezeigt. Wurde da nicht auf der Hecarim in die Niko gepickt? Da wurde der Hecarim in die Niko gepickt, ja. Da wurde auch eine Bei in die... Oh, Ryze ist nicht gebannt. Das ist natürlich eine schöne Sache. Das ist ein guter Champion. Tatsächlich ist aber Silas ein Flex-Pick, aber Ryze auch ein Flex-Pick und Ryze funktioniert in der Länge und Silas ziemlich gut. Problem? Raxail ist wieder offen geblieben. Und Raxail funktioniert auch gegen Ryze ziemlich gut, um ihn stark Crusher zu können. Und G2 hat auch den Nachteil, dass sie ja vorher quasi schon ihre Lanes dort offenbaren müssen. Also kannst du Silas noch ein bisschen effektiver flexen durch den Last-Pick, der bei SKT liegt. Und den sollten sie jetzt auch möglichst lange auf Top und mit hinauszugern. Für sie sollte jetzt vor allem die Bot-Lane noch im Mittelpunkt stehen. Thema Bot-Lane. Da haben wir den Brown-Pick. Und dann möchte man, wenn man Brown-Pickt, ihn gerne auch mit einem AD-Carry direkt kombinieren. Lucien, let's go. Go for the lane. Varus. Da geh ich auch mit. Brown-Varus haben wir schon gesehen. Ja, du musst dich aber auch festhalten. Wir haben hier einen Raxail und wir haben gerade zwei immobile Carries, die halt komplettes Free-Food für Raxail sind, wenn sie einmal rankommt. Also ein gewisser Gefahren her hat es sich schon gegeben. Tom Kensch. Ja, der Uneinhafte ist ja einmal gebannt gewesen. Gegen G2, wohlgemerkt. SKT wollen jetzt aber anscheinend selber davon Gebrauch machen, locken ihn auch ein und damit gehen wir in die zweite Bannphase. Tja, der Tom Kensch. Dein Namensvetter. Fast zumindest. Oder fast zumindest. Ja gut, ein Buchstabe. Na, Sejuani. Ebenfalls jetzt gebannt. Dass man hier auf die Jungle Bans geht, ergibt natürlich Sinn. Ja, ist ja auch nicht mehr so viel offen, dass G2 da mitnehmen kann. Elise wäre noch eine Option. Aber Elise selber funktioniert gegen Raxail halt auch nicht so grandios. Sie wiederum haben halt noch Möglichkeiten, AD-Carries rauszubannen. Wollen auch die Sicherheit wegnehmen von Teddy. Esri ist auf jeden Fall einer der sicheren AD-Carries. Kalista ist auch noch offen geblieben, ne? Das ist, glaube ich, auch so etwas, wo man noch ein bisschen vorsichtig sein muss. Ich bin gespannt, ob da der Kalista-Bann von G2 noch hinterherkommt. Kalista-Kensch ist auch so richtig eklig. Nico wird gebannt. Ah, okay. Da hat man doch eine Menge Respekt vor dem kleinen Mädel bekommen. Vor dem kleinen Chamäleon. Und Ken. Ken-Bann finde ich sinnvoll. Khan hat starke Games of Ken gezeigt. So, und jetzt der AD-Carry. Die Markierungen waren richtig eklig. Guck mal, habe ich lange nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich fände Ash besser, ja. Ash, da hast du nochmal schön long-range-engage. Das ist halt der Punkt. Wenn du mit Ash quasi jemanden engagen kannst und Reksa hat einen ziemlich guten Follow-up, dann bist du schon auf einer sicheren Seite. Sie selber ist halt in der Lane auch schon relativ potent. Viele unterschätzen auch den Schaden, den sie halt über ihren Salvenhagel auf dem Q raushauen kann. Der Volley ist halt im späteren Spielverlauf gar nicht so verkehrt. Aber Skana gegen Tahm Kench? Bin ich auch nicht so der Fan von. Einfach, weil es dann zu einfach ist, die Ziele zu retten. Ich meine, das Grundprinzip, glaube ich, von diesem Skana ist gerade zu sagen, hey Leute, ihr habt schon relativ wenig Schaden gerade im Team. Kauft euch noch eine QSS und seid alle nutzlos. Ich glaube, das ist so die Grundaussage von dem Champion. Ich bezweifle aber, dass man hier so viel QSS brauchen wird. Ja, wie gesagt, du hast halt den Tahm Kench und der Tahm Kench. Ja, das wird Victor Top Rain, der halt gegen Nah auch ziemlich gut funktionieren sollte. Damit hast du halt... Wobei, dann haben sie halt das schlechte Matchup in Silas rein. Jetzt können Victor gegen Ryze matchen, können Silas, glaube ich, gegen den Nah schicken. Das wäre die bessere Option. Ich glaube aber, dass es Victor Top Rain wird. Ich glaube, das nehmen sie in Kauf. Also Faker ist ja auch jemand, der pickt immer fürs Team quasi. Das stimmt allerdings. Bei Faker ist halt immer jemand, der sagt, scheiß drauf. Ich nehme halt immer den Pick, der fürs Team am besten ist. Er wurde ja auch krass in diese Utility-Rolle reingezwängt, als Galio zum Beispiel. Ja, der hat immer gesagt, kein Bock mehr auf Galio, aber ist halt der beste Pick. Na, eben drum. Da lässt er sich auch hinreißen, den Salis zu spielen. In meiner Seite ist es mir halt egal, auf welcher Lane. Ich glaube, gegen Nah ist das Matchup für ihn auch nicht so schön. Gegen Ryze hat er auch nicht das schönste Matchup. Und Victor wäre halt in beiden Matchups ganz schön gewesen. Aber hier will man einfach Khan ein bisschen mehr Sicherheit geben. Finde ich okay. Also, ich meine, ist es auch selten so, dass du jetzt... Also er würde ja trotzdem an seinen Farmen kommen und auf der Midlane ist er halt sicher genug. Die Lane ist eine kurze Lane. Er ist halt im Zweifelsfall schnell da. Das heißt, wenn er da reingedrückt wird, kommt er schnell wieder zum Turm zurück. Im Vergleich zur Toplane. Von daher fein. Hoffentlich war das nicht sein letzter Auftritt hier bei diesem Turnier. Ah ja, bisher die Stimmung von bei G2 noch sehr ausgelassen. Wenn man sich so die Gesichter anschaut. Ja, sie müssen jetzt das zweite Mal aus dem Rückstand heraus sich beweisen. Alles ist noch möglich. Alles ist noch drin. Aber SKT wird es ihn um Teufel komm raus nicht einfach machen. Das ist das Ding. Sie haben es in der Grundphase vorgemacht, wie es geht, gegen SKT zu gewinnen. Sie haben auch hier ein Spiel mitgenommen. Da sah ich aber auch den Draft deutlich vorne. Ich weiß nicht, ob ich jetzt G2 unbedingt den Draft geben würde. Mir gefällt die Kombo von SKT auch sehr, sehr gut. Ja, also ich gehe sogar eher hier mit SKT. Gerade der Skarner an den Tahm Kench hat mich ein bisschen skeptisch gemacht. Tahm Kench selber hat sofort den Clans mitgenommen gegen Chain of Corruption, gegen die Braum Passive. Das ist auch gar nicht zu einer Situation kommt, wo er es zieht wird und er niemanden retten kann. Mir hätte Olaf tatsächlich sogar besser gefallen hier, weil dem ist dann egal, wenn Viktor so ein Gravitationsfeld aufsteht oder er mit ihren Pfeilen schießt. Ja, Olaf wäre auf jeden Fall eine solide Option gewesen, aber Olaf wird hier später einfach zerburstet. Ich glaube, da hat man schon ein bisschen weiter gedacht. Na, Skarner ist dann noch ein bisschen tankiger. Hat er den Vorteil. Skarner ist auch gar nicht so schlecht darin, die Solo-Lanes auch früh schon zu punishen. Gerade Toplane haben wir mit Viktor einen Champion. Ja, das Gangpotenzial von Skarner vor allem ab Level 6 ist ein besseres, das gebe ich dir. Aber man hat natürlich auch durchaus CC im Varaus dann Level 6. Ja, Narn natürlich. Ich sehe halt einfach die Probleme bei Viktor auf der Toplane, der halt schon sehr angreifbar ist. Lange Lane, immobiler Champion, wenig Save-Pill, er hat die Kuppel. Okay, aber die Kuppel braucht halt auch erstmal, bis er halt ihren HCC aufbaut. Und wenn Skarner da reingehuscht kommt, dann kann er halt auch einfach mal ignorieren, dass die Kuppel da ist. Und er geht halt mit seinem Immensen Movement Speed da halt einfach straight up durch. Das wird halt so lange gehen, bis Viktor so ungefähr sein zweites Update, sein zweites Upgrade er auf dem Passive Item hat. Weil dann kriegt er halt auch mit jedem Q, den er kastet, nochmal Movement Speed. Und das ist halt immer so ein ziemlich knackiger Power-Spike für ihn. Na, Klit startet mit dem Red-Buff. Wenig Überraschenden natürlich. Ähnlich geht's für Jankos los, der ja direkt über die Raptoren weitergeht. Generell dürfen wir natürlich über das Jungle-Pathing gespannt sein. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass man hier gepultet auf der Botlane. Das wiederum verschafft jetzt hier super viel Freiraum für SKT. Die können dann direkt ein bisschen reinpoken, der Zungenschlabberer, der da rauskommt. Direkt der Volley, der nochmal ins Gesicht dringt. Der Pullen muss, das ist halt ein Nachteil, ganz klar. Der Zungenschlabber tut aber auch verdammt weh, ehrlich gesagt. Ja, macht nicht wenig Damage. Stimmt schon. Gernkos hier gespottet. Die Bot steht noch. Läuft erst in ein paar Sekündchen aus. Die Raptoren allerdings. Von Wechseln noch nicht angegangen. Erstes Kreppchen, was hier gespawnt ist. Auch noch die Kristalle von Skarner, die halt eigentlich schon ziemlich wichtige taktische Mittel sind. Wo man aber auch mal ein bisschen aufpassen muss, wann nimmt man sie ein. Weil du verrätst dich auch damit. Ist nicht ganz so schlimm wie früher. Das Ganze wurde ein bisschen gebufft. Früher hast du ja quasi immer auf der Karte noch die Punkte gesehen, der Farbe von dem Team, die sie gerade eingenommen hatte. Und dann hast du auch gesehen, wenn die sich verändert haben, wusstest du halt in dem Moment, ah, warte mal, bei Karte hat sich was getan. Da ist doch der Jungle vielleicht gerade topside unterwegs. Mal ein bisschen viel Information, die man preisgegeben hat. Jetzt siehst du es halt immer noch im Nebel des Krieges. Siehst in welcher Farbe sie leuchten, aber du bekommst es nicht mehr auf der Karte angezeigt. Und wer hat schon seine Kamera permanent auf den Kristallen? Ja. Skarner ein bisschen schneller hier als die Rek'Sai. In dem Fall auch Klit ist durch den Wort für G2 zu sehen. Deswegen weiß Kaps gerade, dass er hier nicht weiter reinpushen kann. Ja, ich glaube auch das letzte Game war in der einen Leere. Damit Rhyster auch etwas sicherer hinsichtlich dessen. Oh ja, so viel sicher ist er auch nicht. Ja, er ist weniger mobil, aber er hält halt mehr aus und bringt halt zuverlässigen CC mit. Das stimmt. Ganz kleiner Vorteil. Der CC von Rhyster ist halt ein bisschen merkwürdig gegen Rexel, weil er das Problem hat. Er kann sie quasi erst erreichen, wenn sie in Tunnelgrab Reichweite ist. Und wenn sie halt mit der Animation beginnt und er sie dann snärt, naja, wird sie halt trotzdem noch an den Rand kommen. Und hier haben wir was, was ich gerne sehe. Schöner Lane-Gang, Level 3, Karm mit dem Flash raus. Das ist in Ordnung. Mehr brauchst du hier auch nicht in dem Moment. Oh, Klit ist unterwegs. Muss ja auch ein bisschen kammern, weil oben steht nicht eine Ward mehr, die Viktor dort helfen kann. Dann geht ja ein bisschen weiter nach vorne. Jankos lässt sich aber nicht drauf ein. Also er lässt sich hier nicht baiten. Nee. Ganz wichtig nämlich, wenn man hier diesen Counter-Gang antizipiert, muss man auch mit einkalkulieren, dass halt auf der gegnerischen Seite schon zwei bis drei Waves gestackt sind. Und diese Vasallen machen Schaden. Und gar nicht wenig. Ja. Vor allem das Ding ist, Jankos weiß, dass er das bekommen hat. Er hat einen Flash bekommen. Jetzt Klit, wenn er da ist, verliert er nur Zeit. Und das ist auf der Falle. Also er ist da zwei Camps auf jeden Fall hinten. Und Jankos weiß, er braucht halt nur wiederkommen. Ja, und das macht er jetzt auch gerade. Ja, er geht halt, obwohl er Botzeit noch die Golems hätte, geht er wieder topside. Da ist allerdings der Ward. Khan weiß das, aber da ist er slow. Das ist gerade wieder zu uns fällt. Flasht, zack, das ist der Kill. Das ist wunderschön gemacht von Jankos hier wirklich. First Blood abgegeben an Wanda. So wollen wir das sehen für G2. Genauso. Es war halt wirklich komplett wie aus dem Lehrbuch. Das war so zu erwarten. Viktor, wie gesagt, ist anfällig auf der Toplane. Was mich halt ein bisschen wundert ist, dass Khan nicht einfach Klit rangeholt hat, um mit Klit zusammen die Wave einmal durchzupushen. Ja, und dann basen. Genau, und dann basen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil er will nicht scheren. Und Viktor hat halt immer dieses schlechte Szenario, dass er halt den ersten Baseport eigentlich mit 1150 Gold beenden möchte, weil er damit halt sein erstes Upgrade für sein Passive Item bekommt. Ja gut, aber jetzt sind mir die Entscheidung auch abgenommen worden. Und jetzt ist ihm die Entscheidung auch abgenommen worden. Hat ihn natürlich unbedingt besser dastehen lassen. Vor allem das Ding ist, jetzt hat er Flash und TP raus. Wenn Jankos nochmal wiederkommt, dann verliert er da richtig. Ich weiß nicht, dass der Drache hier gerade gemacht wird. Ja, die Knallpflanzen, äh, die Sichtpflanzen nochmal wichtig. Ja, er muss zurück, aber die Botlane von SGT rotiert schneller. Dafür allerdings auf deiner Seite Caps. Teleport bekommt man. Perks, Mickey sind auch da. Faker, schniedet Position. Man kann die Drachen übernehmen. Klittes Low. Oh, der ist der Teleport. Oh, das ist richtig gut für G2 gerade. Das ist richtig gut. Vor allem die Toplane ist reingepusht. Khan kann halt nicht dazukommen. Knallerbse. Das ist egal. Sie haben den Drachen und das ein Meeresdrache so früh. Dafür kann allerdings Khan farmtechnisch jetzt ein bisschen aufholen. Sie haben nicht wenig dafür eingesetzt, aber früher Ocean Drake, du hast es schon gesagt. Der ist wertvoll. Der ist gut. Innerhalb der Landingphase war es hier nochmal zu verstärken. Vor allem auch gegen den Poke von der Botlane. Einfach so Stain zu haben, ist halt für G2 schon viel wert. Oh, Faker. Wenn man den catchen kann, das wäre schön. Oh, Flash the Root, aber auch Faker flasht. Das war es nicht wert. Wenn Capsy seinen Flash verliert, ist er super angreifbar. Der hat seinen Flash immer noch. Das sollte hier jetzt auf jeden Fall seine Prio sein. Mitte dafür punishen, dass der Flash gerade so fahrlässig rausgeballert wurde. Ja, top end. Farmmäßig wurde er aufgeholt, ist klar. Die lane wurde auch die ganze Zeit gefreezt. Also ein paar Waves, die für Wanda verloren gegangen sind. Ja, aber... Ich sag mal, er hat dafür ja beim Meeresdrachen aktiv mitwirken können. Ja, es ist das und er hat vorher auch genug bekommen. Dadurch, dass die Lane, als der Kill gefallen ist, die ganze Zeit gefreezt war, hat Viktor extrem viel an Farben und auch XP einbüßen müssen. Vor allem, Wanda hat seinen Flash noch. Wie gesagt, wenn du Kahn jetzt nochmal gangst, ohne Flash, ohne TP, ist das ganz schnell wiederhergestellt mit dem Vorhabenvorteil. Wir sehen auch, Janko aus Level 5 mit Level 6 wird es natürlich nochmal unangenehmer für Kahn. Es ist halt auch witzig, wie Faker gerade in die Mitte spielt. Er weiß halt ganz genau, dass Caps diesen Gang respektieren muss. Und Caps weiß es auch. Und dementsprechend spielt er die ganze Zeit so, als ob er den Jungler im Rücken hätte. Er spielt die ganze Zeit so ein bisschen aggressiver, um Caps weiter zonen zu können. Na gut, wobei Faker schon immer ein aggressiver Lane-Spieler war. Janko, Slit, Stark. Aber auch Miki ist mit rotiert. Muss man sich aufpassen. Das ist nur ein guter Zahlfight. Marta kommt jetzt. Nicht unwichtig in solchen Situationen zum Absichern. Beide Jungler haben auch noch Stufe 5. Also beide jetzt nicht unbedingt die Playmaker zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ja, wie gesagt, mit Level 6 hätte das SKT niemals so machen können. Zu gefährlich ist dann, dass Jankos einfach die Air-Taste betätigt und dich in Richtung Turm zieht. Ja, so eine Unterdrückung ist ja schon gefährlich. Stimmt schon. Das ist Laser nicht getroffen. Und da muss man sich aufpassen, hat vielleicht seine große Form. Ist hier sogar ärgerlich, weil er halt in der großen Form keine reichweitenstarken Attacken mehr hat. Ja, aber er kann jetzt einmal in die Wave jumpen. Genau das mit dem Stun arbeiten. Ihn weghulten. Einmal die Kombo rausholen. Da ist hier die Scanner-Ultimate. Marta ist down, bevor er sein E aktivieren kann. Aber Wunder jetzt das Crossman-Play abgeholt von Khan. Das ist ärgerlich. Ich muss aber auch sagen, dass Wunder da ein bisschen sehr sinnlos reingetradet hat. Also ich sag mal, die ersten Stunts mit dem Trade mit der großen Form war noch okay. Danach das zweite Mal war zu viel. Eigentlich darf er da gar nicht reinspringen. Er hat einfach das Problem. Also ja, es sieht erst mal schön aus. Er kann mit dem Ultimate noch so ein bisschen poken. Ich meine, schlussendlich, was willst du sonst mit der Ultimate von Nagos eigentlich anfangen auf der Lane? Das Problem ist halt in dem Moment, wo er nach vorne springt und er hat halt diesen einen Jump, bleibt er in der Kuppel hängen und Victor hat es genau richtig gemacht. Er stellt die Kuppel auf, wenn er es dann durchkommt, stellt er halt sein Ultimate drüber, geht alle Instanzen durch, was halt viel DBS bedeutet. Und vor allen Dingen, und deshalb sollte Wunder das nicht machen, so sinnlos in dem Moment traden, er hat halt keine Vision gehabt. Er wusste überhaupt nicht, was Phasen ist. Dankos ist da auf der Bot-Lane. Ja, aber die Wave, keine. Ah, kommt die nächste Wave an. Sie wissen gerade nicht, wo Klit ist, deswegen müssen sie sich hier zurückziehen. Der ist gerade wieder unterwegs Richtung Topside. Zu dritt ist so ein Tower, da war auch schwer durchzubringen. Da musst du schon einen sehr zielgerichteten Fokus haben. Normalerweise auf einem Skis-Spie. Ja, und vor allem hat Perkz eben Flash-Ult verbraucht. Ja. Also hätte er da seine Ultimate noch gehabt, wäre die Situation sicherlich eine andere gewesen. Man muss ja auch mal bedenken, Martha kannst du halt nicht engagen, weil er halt das Glanz hat. Und wenn du halt Teddy engaged, ja gut, da wurde er halt von Martha gefressen. Das ist eine ganz schöne Kombo. Hier sieht man es nochmal. Martha ist einfach ein bisschen gierig gewesen. Da wollte er direkt die Control-Wort haben. Dann kommt der Predator, dann kommt der Skarner-Ultimate. Und dann kann er nicht mal mehr sein Schild aktivieren und stirbt noch innerhalb der Dauer des DCs. Ja, der Kill sollte jetzt auch dafür reichen. Ja, und sieht man jetzt auch, dass das erste Upgrade für Karnum ausgebaut wurde. Wie stark davon aus, dass er sich dafür die Laser-Instanz entschieden hat? Naja, das ist der Standard-Wave hier. Also gibt wenige, die da nicht das I nehmen. Ups, da kommt nochmal ein Arrow auf Tam Kench. Äh, nicht auf Tam Kench, hier auf Warten. Oh, die Ultimate Today, ja. Der Stunt geht halt relativ lang. Brown-Ultimate. Und das, wo er gerade backporten wollte. Oh, ist das bitter. Drei, sechs drauf, gefressen. Schüss. Oh Gott. Das war eine richtig schöne Kombo. Aufall Lane backgeportet von einem riesen Arrow, der über die halbe Karte geflogen ist. Und das ist das Game passiert. Wo du dich halt auch erst mal zehn Jahre lang nicht mehr bewegen kannst. Dann die Tam Kench Ultimate mit Jungler hinterher. Bitter, bitter. Aber schönes Spiel von SGT. Das war echt ein ziemlich cleaner Catch. Da kann man nicht meckern. Ich muss aber auch sagen, was passiert eigentlich, wenn Tam Kench ein Ziel frisst, in dem Moment kommt die Rexhael Ultimate durch. Der Schaden wird dann nicht verrechnet, richtig? Ähm, ich glaube, das kommt darauf an wann. Ich meine, wenn der halt im Magen von Tam Kench drin ist, also wenn Tam Kench den Gegner gefressen hat. Also zum Beispiel Gneit und so, das tickt ja alles weiter. Ja, das tickt weiter. Ich glaube, die Rexhael Ultimate wird gedodged, weil die ist ja theoretisch auch dodgeable immer noch, auch wenn es halt über zehn Kilometer Entfernung passieren muss. Das hat man ja alles so ein bisschen angepasst mit den Buffs auf der Ultimate. Das ist bestimmt wie mit dem Tristana-Wesum, Timing-Frage. Aber müsste man mal ausprobieren. Der Rexhael verfehlt dann einfach. Aber weil das wäre jetzt richtig bitter gewesen, wenn sie sich gegenseitig ausgespielt hätten. Der Tam Kench frisst den Gegner, in dem Rexhael Ultimate, oh, dann eben. Sorry, buddy. Ja, aber du kannst ihn ja auch sofort wieder ausspucken. Also du kannst ja... Hat er ja auch gemacht. Das war ja hier in Ordnung. Es geht ja nur darum, dass wenn du... Also der W macht halt unglaublich viel Damage, wenn du den Gegner frisst. Das ist ja prozentualer Schaden. Den nimmst du gerne mit. Ich habe irgendwie schon wieder im Gefühl, dass es vielleicht wieder Lags geben könnte. Nee, es sind keine Lags. Es ist tatsächlich ein Bug, der gemeldet worden ist. Wurde mir gerade geflüstert. Ach, was. Aber ich weiß nicht, welcher. Der Oribal ist verschwunden. Im Mund von Tam Kench. Also ich vermute zumindest ganz stark, dass es da um die Botland ging. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht finden wir da nochmal... ...den Bug, den mir angekündigt hat. So, der Arrow ist hier unterwegs. Er sieht ihn hier. Oh, hier sieht er ihn. Er hat auch selber nochmal den Backport abgebrochen, dann ist losgelaufen. Ja, ja. Aber zu spät halt und in die falsche Richtung. Okay, er hat auch alles getroffen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Rexide-Tunnelgraben gerade hätte durchgehen können. Das könnte sein, dass sie diese Interaktion gemeint haben. Es sah gerade so aus, als ob Rexide vom Braum Ultimate knock-up vor dem Tunnel aber trotzdem noch durchgegraben hat. Auf jeden Fall schauen jetzt die Referees erstmal. Du kannst Rexide quasi, wenn sie ihren Tunnel gräbt, kannst sie auch mittendrin canceln. Das stimmt. Dass sie normalerweise nicht durchgehen darf. Ob jetzt durch Knock-Ups oder ob jetzt dadurch, dass du den Gegner nochmal wegstoßen kannst. Oder indem du sie halt einfach unterdrückst oder stunts oder ähnliches. Weil stunts, je nach... Kommt nochmal drauf an, was es ist. Ich habe jetzt gerade den Chat nicht offen, aber wie viele Uriball-Comments gab es schon? Es wird auch... Es wird immer irgendwo zugegenbleiben, glaube ich, wenn es eine Pause gibt. Im Übrigen könntest du recht haben, also der Bug betrifft eine Braum-Rexai-Interaktion. Ja. Also wahrscheinlich genau von dir angesprochen. Diesen Umstand. Wenn Bug melden, dann muss das natürlich sofort passieren. Es sah nämlich legit danach aus, ob es einen Unterschied gemacht hätte, wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln. Ich glaube nicht, dass Varus da lebend rausgekommen wäre, aber die Interaktion sah ein bisschen nicht clean aus. Aber ich sage mal so, es gibt halt viele Interaktionen, die halt auf viele Arten und auf viele Weisen dort verlaufen können, ne? Tja, also das ist wahrscheinlich... Sollte es kein 5-Tisch-4 geben, sind diese vielen Pausen einfach die Auswirkungen des Mori-Flux, damit wir trotzdem auf unsere Zeit kommen. Hey Mori, wir kommen schon noch auf den bester Fall. G2 holen das Ding hier nach Hause. Willst du etwas sagen, G2 gewinnt jetzt nicht, oder was? Ich wollte nur... Du Ketzer! Ich wollte für alle Fälle gerüstet sein, Eis. Aber du, ich bin der Erste, der hier den G2-Korso anführt. Daher vor kannst du ausgehen. Franz weiß noch nichts davon, aber ich habe ja auch Bengalos positioniert. Also wenn nachher... ...das Studio in Nebel gehüllt ist. Nachher irgendwie ihn um die Siegessäule flitzen sieht in seinem Auto, die ganze Zeit hupt und der G2-Logo hinten in der Rückscheibe hat, dann ist es Mori. Wenn der BVB heute auch gewinnt und Bayern verliert, dann habe ich Doppelgrund. Dann ist Eskalation. Ja Mori, kannst du dich noch an meine Worte erinnern, als du vorhin alles aufgezählt hast, was heute passieren sollte? Hm? Kannst du dich an meine Worte erinnern, wie ich darauf geantwortet habe, als du vorhin alles aufgezählt hast, was dich heute glücklich machen würde? Und es wird genauso passieren. Nein, ich sage dir, es wird genauso nicht passieren. Ich habe das anders erinnern. Heute wird der schlimmste Tag in deinem Leben, Mori. Nein, das war 2013 das Champions-League-Finale. Du bist ja auch immer so ein bisschen gnatschig. Du bist da wirklich so, wenn Dortmund verliert, dann bist du halt auch sauer. Im Übrigen kriegen wir jetzt gleich nochmal zwei Replays. Hoffentlich nochmal so ein bisschen ein Slow-Mo von dem potenziellen Bug, der gerade gesichtet wurde. Aber es werden Mid- und Top-Lane-Replays, wird mir gerade gesagt. Also nicht die vom Bug. Da schauen gerade die Referees nochmal rüber. Damit hier auch nicht kein Raum für Spekulationen ist. Also nochmal der Catch-of-Martha oder der Top-Lane-Kill. Ich meine, das ist die einzige Pist, die wir bekommen können. Aber ja, nochmal schön zu sehen. So. Und ab zurück in Pausen-Modus. Ab auf den Pokal. Content war da. Ja, der Pokal, der sieht wirklich aus so ein bisschen wie so ein Fußball-Pokal, ne? Du meinst wie der Welt-Pokal, ja? Ja. Der hat auch immer so mehrere Arme und dann ist oben so ein Ball drin. Ja. Guck, ich würde es auch nicht als Fan bezeichnen, aber ich hatte, ich war mit mehreren Fans sehr gut befreundet, die gerne mal zum Hansenspiel gefahren sind. Ich fand diese Erfahrung sehr interessant. Aber ich konnte mit Fußball, muss ich auch zugeben, könnte mich für lünchen, könnte mich für hassen, ist mir egal, konnte ich niemals so viel anfangen. Ich spiele super gerne selber Fußball, habe selber auch im Verein gespielt, aber Fußball gucken gibt mir irgendwie nicht viel. Aber ich bin immer schon eher der Macher gewesen, statt der Schauer. Ich sage mal so, wenn ich die sehen würde, hätte ich auch keinen Bock zuzugucken, aber... Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich zocke auch keinen guten Fußball. Aber ich war auch immer so mehr der Fan von Bolz-Fußball. Vielleicht war das auch der Grund, dass ich später zum Kampfsport gewechselt bin. Ich wollte halt immer mehr zutreten, und zwar nicht den Ball. Guter alter Ascheplatz. Ja, wir haben damals wirklich auf dem Ascheplatz gespielt. Ja, wir auch. Ja, richtig gut. Immer aufgeschüttet. Einmal Blutgrätsche, genau, und ein ganzes Bein rot. Nice. Schön im Winter, wenn es auch noch mal hart gefroren, war. Ja, das war toll. Ja, I remember. Und dann schön unter der Dusche quasi die aufgeschüfften Knie und dann diese... Alles wieder rausbekommen, den ganzen Dreck. Ich habe einfach nicht danach geduscht. Das machst du auch heute noch so. Das ist richtig. Ich bin immer der Überzeugung, dass halt so eine gewisse Schicht Dreck deinen Körper auch schützt. Tja, dein Duschverhalten mit Maxims Klamottenverhalten und dann haben wir den perfekten... Ja? Den perfekten was? Das wollte ich jetzt länger nicht ausgesprochen haben. Rede zu Ende, Mori! Wir reden jetzt darüber, dass es jetzt hoffentlich bald weitergeht, während die Referees hier ganz genau hinschauen. Mit der Lupe quasi, Backstage. Vor allem ist es dann halt auch wieder ein Abwägen. Ich muss ja nicht nur gucken, so ist es wirklich ein Bug. Sondern war es entscheidend. Genau, war es entscheidend dafür oder wäre der Kill so oder so zustande gekommen? Ich bin der festen Überzeugung. Naja, ich bin auch der Meinung, dass, selbst wenn man Direktsai hier hätte canceln können, es zum Kill gekommen wäre. Vor allem, weil sie dann noch näher an Baros dran steht. Also es hätte vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber... Okay, jetzt haben wir auch gerade nochmal die offizielle Antwort. Laut Referees gab es keinen Bug, sondern alles ist genauso passiert, wie es hat passieren sollen. Es wird also weitergespielt. Ich finde das persönlich, wie gesagt, die richtige Entscheidung, weil selbst wenn es ein Bug gewesen wäre, dann, wie du schon gesagt hast, hätte es am Ergebnis aller Wahrscheinlichkeit nach nichts geändert. Ich würde das Replay nochmal gerne sehen. Wenn du einmal ein Replay siehst, dann achtest du halt vielleicht manchmal nicht genau auf die kleinen Details, auf die wichtigen Details. Ja, aber halten wir fest, G2 bisher nicht in der besten Ausgangsposition. Hat ganz gut angefangen bisher das Game. Und jetzt hat es so ein bisschen zurückgeschlagen. Tam Kench da halt auch immer wieder ein Kandidat, den G2 ja selber auch ganz gerne einsetzt und dessen Stärken sie wissen, der aber auch hier exzellent eingesetzt wurde. Und ich muss sagen, so eine sexy Combo habe ich lange nicht mehr gesehen. Mit der Ash und dann Tam Kench halt hinterher. Das gab ja früher auch so eine coolen Sachen, wie du hast einen Ash Arrow aus der Base geschossen auf den Gegner und bist dann hinterher geportet. Ja, ja. Der wurde halt gestunnt, du portest dich neben ihm und hast halt immer noch fünf Sekunden gestunnt. Aber da war Teleport cool dann noch kürzer. Ja, aber die Channel-Zeit war noch höher. Äh, nee, die, 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 äh, war, die Channel-Zeit war kürzer. Es wurde ja länger gemacht. Wurde ich länger gemacht? Ja, ja. Da war doch da auch noch diese, ähm, mit dem Sound und so weiter. Ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. You are right. Also, Teleport wurde ja mehrfach genervt. So, und jetzt achte mal gleich einfach aufs Brawl-Multimate, wenn Raxan in den Tunnel gräbt. Ja, also er ist viel zu spät reagiert und auch viel zu, äh, also halt in die falsche Richtung dann. Und er geht halt einfach durchs Brawl-Multimate durch. Der ist schon nicht ganz legit, so wie es aussieht, aber letzten Endes, ich sehe da keine Möglichkeit, wie Raxan rauskommt, selbst wenn halt Raxan da links vorne steht. Aber wir sind jetzt wieder live, ne? Ja, und weiter geht das Spielchen. Es bleibt also alles beim Alten. Nichts, was hier irgendwie gepanischt wird, nichts, was wiederholt werden muss. Ein Cleaner-Kill für SKT. Ja, und Faker möchte auch gerne Brawl-Multimate haben. Oh, Jankos, nice. Der Held ist gut. Der erste in vier Games, meine Damen und Herren. So, scheißegal. Am Ende zählt, wer gewonnen hat. Nö, ist ja richtig. Aber endlich haben sie halt da mal ein bisschen Fokus drauf gelegt. Ja, gut, diesmal mit Skarner, aber auch vorne, ne? Also diesmal noch kein 3-0-Klid. Aber ein 1-0-1-Klid. Du hast trotzdem wieder gut mit dabei. Nö, aber dafür auch, äh, deutlich weniger Camps. Und, ich meine, Jankos mit 0-0-2 war jetzt ja auch nicht gerade faul, was Gangs angeht. Eben drum. Da kriegt er nochmal diese 100 Gold jetzt von dem Harry oben rauf. Mittlerweile geben ja auch diese legendären Objekte auch ein bisschen mehr Gold und XP. Oder wieder Gold, ja. Drachen gaben früher ja auch mal Gold. Ja, früher war es halt globales Gold für jeden. Jetzt kriegt halt der Jungler nur was. Oh, Flash untersehen was. Thumb Kench gegen Skarner. Oh, Faker kommt von oben. Der hat noch die Brom-Ultimate am Start. Ah, der wird sich fettwitcht. Ganz wichtig hier. Und jetzt alle Mann von G2 holt euch da die Kills. Glint nochmal über die Wand. Die Brom-Ultimate ist raus. Perkz kriegt hier den Killfaker mit dem Flash. Aber da ist G2. Die holen sich Faker. Double Kill. Kann zu spät am Start. Und jetzt ist man da und kann sich den Drachen holen. Ganz wichtig, G2. Das wird hier ein fünftes Game. Ich spüre das in den Knochen. Ja, das sah nicht schlecht aus. Guter Anfang. Darauf kann man aufbauen. Skarner auch nicht unbedingt der Champion, den du fokussieren möchtest. Ein bisschen unglücklich gelaufen mit der Flash-Skarner-Ultimate. Da hatte eigentlich SKT alle Fäden in der Hand, das zu disengaged. Aber sie wollten fighten. Der Fade-Step von Faker, der sich halt einfach zwischen zwei Fronten begibt. Und dann von hinten Hops genommen wird. Das war so wichtig, der Fight hier. Jankos, also Flash, Ult und Master ist da. Das war super worth. An der Stelle war das super worth für SKT. Da wird Vicky hier nochmal ein bisschen zugebombt. Der kann rausgehen. Ah, sie fühlt sich jetzt einfach geforscht. Wie ein Teleport im Rücken. Faker begibt sich auch. Die Varus-Ult. Genau. Clint versucht ihm dann halt noch zu helfen. Muss halt sowieso rausgehen. Aber Jankos hat auch nicht das richtige Ziel. Ronda kriegt man nicht klein. Der kann Schaden fahren. Jankos hat halt seinen Zinderhalk fertig. Der hat zu viel Leben, als dass du ihn dort zerreißen könntest. Und dann gibt's zwei schöne, saftige Kills. Und jetzt hat Perkz den Blade fertig. Und Smart hat hier einige so ein Play-Dings bekommen. Der Herald dabei sogar noch nicht eingesetzt worden. Das heißt, der steht zur Verfügung. Für eine beliebige andere Lane. Ich glaube, sie wollen das Turret-First-Bloat-Zug. Ich denke auch, ja. Oh, kommt der Arrow da durch? Ach, Arrow ist noch auf Cooldown. Ja, der hat ihn eben im Fight nochmal eingesetzt. Das ist bitter. Sonst hätte man hier versuchen können, dann halt einfach diesen Herald-Channel zu canceln. Das ist der Turret-First-Bloat. Und Kling! Da lässt man auch mal das gesamte Gold hier an Perks. Ja, vielleicht geht's sogar noch ein zweiter Charge durch. Aber Gold ist da! G2 mit der Führung Wanda gleich in der Mega-Nach-Form. Das ist gefährlich zu Difen. Ja, aber Faker hat das Garner-Ultimate. Ja, aber da gibt's einen Teleport. Also, gegen einen Mega-Nach-Difen, der Ultimate und W alles zur Verfügung hat. Schwierig. Jankos kommt. Der hat seine Ultimate auch gleich wieder. Und diesmal ist kein Time-Kent-Star. Ah, Flash-Ult. Aber es reicht nicht, um sie an die Wand zu schleudern. Der Ruhrt jetzt. Kahn. Mikey kommt unterwegs. Kahn! Oh, das ist doch Bosch. Da würde er nicht mehr rauskommen. Da kann er nicht weg. Oh, der Kill ist da. Kaps kriegt die nächsten Kill. Und SKT kann gerade nur zusehen. Ganz wichtig. Hier nochmal auch Kaps mit nach vorne zu bringen. 2-0-2 steht er jetzt. Und wir wissen alle, wie ein Rise eskalieren kann. Der hat sowieso schon ein leckeres Scaling. Und das war ein paar ein bisschen vorne. Das bringt ihm ja auch nicht viel, wenn er so einfach abgeholt wird. Was mich mal interessieren würde, was passiert eigentlich, wenn Sylas auf Skarner zuläuft und beide gleichzeitig Ultimate drücken? Geht das? Also einer hat wahrscheinlich eher als der andere und dann unterdrückt er den anderen. Naja, du kannst ja quasi einfach herdrücken auf den jeweils anderen, dann laufen ja beide aufeinander zu und aktivieren gleichzeitig ihre Ultimate, wenn du bloß einmal drückst. Was passiert dann? Können sie sich gegenseitig ulten? Dann geht's wahrscheinlich nach Picken, ne? Wer hat die schnellere Verbindung? Vielleicht das, ne? Probier's aus, Eis. Mach's, mach'n Bot-Game auf oder beziehungsweise mach'n Custom-Game auf. Auf geht's. Das ist halt so witzig, ne? Das ist halt so viele Jahre League. Ja, aber das sind solche Spezialfälle. Aber es gibt halt so viele unterschiedliche Spezialfälle. Jetzt ist er halt als ich ausdenken. Oh, Jack ist unterwegs. Der hat Lust, aber leider ist er halt ein Turm, der noch volles Leben hat. Caps gibt ihm die Rückendeckung. Rise Ultimate jetzt auch zum Zonen. Und eingesetzt. Der Root ist da. Teddy, Brombo, die Welt. Sehr schön gemacht, der Kill jetzt. Marta auch noch mal geholtet. Und den bekommst du jedenfalls. Zwei Kills, der Drive. Und den Turm würde man sich ja auch holen wollen. Aber SKT dafür auf der Midlane am Durchstarten. Ja, aber wie der Kitzel, wenn die rausbekommt. Das ist so saftig, sah nicht. Vor allem lustig, weil man jetzt auf Martas Bewegung achtet. Marta denkt sich so, ah, ich muss umdrehen und Teddy retten. Dann denkt er sich wieder, ah, ich hab' selber gar kein Flash. Nee, ich lass' dich doch zurück. Und dann dieses eine Side-Steppen, weil er noch kurz überlegt hat, ob er ihnen hilft oder nicht, führt ihn halt auch dazu, dass er selber noch abgeholt werden kann. Und das hast du in 3-0-3-Caps. Hätte einmal doch Teddy besser gefressen. Hätte, hätte. Ja, dann wäre vielleicht bis einer gestorben. Aber da kann man jetzt auch viel Philosophieren schön gemacht. Teddy hat einfach ein bisschen zu weit entfernt. Marta versucht's halt ganz kurz. Dann denkt er sich, nee, lass' dich zurück. Brombo, Ultimate trifft dich da mal noch. Skander Ultimate ist halt immer noch parat. Er wird aufgespießt und wird einfach abgeholt, ohne sein Schild aktivieren zu können. Ja, da nutzt du ja auch die Läuterung nix in dem Fall. Ja, früher war's so. Ja. Also wer die alten Zeiten noch kennt, da konntest du mit dem Cleanse auch Suppressions lösen. Aber jetzt brauchst du die Quick-Überschärfe. Oder gegen Skander oder gegen Malzahar war das halt wirklich der Bringer. War aber auch ein bisschen broken, wenn du überlegst, dass du mit dem Summoner-Spell ein ganzes Ultimate-Countern kannst. G2, hier jetzt wirklich gut dabei. Und sie wollen das EU-NA-Finale. Wir alle wollen es. Ryze mit 3-0-3. Der blaue Mann, der carrying kann. Der wird hier auf jeden Fall auch noch einen Late-Game-Faktor darstellen. Er kriegt jetzt auch nochmal Solo-Gold. Ja, vor allem. Sidus hat halt ohnehin nicht das schönste Match-Up gegen ihn. Und da jetzt schon so weit vorne zu sein als Ryze-Score, kann man sich schon mal genehmigen. Da kommt der Arrow geflogen. Oh, gar nicht schlecht predicted. Sidestap ist da. Aber Caps hat noch Flash und er hat noch die Ultimate. Oh, ne, klar. Boah, schön. Schön gemacht von Caps. So wollen wir das. Dass er sich halt einfach nicht zeigt, die Ultimate hat schon den Busch aktiviert. Dann portet er sich da einfach raus. Caps ist immer noch da. Kriege ich jetzt direkt zwei Ultimate ab. Caps jetzt gegen Klit. Oh, er kaltet. Und Faker gegen zwei Teleport. Der Junge baitet hier einfach mal. Faker jetzt mit der Ultimate von Caps weggekommen. Aber in der Zwischenzeit. Und das ist Crossman-Play eben. Krabbe-Drache. Dritter-Drache für G2. Ja, die haben bisher hier 100 Prozent. Oh, da geht noch mehr. Da geht noch mehr, Jankos. Hat er den Stachel. Das ist Tum-Kenshort wie hier. Aber der Ultimate nicht eingesetzt. Wie jetzt auf Cooldown. Das muss man respektieren. Man scadert immer noch Flash parat. Fünf Plates. 800 Gold. Es läuft gerade richtig gut für G2 in diesem Spiel. 5000 Gold vorne. Fast 5000 Gold. Ich fände alleine, dass sie noch keinen Turret verloren haben und schon zwei Turrets bekommen haben. Alle Drachen kontrollieren. Auch den Harry diesmal bekommen haben. Das ist schon so viel wert. Ja, nur die Drachen hätten schönere sein können, aber... Right ist ja auch auf zwei vollen E-Tips unterwegs, während Faker eins hat. Das ist schon ein krasser Unterschied. Faker hat jetzt gerade keinen Spaß hier in der Begegnung. Da kann er notgedrungen versuchen, hier und da nochmal ein paar Minions sich zu ergattern. Aber mehr geht da auch nicht. Ja, oder mit einer guten Ultimate später in Teamfight zu helfen. So eine Braum-Ultimate, Scanner-Ultimate. Er hat nicht so viel... Also Chain of Corruption ist, glaube ich, so die beste Ultimate, die er hier klauen kann. Aber das gibt es einmal. Aber die Braum-Ultimate ist jetzt auch nicht bad. Krieg da eigentlich bei Nah die Mega-Nah-Ultimate? Okay. Das geht eigentlich anders, ne? Ja. Das wird wahrscheinlich so sein... Oh, jetzt Cenkos mit der Ultimate, K mit dem Flash und Marta ist da. Und der muss seinen E aktivieren. Oh Gott, schöner Arrow. Perkst ganz schnell reagiert. Direkt geflasht. Und weiter geht's gegen den Turm. Aber die Wave ist keine so große. Und Victor und Wave fliegt Faker! Da ist die, der Ultimate! Da hast du deine Antwort! Jetzt kommt Clint, die sind low! Und die müssen laufen! Das war leider viel zu stark hier gemacht von Faker Caps. Der Escape-König. Holy shit! Was für ein Gigaply! Da hast du deine Antwort! Puh! Und da... Da ist mir gerade ganz flau im Hahn geworden. Flash da vorne, fünf Mann in deinen Turret geholt. Vor allem der letzte Laser von Victor hat halt die letzte Versammlung gekleert, dass der Turret sofort Agro auf alle hatte. Ja, man kämpft sich zurück. Das waren... Da kann halt G2 von Glück reden, dass nur zwei Leute gestorben sind. Ja. Das hätte ja auch in einem Ace enden können. Das wäre brutal gewesen, aber die Konsequenz daraus ist auch der Druck jetzt auf den Top-Line-Turm. Na, ich glaube, da können sie sich viel draus machen. Da fehlt noch Mana, da fehlen noch Lebenspunkte. Die Respawn-Timer noch nicht ganz so groß. Ja, Caps ist auch noch in der Nähe. Das war auch wichtig, dass er mit der Ultimate noch überleben konnte. Ja. Vor allem hätte Caps nicht überlebt und wäre gestorben, wäre auch automatisch Micky noch gestorben. Ja, vor allem Shutdown Gold, also. Ah, das war wirklich sexy. Faker hier, kurzer Hand hat einfach die Entscheidung getroffen, da mal All-In reinzugehen. Das war von beiden Parteien ganz gut, ne? Die Wap-T hier rausgekleert. Jetzt kommt der Arrow direkt hinterher. Zack, Tam-Gatch-W ist draußen, jetzt die Arrow. Er war halt noch in der Base jetzt bis vorhin. Das ist auf diese Distanz, das schafft zu Flash, ist halt ne saustarke Leistung. Der Klaus. Also wirklich ganz idiose Reaktionen. Wann klaut, jetzt klaut der Knault mit und instant. Volling in die Kuppel von Victor rein. Das ist halt so ne gute Kombo. Caps steht halt glücklicherweise oben an der Wand. Weil der Faker ist auch so ein bisschen nach rechts rübergezogen, hätte er den Caps auch nicht lebend rauskommen können. Dadurch, dass Caps jetzt hier nach hinten raus holten kann und die anderen beiden nicht stoppen können, kann er quasi die Micky noch covern. Aber G2 hier immer noch gut vorne. Schauen wir uns den Damage an. Faker tatsächlich. Lars-Team fährt 3.264 Damage nur von Faker. Ja, und er war die Hälfte des Files ja nicht mehr dabei. Oh, Kahn jetzt gecatcht worden. Kahn. Jankos, das ist die Ultimate. Kahn ist down. Aber in der Mitte geht's auch noch mal. Oh, der Engage hier auf Works. Der ist down. Koffer hier nochmal weg ist die Frage. Und jetzt kann man vielleicht tatsächlich nochmal hören, aber da ist wieder gesteilt der Ultimate. Faker zieht hier Caps unter den Turm. Und das war leider eine falsche. Micky mit dem Jump. Faker wieder absolut Teamfight entscheidend in dieser Situation. Jump da nochmal über die Wand. Und das war eine so starke gesteiltes Skana Ultimate. Es geht sogar noch mal weiter. Also Faker entscheidet hier die Teamfights gerade für SKT. Und macht aus dem 0 zu 1 eine 3 zu 1 für SKT. Halleluja. Vor allem, man denkt immer, ein Catch will ich nicht tun. Und auf der anderen Seite sofort Crossmap Play. SKT sucht halt auch den Engage. Die wissen halt, dass sie den einen Mann nicht mehr retten können. Und lassen sich dann nichts nehmen. Das Skana Ultimate nochmal direkt um Rise zu fokussieren. Und vor allem damit auch im Zusammenhang halt den Shutdown, den sie bekommen haben. Eine Menge extra Gold. Goldtechnisch findet man jetzt sehr schnell wieder Anstoß. Wir sehen uns hier nochmal im Replay. Nicht für Victor gecatcht wird. Shade of Corruption muss genutzt werden, um Clint dort zu zonen. Der flasht aber kurz dann einfach auf Varus. Ist zwar selber dann tot, aber die Skana Ultimate. Die ist halt immer noch da. Und damit kann man jetzt eben den Rise rausholen. Ein kleiner Sidestep, den da nochmal der Cap's nach vorne macht. Wenn er da nach hinten geht, ist er glaube ich sogar safe. Also hier ein ganz kleiner Fehler, der vielleicht sogar viel kostet. Micky hat dann nochmal Glück. Die letzte Salve trifft ihn nicht. Kann ihn nicht slowen. Man schafft sogar die Timecatch Ultimate, die nochmal abzubrechen. Mit dem Smile von Skana. Ganz wichtig. Damit dann halt der Timecatch nicht den Teammates folgen kann. Also da hat man sich so ein bisschen geopfert. Jetzt aufgepasst. Mit dem Turm. Den Willmann hat man immer noch den Goldvorteil. Man hat immer noch den Drachen. Noch ist alles gut für G2. Brown Ultimate geskillt. Error. Da ist der Stun. Aber nur Mikey erwischt. Jetzt der Drache. Der geht hier an G2. Das ist alles noch in Ordnung. Oh, warten. Skana, der huscht hier ein bisschen schneller. Ah, jetzt die Rise Ultimate. Also Supporter für Drache. Master. Das ist alles gut. Der Rise Ultimate weg. Tom, wenn sie nicht halten können. Aber Nasher steht sie, denke ich, nicht in Aussicht. Das reicht nochmal. Sogar schleck genug. Man ist ein Autotech, der noch fehlt. So. Hohlgemerkt, aber auch bloß, wenn Vasallen da sind. Ohne Vasallen werden es ein paar mehr Autotechs sein. Du Caps auch dafür, dass Teddy überhaupt erst nicht rankommt. Aber das Engage-Potenzial von SKC ist wirklich groß. Sie arbeiten gerade sehr stark mit dem Arrow. Es gibt auch niemanden so richtig, der sich gegen den Arrow wehren kann. Also maximal ein QSS, was du noch kaufen kannst. Aber davon ist halt, da fehlt jede Spur momentan bei G2. Wäre aber auch ein Gold-Waste, kann man nicht sagen. Aber zumindest ein hohes Investment, was dir dann wiederum im Schaden fehlt. Ja, vielleicht könnte Micky mit der QSS ausgefahrenem Schild arbeiten. Ich glaube, er sollte sich eher überlegen, ob er Richtung Mikael jetzt geht. Um da halt jemanden mal aus dem Land rausholen zu können. Das wäre noch eine Lösung. Das wäre die Alternative, ja. Wo bloß er sich dann nicht treffen lassen darf. Und schlussendlich, wenn er sieht, der Arrow trifft ihn, hat er immer noch den Schild. Der ihn halt wirklich gut beschützen kann. Übrigens da, wo der mittlere Turm von G2 gleich fallen wird, ist der von SKC jetzt auch nicht mehr wirklich healthy. Da liegt nicht ein Autotech, der auch da fehlt. Na Perkst, traust du dich? Oh, da. Das wäre es gewesen. Aber jetzt wollen sie natürlich in Drive gehen. Der Turm hat nicht mehr viel Leben. Der Knock-Up ist da. Jetzt aber der Root. Der Turm ist da und Teleport am Start. Und da muss man flashen. Teddy ist down. Wichtig hier. Aber Faker wieder will existieren. Skala-Ultimate. Jacob's the Flash, der Schild. Es reicht gerade so. Der überlebt. Was war denn das von Kahn, äh, von Teddy gerade? Ist Teddy gerade auf dem Turm geportet, der noch einen Lebenspunkt hatte? Wir werden es in der Wiederholung sehen. Vor allem, egal welches Szenario, theoretisch hat sich die 2 den Turm zerstören kommt, bevor der Tipee durchkommt. Aber sie machen es sogar clever. Sie wissen, wen der durchkommt. Na gut, dann haben wir halt vorne eine Ash zu stehen, die sich halt überhaupt nicht selber verteidigen kann. Und der Nasher, der ist halt hier safe für sie. Oh, ganz stark. G2 mit dem Nasher. Wander jetzt in der Mega-Dafor. Faker aber wieder mit einer Ultimate. Flash! Da kommt die Ultimate! Und da ist der Kill. Faker ebenfalls abgeholt. Double Kill für Caps. Und jetzt geht es hinterher. Die Jungs sind heiß. Die wollen hier den Ausgleich. Marta platzt da einfach weg. Und G2 jetzt mit allen Möglichkeiten hier 3000 Gold Baron Powerplay und es geht jetzt erst los. Oh, vor allem sind es 30 Sekunden. Sie haben direkt eine Wave. Die nächste Wave braucht nicht mehr lange. Inip ist da auf jeden Fall drin. Vielleicht sogar mehr. Sie wollen es jetzt sicher. Das ist sogar der Kenntnis-Wave. Ich glaube, da ist es noch durchziehen. Können wir den 1-Turret. Zwei Leute, die das Ganze muss beschützen. Können eigentlich nicht so viel machen. Die DevTile war noch hoch genug. Aber man entscheidet sich hier auf die sichere Variante zu gehen. Aber G2 hier auf jeden Fall einen klasse Auftakt. Direkt Richtung Baron Gang auch mitgenommen. Auch wenn Rising bekommen hat. Kein so sauberes Smite. Jetzt geht One da rein. Revenchiert sich für die Nah-Ultimate, die er von abbekommen hat. Nimmt direkt den Kill auf Karmel. Welcher Versuch zu disengage. Das ist aber keine Wand. Er kann die Ziele nicht stunnen. Mit der Rising Ultimate. Gebt man entschlossen. Und kurzerhand nochmal gruppiert hinterher. Da braucht Marta auch nicht versuchen, noch irgendwie wegzulaufen. Der ist danach Geschichte. Und jetzt besetzt sich wieder sehr, sehr gut da vorne. 7.000 bis 8.000 Gold. Und jetzt sehen wir, anderthalb Minuten bis der Drache wieder da ist. Zwei Minuten noch Baron Powerplay. 4.000 Gold haben sie durch den Böden schon rausgeholt. Für mich auch, kam bisher zu irrelevant, muss ich sagen. Er kommt mit Victor gar nicht so richtig zur Geltung. Also klar, er kriegt hier und da gute Kombos raus. Hat sich auch für die Iceborne-Gonten-Variante entschieden, was halt utilitymäßig gar nicht schlecht ist, weil der Gegner halt viele Immobile Carries hat, diese Slow Zone und gut reinkommen. Aber diese Variante wurde halt schlussendlich für Victor genervt. Er hat dadurch halt einen ordentlichen Damage-Loss. Da schaut man sich das Ganze mal an. Jetzt geht's unterwegs. Sollte Kanye nochmal gecatcht werden. Ah, Jankos. Geht da das Risiko nicht ein. Zu gefährlich, wenn Marta in der Nähe ist. Kriegen da gut Damage raus. Wanda bereitet die BotWay vor, denn da steht noch ein Turm, den man mitnehmen kann. Vor allem ist der Drache, ist auch nochmal in 40 Sekunden live, das wird wie ein Mountain-Track sein. Da guckt ihr den Poke an jetzt von Perkster auch. Man, ist nicht ganz so krass wie beim Lethalty-Bow-Haus, muss man dazu sagen. Oder früher mit der Mana-Mune. Ja, aber saftig ist er trotzdem hier. Ja. Fertig immer schön, mit Poke-Champions auf vorne zu sein. BotWay-Turm wird in absehbarer Zeit fallen. Faker soll sich dem entgegenstellen. Aber da kommt schon die Rotation und da muss Faker zurück. Wenn er nicht gecatcht werden möchte, hat sich wieder ein Nulled geholt. Aber der Turm ist, wie gesagt, nicht zu halten. Und damit wäre jetzt die Rotation zum Drachen möglich. 45 Sekunden hat man den Barren-Buff noch. Möglicherweise will man ihn jetzt noch ein bisschen ausreizen, bevor man zum Drachen geht. Arrow ist da, trifft Jankos. Ah, der ist keine große Distanz. Caps jetzt angegangen. Schindet aber Zeit raus über die Stopwatch. Da kommt die Ultimate. Aber Marta flasht rein, drückt es weh. Aber jetzt geht es noch mal rein. Faker mit einem Ultimate erneut unter dem Turm. WG kommt noch mal mit dazu. Perkstance, die Ultimate. Klint separiert, Shutdown ist da. Faker hochgeworfen über die Raum-Ultimate. Caps mit dem Nächst geht am Start. Jetzt holt man sich noch mal den Turm. Und G2 hier durch den Tiefen Fight deutlich besser mal weggekommen. 2 zu 1 getradet. Zwar ohne AD Carry jetzt aber Caps. Der steht 7 zu 1 und der ist am Start. Ja, kann halt auch nicht mehr viel. Unten noch eine Wave. Da werden sie für den zweiten Individuum noch mal gehen. Der Turm hat schon mal nicht viel Leben, die er noch vorzuweisen hat. Auch die Rise Ultimate ist hier mal eingesetzt. Also die Rise Ultimate in diesem Spiel gerade sind richtig sexy. Großartig, wirklich. Also Caps spielt das so unglaublich gut. Verlänger bewegt sich auch so weit nach hinten, dass die Rise Ultimate nicht gecancelt werden kann. Bringt seine Mates in Sicherheit. Selber vorher noch lange überlebt. Auch die Redemption, müssen wir mal gleich darauf achten, war perfekt aufs Stundenglas getimt. Der kommt aus dem Stundenglas raus, kriegt sofort noch mal die Heilung und kann halt enorm viel Schaden fahren. Zu dem Zeitpunkt auch einfach schon der Schaden bei SKT nicht mehr so richtig groß genug, um halt Rise Bursten zu können. Der ist jetzt zu tanky, der Junge. Ja, will man den Drachen jetzt einfach so aufgeben, ist die Frage, man hat da einen Ward gesetzt. Perkz ist unterwegs, der Armand gibt ihn auf. Es ist okay. Ich sag mal, wenn du dem Team, was behind ist, einen Bergdrachen gibst und es keine Chance hat zu pushen, dann ist der Bergdrache komplett nichts los. Es ist vor allem einfach kackegal, weil sie jetzt den Bot-Land-Inip und den Top-Land-Inip haben, der Nersha in 1,30 Spawn und sie mit dem Nersha dieses Spiel beenden werden. Da bin ich mir fast schon sicher. Ja, wir sehen, es Caps halt alleine oben, einfach so wird den Tag im Catch-Ultimate auf Caps zu engagen. Der Arrow war auch eigentlich für Caps gedacht. Trifft dann hab ich kurzerhanden Jankos und Caps. Na ja, hier geht ein Stundenglas rein. Die Damage wird ausgelöst. Er kommt auch so Stundenglas raus. Und plopp, wird halt direkt noch mal gegen geheilt. Kann eine gute Kombo anbringen. Marta frisst einiges an Damage. Ich schaffte auch hier mit einem Leben gerade noch mal sein Ultimate zu aktivieren. Guck mal, Caps aktiviert sein Ultimate, um alle rauszumalibrieren, stellt sich aber selber safe nach hinten, um nicht gezielt werden zu können. Und dann kommt diese wunderschöne Braum Ultimate von Miki auf die Caps halt einfach Follow leisten kann. Da ist so schön gespielt worden. 10.000 Gold sind sie jetzt vorne. Ja, guckt sie den Rise-Schan an. Rise-Late-Game ist halt einfach so strong. 3000 Damage hat er allein in diesem Team in diesen Tiefeld gebracht, obwohl er derjenige war, der eigentliche Gage-Tode. Pushen natürlich jetzt noch mal weiter auf allen Lanes. Sie müssen einfach ein bisschen abwarten, bis die Side-Lanes so... Bis der Baron wieder da ist. Genau, den Baron können sie einfach holen, Mitte mit rauspushen, direkt zum Baron rotieren. Sie haben einen Endbergdrafen mit dabei, das sollte halt mehr als flott gehen. Ja, vielleicht kriegen sie sogar den Inip vor dem Baron. Wanda in der Mega-Nap-Form. Wanda in der Mega-Nap-Form. Und das ist eng und knackig. Der Druck baut jetzt ordentlich Druck auf. Ist er im Turm. Perk's low, aber da kommt Redemption rein. Und das ist nicht viel. Das ist Klintz hier. Outerbankulted werden, aber dann die Victor-Ultimate. Outerbank ist Schaden raus. Wanda muss mit dazukommen. Man kite das Ganze zurück. Perk's ist down. Der hat aber auch nicht mehr viel. Oh, jetzt digestierte Rise-Ultimate. Jekos ist noch mal da. Jetzt heißt es hier laufen. Caps, was ist drin? Mit einem gefeederten Rise. Gravitationsfeld gut gesetzt. Faker dran. Caps hier keine Chance. Stopwatch. Hol dir mal Zeit raus. Die Cool-Downs mit dem Schild. Aber es reicht nicht für Faker. Und jetzt Wanda in der Basis. Kann er nochmal Clip mitnehmen? Nein. Kann er nicht. Die Vasallen im Weg und blocken sein Q. Ich muss ja aufpassen, dass es nicht auch noch zum Opfer wird. Oh, je, je, je. Oh, er weiß nicht, dass er da ist. Das ist bitter. Oh, er hätte ihn sogar noch holen können. Aber er hat keine Büsse in den Busch. Er hat zwar versucht zu prädikten, aber da hat er leider nichts getroffen. Das ist aber kein Desaster. G2 war gerade ein bisschen sehr unkoordiniert. Vor allem, dass Wanda halt so weit fernab des Teamfights war. Ja. Also, da wollten sie zu viel. Also, Wanda geht auf den Nexus-Turm. In dem Moment geht SGT drauf. Also, entweder hätte er da von hinten reingehen müssen. Das wäre sogar stark gewesen. Das ist das, was SGT wirklich machen muss. Sie müssen jetzt eigentlich den Nash-Hard durchziehen, bevor der Gegner halt wieder da ist. Jankos ist da, hat Flash. Vor allem ist Caps 10 Sekundar. Der hat halt Teleport. Die können einfach mit Drys Teleport. Backthorn. Jankos hat das Ding bloß stehlen. Wenn er stehlt, dann kriegt er kein schnellere Backport. Aber er kommt nicht an. Er hat es nicht geschafft zu stehlen, der Nash-Hard. Aber man muss nur Zeit rausholen. Nur Zeit rausholen. Da ist man da. Caps jetzt. Kahn soll das Ganze verteidigen. Aber man kann nur ein Nexus-Turm ernehmen. Jetzt muss er zurück. Jetzt muss er zurück. Da auch noch mal. Ah, das ist bitter. Oh, so knapp auf Mesa schneidet das ganze Spiel hier. Aber SGT findet noch mal eine Möglichkeit, dieses Spiel, diese Niederlage fürs Erste abzuwenden. Oh, Caps flasht hier. Ganz wichtig. Kahn aber hinterher. Vor allem, der kann mit dem Q sich gleich nochmal Muffin-Speed holen. Oh, ein Laser muss er noch treffen. Oh, Klaid ist da. Die Heilung setzt ein über die zwei Kills-Drachen. Die Minutes-Spieler gerade im Minutes-Spieler. Oh. Oh, er hat die Markierung nicht getroffen. Oh, wichtig. Caps. Der holt das Klaid noch. Und er lebt immer noch. Oh, Caps, du geile Sau hier. Überlebt das, holt den Kill. Kahn hat viel Zeit hier verloren. Oh, er bleibt halt einfach noch da. Er geiert doch nach dem nächsten Kill. Na, guck dir mal da die Regeneration an. Ja, Ocean Rakes. Ja, zwei Stück. Weißt du Bescheid? Der Baron war einfach nicht hier zu contesten. Der Jackass probiert es, wenn man das zielt, ist das Game wahrscheinlich instant over. Aber er wird halt von Martha einfach rausgesohnt. Der Flash bringt ihm dann auch nicht mehr viel, um da überleben zu können. Sondern auch sofort richtige Entscheidungen hier, dass man halt portet und nicht backportet. Weil der Teleport kann nicht abgebrochen werden. Das sei denn jetzt mit Hartz-Ziebe zum Einsatz. Da war aber kein Gegner mehr in Reichweite. So ist man da so ein bisschen schneller da, um hier diesen letzten Turm noch zu verteidigen. Ja, Goldvorteil ist da gut zusammengeschrumpft. Ja, für Klitte ist man jetzt kurz davor, hier einen GA zu bekommen. Beide Nibitoren sind wieder respawnt. Also der große Vorteil, dieses große Zeitfenster, das man hatte. Das ist halt auch wieder ein Drache kurz, bevor ein Elder gespawnt worden wäre. Ich muss auch sagen, das ist halt richtig kacke gelaufen, was die Drakes angeht für G2. Wenn sie vorne sind, kriegen sie halt nur Ocean- und Cloud-Drakes. Und wenn sie hinten sind, verlieren sie halt die ganze Zeit Infernal-Drakes. Das sieht auch geil aus, Freunde. Die Animation bei Teddy in der Kamera im Hintergrund. Jo. Das ist wahrscheinlich die Balan-Buff-Animation, oder? Ja, Europa war auf jeden Fall interessant gedacht. Ich dachte erst, dass er auf seinen eigenen Teammate-Dog geschossen hat. Wir sehen im Übrigen immer wieder Wanda im Split-Force. Baker geht da rein. Wanda ist gerade nicht beim Team. Jacob ist doch mal wieder Ultimate, Braum Ultimate. Man will das Ganze disengagen. Sollte man auch, während man Wanda hier Zeit gibt. Balan-Buff geht noch eine Minute, also schneller Backport ist da. Aber Wanda nimmt den Inup. Das ist nicht schlecht. Ja, nicht nur der erste Ine. Bryce mit der Ultimate. Der nimmt sogar den Inup. Wanda! Was ist das denn? Aber das reicht doch nicht. Und da reicht es für die nächste Frage. Ist aber der Ultimate Capstrower mit dem Stand. Wanda! Der skippt weiter auf den Nächsten. Und wie blabiert er noch? Wanda! Der macht das Ding! Und damit ist das hier der Ausgleich. Dieser Junge. Das war denkbar knapp. Ausgleich. Fünftes Game. Alles drin. Ja, und Danny Caps, der tanzte auch schon die Freudentanz. Also hier wirklich sehr lange Zeit. Zu weit vorne gewesen. Das wurde nochmal knapp. Also SKT hat gute Möglichkeiten gefunden, diese Niederlage nochmal abzuwenden. Aber der Backdoor, der steht Europäer und hat einfach auf die Stirn geschrieben. Der kommt nochmal durch. Der Eidl-Turm war nicht genug. Es wird die einfach zu weit in der Mitte nach vorne gegangen. Wenn sie sich da ein bisschen mehr Zeit lassen, sich ein bisschen besser aufzählen, das Ganze dort zu verteidigen, dann kann es auch funktionieren. Aber hier keine Chance. Und da weiß die Tür auch einfach Bescheid. Sie müssen die Backboards abbrechen. Sie müssen sich einfach das opfern, damit man hinten für den Backdoor gehen kann. Und das tut man auch und gewinnt damit schlussendlich das Spiel. Und hol das 2 zu 2, Leute. Wir gehen in die fünfte Runde. Ich meine, das wussten wir schon, als ich im Cast-Up-Mann stand. Dazu die Pausen. Also es ist ein langer Tag heute, aber es ist absolut geil. Also wir haben jetzt das fünfte Spiel und alles ist drin. Und wir hoffen natürlich auf das EU gegen eine Finale. Wir hoffen auf G2. Und ja, ich meine, es ist so cool von der Storyline her. Wenn man es jetzt noch holen könnte, das wäre großartig. Wir sehen gleich nochmal die Replays zu dem Spiel. Aber es ist dieser Backdoor, der alles entscheidet. Und vor allem, wie knapp das nochmal war. Ja, aber G2 sind richtige Kämpfer. Erstes Game verloren, zweites Game zurückgeholt. Drittes Game wieder verloren. Jetzt wieder nochmal den Ausgleich zurückgeholt. Und sie kämpfen sich da auch wirklich durch. Also dieses Game war alles andere als einfach. Denn der Napik hat sich überhaupt ausbezahlt. Allein durch den Split-Push. Man muss aber auch sagen, das war halt so ein bisschen, ich sag mal, Fail gespielt von SKT, die halt den Kahn sehr alleine auf der Top-Lane gelassen haben. Und man hätte einfach ein bisschen mehr mit dem Jungler interagieren müssen. Ein bisschen mehr die Lame zusammen mit dem Jungler kontrollieren können. Um da eben nicht in so eine Falle rein zu geraten. Und von dem Skarner gepunished zu werden. Vor allen Dingen, wenn man seinen eigenen Flash und für einen Gang nutzen musste. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass dieser eine Teleport von Teddy sehr viel ausgemacht hat. Wo man halt den mittleren Turm verloren hat. Der hat noch ein Leben hatte. Es waren so ein paar Dinge dabei, wo man so ein bisschen denkt. Es ist auf jeden Fall ein hart umkämpftes Spiel, das kann man sagen. Gestern war das Niveau höher als solches. Es war ein konzentrierteres Spiel. Das hier ist halt wirklich, um da nochmal die Analogie zu schließen, dieses Bolzplatzgebolze. Es ist wirklich, alle kämpfen, alle wollen ins Finale. Und ich meine, es ist geil anzusehen. Aber dafür muss ich wieder sagen, dass das, was mir gestern gefehlt hat, gestern war halt wunderbares League of Legends Gameplay. Aber was wir heute wieder dabei haben, sind so individuelle, krasse Plays. Also der Arrow zum Beispiel auf der Botlane mit dem Tahm Kench-Ultimate verbunden. Die Ultimate von Faker. Die 5-Mann-Ultimate von Faker war halt auch genius. Die Rise-Ultimates in diesem Spiel waren fantastisch von beiden Seiten. Also sowohl Caps, der halt seine Ultimates sehr gut gesetzt hat. Also insane gut. Ich finde, die Rise-Ultimate ist halt, dafür musst du halt 300 EQ haben, um die halt perfekt einzusetzen in jeder Situation. Das hat er halt hervorragend gemacht. Gleichzeitig aber auch Faker, der hier und da mal einen Rise-Ultimate-Clown konnte, um halt das Gleiche zu tun. Also auch er ist natürlich mit Rise vertraut. Er weiß, wann die Ultimate einsetzen kann und macht halt auch Gebrauch davon. Ja, haben wir gesehen. Warten noch weiterhin auf die Replays. Aber die müssen erstmal nachgeliefert werden bei so einem geilen Schinken. Das glaube ich. Also jetzt ist wirklich, ich hoffe, ihr habt, ja, da haben wir es. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt das Bier, die Milch kalt stehend. Ach, Mori. So, so, ja? Hast du nicht also versprochen? Du bist schon halt beim Fußball, ne? Ja, hier so ein paar einzelne Fehler, wie gesagt. Auch immer wieder muss ich sagen, G2, die halt sehr aktiv gespielt haben, proaktiv, immer wieder Catches bekommen haben, aber auch Cross-Map-mäßig, immer wieder viel Antworten von SKT. Hier auch einer der wenigen Fehler von Faker in diesem Spiel, wo halt einfach zu weit nach vorne marschiert, von Wanda geflankt wird und zwischen Wanda und Jankos gerät, was da halt eine sehr unangenehme Lage bringt. Der Teleport von Khan, ein bisschen sehr weit weg vom Schlag, der dadurch erst nach dem Teamfighter, nach dem er quasi schon gelaufen ist, dazukommen. Faker flasht hier nochmal, versucht genug Zeit für seinen Dash rauszuholen, aber hier kommt er nicht mehr raus. Auch zwei sehr wichtige Kills und frühe Drakes, die sich dadurch SKT nicht sichern konnte, die bei G2 gelandet sind. Wir sehen hier nochmal den Teamfight mit der Braum Ultimates und der Arrow, der Flash. Hörst auf diese Distanz da geflasht, das hat auch mit Sengu. Aber jetzt ist er das Faker dabei. So, jetzt ist er das Faker dabei, es geht sich die Uhrzeit sofort, geht's rein. Ja, es war absolutes Powerplay von ihm hier, um sein Team erst mal wieder ordentlich ins Spiel zurückzubringen. Zwei Kills, die man bekommt, auch immer wieder halt in diesen kleinen Teamfighter. Mokan hat den einen oder anderen Kill mit abbekommen. Es war halt einfach nur ein wirkliches Spielaufmesser Schneider und da gibt's halt den Nasher, nachdem man in der Mitte Teddy nach seinem fahrlässigen Teleport catchen konnte und aus dem Nasher heraus kann man hier wirklich viel Dynamik entwickeln, kriegt einige Kills. Zwei Inhibitoren. Auch hier sehr gutes Rise Ultimate, um den Anschluss zu finden. Mata direkt nochmal abgeholt, zwei Leute bloß noch da zu verteidigen. Genau, du hast gesagt, zwei Indips, die man bekommen hat. Auch hier, ne? Das war ein... Okay, der Arrow fliegt hier nicht ganz ins Ziel, da hat man halt Jankos nicht dazwischen gesehen. Gleich dieses Zucker Rise Ult. Genau, und Caps überlebt hat so lange Redemption, perfekt getimt, Teleport sofort ausgelöst, so nah dazukommen kann. Caps geht weiter mit da vorne, bringt seine Kombo durch. Now Ultimate wird hier gut platziert. Rise Ultimate gibt Escape für alle, um sich da aus der Zone zurück zu begeben. Außer für Burks, denn der wird von einem Rex Hair Ultimate immer noch gehuntet. Das kann auch das Rise Ultimate nicht ändern. Witzigerweise, wenn da halt so ein Millisekunden anderes Timing gewesen wäre, hätte man wahrscheinlich das Rex Hair Ultimate mit der Rise Ultimate auch dodgen können. Du kannst mit der Rise Ultimate lustigerweise zum Beispiel auch ein Kartus Ultimate dodgen. Wenn halt das perfekt getimt ist, ist aber mehr Glück als Verstand. Und hier war es halt einfach nur dieses... Man muss sich hier mal überlegen, sie hatten ja eigentlich den Baron Backport, aber das Team schaltet natürlich schnell, wo sie Wander sind. Diese Ultimate, die hat ihm die nötige Zeit verkauft. Hätte er die nicht gehabt, dann wäre er abgeholt worden und es hätte nicht gereicht. Und man sieht die Erleichterung wirklich ins Gesicht beschrieben. Ja, das ist jetzt auch. Also Best of Five in so einer Situation, im Halbfinale der MSI, und das geht in die volle Länge, kann ich mir vorstellen, zieht hier komplett an den Nerven. Ja, vollkommen richtig. Tony, haben sie auch nur zwei Leute. Er ist ja gerade um den Lauf, okay, jetzt haben Sie BNT, ich werde mich auf. Ich werde mich auf. Ich werde mich auf, Sie haben vier Frauen mit? Aber ich werde mich auf. Wenn wir dann enden, dann muss ich auf. Ich werde mich auf. Sie sind auf. Wir sind auf. Ich werde mich auf. Sie werden jetzt auf. Ich werde mich mit dir nicht auf. Ich werde mich auf. Ich werde mich auf. Ich werde mich vielleicht hier vor. Ich werde deine Zeit um. Ich werde StoPs auf. Wir sind haltbar von denen. Ja, das ist gut, das ist gut. Ich kann nicht stoppen, ich kann nicht stoppen. Keine Basis, keine Basis. Wir können stoppen, wir können stoppen. Ja, wir enden, wenn? Ja, mehr denken? Ich werde flashen. Ja, wir enden, wir enden, wir enden, wir enden, wir enden. Wir enden, wir enden, wir enden. Wir enden, wir enden, wir enden, wir enden. Hint, hint, hint. Hint, hint, hint. Hint, hint, hint. Hint, hint. Hint. Hint! Woo! Das war doch ganz ruhig, die Situation. Denk bei knapp 35 Minuten waren es genau und... Wow! Was ein Halbfinale! Also das ist einfach nur geil. Und ganz im Ernst, Leute, was sollen wir da große Worte verlieren? Wir freuen uns auf das fünfte, alles entscheidende Spiel. Bis gleich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, nächster Turm. Schön noch mal das Gold mitgenommen für Caps. Das läuft. Pass auf, da war der Böses im Busch. Naja, ahntest du aber. Kleine Tröpfchen, die er da kurz gesehen hat. Ein Vorteil natürlich, wenn sich der Gegner bewegt und du bist eingegraben. Na, Alessandro noch nicht zur Stelle hat, aber Teleport. Man könnte theoretisch versuchen, hier guten Flank zu starten. Ja, da hat der Wave-Clear von Syndra natürlich auch in solchen Situationen super nützlich. Jetzt ist es ziemlich interessant, der Entferne Drake, der ist hier saftig lecker für beide Seiten. Ja. Wie kann man den Team halt besser vorbereiten? Wie kann man selber vorher vielleicht einen Catch bekommen? Genau diese Frage müssen sich jetzt beide Teams stellen und beide haben da auch gutes Potenzial. Chain of Corruption, sei es ein Kataklysmus, auf einer Seite das andere Ultimate, Syndra's da ne Pipe. Oh, das könnte jetzt zur Fight kommen. Also ein bisschen kümmer sein. Stehen da alle gegroupt. Oh, Kämstner, danke. Schöner Zorn. Vicky geht da rein. Wanda ist da. Der Stunt gegen Kahn, aber der kann die Ultimate nochmal durchspringen. Und das ist wichtig, Shaddao damit da gegen Pyke. Pitta, aber Burks kriegt Kahn jetzt. Taunt ist richtig gut. Oh, da kann man sich was ran. Und G2 holt hier den Teamfight. Triple Kill für Caps. Und sie turnen es hier beinahe aced. Lediglich Marta überlebt dieses Massaker. Und jetzt geht's Richtung Baron. Oh, ich glaube für den Baron haben sie keinen DPS. Das ist tatsächlich einer der Nachteile, die du hast. Wenn du einen Mage auf der Botlane hast, hast du wirklich keinen Schaden und den Baron einfach abholen zu können. Aber den Drake, den können sie hier auf jeden Fall mitnehmen, der auch gar nicht so unwichtig ist. Ja, Fight sah anfangs gar nicht so gut aus. Vor allem, weil der Pyke ausgenockt wurde. Aber die Gegner haben sich halt richtig schön in einer Linie aufgestellt. Und die müssen wir gleich drauf achten, wie sich Perks positioniert. Caps wartet hier ein bisschen sehr lange. Ich hätte eigentlich erwartet, dass auf diesen Drei-Mann-Torn Caps noch mit reinflasht und dann auch nochmal W-Ultimate-Plus. Kennen, gewinnt viel Zeit. Oh, 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 Cenkos. Oh, dass die D noch mal abgeben. Oh, Cenkos. Oh, das darf sich zu sicher gefühlt. Und jetzt hätten sie halt Lockheiz 2 zu 3 holen können, ohne dass der Gegner halt überhaupt erst wieder respawn. Das ist halt hier sehr, sehr ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Caps jetzt mit der Kralle über die Wand. Wanda lauert. Er hat gerade nochmal ordentlich Shutdown abgegeben gehabt. Ja, der Hook trifft nochmal gegen Marta, taunt. Aber man kann nicht follow up'n. Was ist das? Oh, diesen Höllendrachen dann, der war sicher. Das war schusselig. Also, vor allem, einer muss halt mal ein bisschen später backporten und helfen. Sie hätten halt alle den auch durchrushen können, das wäre vollkommen fein gewesen. Sie wären halt eigentlich alle Richtung Botzeit orientiert, ne? Aber es ist okay. Sie sind im Gold immer noch gut vorne. Nee, es ist trotzdem nicht okay. Ja, also... Es ist alles immer noch im Limit, aber trotzdem Fehler, der... Oh, Teddy, 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 Teddy. Wenig Leben. Aber Clit ist da und sichert ab. Na, das stimmt. Du hast natürlich recht. Das muss man bedenken. G2 hat keinen AD Carry und deswegen wenig DPS beim Baron. Das könnte nochmal genickbrechend sein. Erstmal abwarten. Dafür haben sie jetzt im Mid-Game halt richtig gute Power Spikes. So, jetzt sehen wir nochmal... Ja. Ja, Janko ist einfach alleine. Teleport kommt auch ein bisschen zu spät. Er muss halt ein bisschen früher in die Stopwatch mit reingehen. Hat dann halt auch nicht geschafft, diesen Drag nochmal zu sichern. Fake, er nimmt den mit. Und damit die 10%, die an SKT gehen. An AP und AD-Werten. Von 80, ich habe ihn. Ne, jetzt muss ich mir auch vorstellen, G2 hat ja quasi auch die Antwort auf die Teleports gefunden, indem sie alle nochmal hinterhergeportet sind. Aber hier liegt halt einfach der Fokus auf, sie sind hinterhergeportet. Schöner Stopwatch-Bug. Ich hasse diesen Bug. Marta, der Stun. Boah, der setzt die Ultimate ein. Fake ist in der Nähe. Jetzt Karn von der Flanke. Aber da nutzt man selber nochmal die Stopwatch, um dagegen zu kommen. Der Stun, Jacoz ist down. Wanda sind mit dem Q. Auch hier der Stun nochmal. Knock-Up. Und mal ging es überlebter, das ist die Frage. Kommt Wanda nochmal rein mit den Babish Caps? Noch nicht dabei, jetzt mit der Ultimate. Aber es reicht nicht zum Aufwahl, wie jetzt aber. Marta ist down. Double Kill für Wanda. Und er carrielt hier immens. Wird aber abgeholt. Und nur noch Caps da. Caps, er nimmt die nochmal mit. Wichtig hier. So ein knapper Teamfight. Immerhin noch drei Leute, die man mitgenommen hat. Wenn das nicht passiert wäre, wäre es vielleicht der Baron. Oder es ist ziemlich sicherer Auswand zu tun gewesen. Sie lassen sich hier gerade nochmal so ein bisschen vorführen. Perfekte Position, die halt hier wirklich Karn hat. Also wenn die Backline reinkommt, man kann von allen Seiten ein bisschen reingehen. Wanda, der misst seinen Hook hier. Dann kommt da der Marsch rum in der Backline. Wanda kann halt auch gar nichts machen. Er guckt halt die ganze Zeit nur zu. Er hat jetzt wieder einen Hook. Drift er zumindest einmal. Schönes Scatter the Week, aber da ist auch nicht viel rauszuholen. Zugeben, der Master hat Perks ja auch sehr früh schon sein Scatter the Week. einmal gegen Brom eingesetzt, ohne den vollen Damage zu entfalten. Auch die Bälle konnte er nicht nutzen, der Backline. Ja und jetzt müssen wir gleich auf die Hitbox vom Protobelt achten. Faker ist gerade hinter Caps. Und wird dann halt einfach nochmal... Ach, das war dann bloß der Klon, ne? Aber trotzdem ist der Klon halt gerade nochmal von der Hitbox, weil der Protobelt getroffen wurde. GG. Ärgerlich ist natürlich auch, dass Wanda seine Olds so früh einsetzen hat müssen. Hätte er ja die da etwas später einsetzen können für den Kill. Und wir haben gesehen, wie low die Jungs von SGT teilweise waren. Dann kann auch so ein Pike einfach komplett durchhüpfen und alle abräumen. Er hat einfach einen Kartus und das Ding ist gegessen. 5000 Gold Vorsprung trotz allem immer noch für G2. Und die haben jetzt ihre drei Item Power Spikes. Ja, wir sehen aber auch dieser Gold Vorteil. Also das garantiert ihr nicht den Sieg im Teamfight. Denn gerade dieser Can-Pick auf Kahn. Also wir haben ja schon mehrfach gesehen, der ist damit einfach sehr, sehr stark. Schöner Sidestep hier. Ja, der Banshee ist ready. Er hat Stunders ready. Die Double-Pen fehlt noch, aber ich denke mal, bei ihm wird da aus dem Buch gleich noch ein Oblivion Orb geformt. Oder er geht halt direkt durch den Void-Safe, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, Wanda sichert hier nochmal Opfer Caps. Ich glaube aber tatsächlich, dass Oblivion Orb hier die bessere Variante wäre. Gerade wenn man so schaut, was die Gegner gekauft haben, sind sehr wenig Magieresistenzen mit dem Spiel. Es gilt jetzt, diese Türme hier zu pushen und weiter zu Snowballen seitens G2, der mit Landturm fällt. Top Landturm hat auch nicht mehr viel Leben. Die Wave ist da. Kahn, die da über die Flanke. Kannst aber noch nicht auf mich hören. Oh, ich standen, roll die bei das draußen. Faker konnte aber nicht bestraft werden, hat sich direkt wieder zurückgesetzt. Aber vielleicht jetzt dafür. Ja, der Jumpback ist egal, man kriegt den Turm. Und Flash sogar von Faker. Das ist alles gut. Das ist alles gut für G2. Da haben wir da ein bisschen lange alleine gelassen. Nächster Drache ist ein Ocean Drake. 20 Sekunden braucht er noch, bis er spawnt. G2 geht erstmal vorher resetten. Das Gold von den Türmen will ja natürlich auch nochmal verschobt werden. Damit aber auch für sie die schlechtere Ausgangsposition, um den Drachen hier contesten zu können. Was glaube ich aber bei den Ocean Drake bei Minute 27, 28 ungefähr nicht wirklich stört, ne? Ja, würde aber wieder bedeuten, wenn er jetzt fällt, dass es wieder einen fünften Elementar Drachen gibt. Also vielleicht lässt man einfach ein bisschen stehen. Ich glaube auch gar nicht, dass sie soweit... Vielleicht für einen Elementar Drachen vielleicht sogar noch besser. Weil ja im Endeffekt das Scaling von G2 jetzt nicht wirklich gut ist. Und sie hoffen auf den Höllen Drachen, meinst du? Nicht nur das. Auch, dass sie da einfach noch die Option haben, ihren Elder Drake potenziell nochmal zu verstärken. Damit der halt unriskanter für sie ist und dann mehr Reward bietet. Ja. Zum Belohn da ist. Oh, Miki. Ist ja alleine. Aftershock ist draußen. Caps aber in einer guten Position. Geht da rein, Cap. Oh, da geht's rein jetzt. Der Stunt sitzt natürlich, aber die Brom Ultimate ebenfalls. Und jetzt mit der Gali Ultimate nochmal hinterher. Die Frage ist, reicht das hier vom Damage? Oh, einer nach dem anderen. Wunder hat schon mal einen Kill raus. Der Hulk ist da. Und jetzt vielleicht den nächsten. Miki ist down-double-Kill hier aber für Wunder. Und da geht's auch noch mal ein Faker von Damage. die Ultimate hier von Varus. Oh, ist das ein knappes Ding jeweils. H-O-T-T-P-I-S hat immer so oft besser Schneider. Er will nochmal Martha nehmen. Okay. Das ist viel zu mutig, Wunder. Warum denn? Warum? Ich weiß nicht, ob er da gedacht hat, dass er vorhin noch Reset bekommen hat auf seine Ultimate oder so. Zumindest hat er Play versucht gerade ganz, ganz stark danach aus. Ja, dadurch gibt der SG-T hier gerade noch mal Raum wieder die Topic. Ja, die kann ich einfach von der Schrein. Das ist jetzt natürlich bitter. Oh, G2, das hat so gut angefangen. Auch die Team-Falls. Sie sehen halt immer erst so so semi-gut aus für G2. Die fallen immer erst zurück. Dann sind sie auf einmal mit dem Team-Fall durch einen guten Aos dann durch eine gute Pike-Ult. Die werden wieder mit drin. Und am Ende verlieren sie trotzdem noch mal ein bisschen. Oder kann... Caps, 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 Caps. Der hat halt wieder ab. Caps nutze ich erst mal ein bisschen zu poken. Er... Naja, vielleicht ist noch nicht ganz da. Aber er kann sich, glaube ich, noch mal stoppen. Glit ist gleich da. Perks auch unterwegs. Die Caps ist drin. Er holt sich selber. Und der nächste, der nächste. Jetzt holt sie euch. One down about a mix. Das ist der Klon von Faker. Kann der Faker noch mal einholen uns die Frage, die Mini-Waves zu stellen. Er schafft da. Und Faker, den holt er sich. Jetzt Kahn noch. Hol dir Kahn. Und der holt sich Kahn. Double Kill. Oh mein Gott, das kann's gewinnt sein. Das war das A. Die Mini-Wave. Oh mein Gott. Holt jetzt das Spiel, Jungs. Holt das Spiel. Das A ist 20 Sekunden noch. Die Uhr tickt. Jetzt heißt es durchpushen. Und das Spiel holt ein Finale. EU gegen NA. Es ist zum Greifen nah. 10 Sekunden ist Klin. Aber da heißt man ist dran. Am nächsten Turm. Schau dir den damage an. Erste nächste Turm down. Das muss sein. Es ist jetzt vorbei. Gleiches Klin. N-A gegen EU im Finale. Jawohl. Jawohl. Die Tusch legt SKT. Wir haben das Finale. Wir haben es. So ein knappes Game. Und so viele knappe Situationen. Aber letztendlich denkt sich dort einmal SKT. Wir haben gestern kein NA Barrel Pro gesehen. Probieren wir es doch heute mal. Im entscheidenden Moment. Im finalen Spiel. Lassen Sie sich hinreißen. Lassen Sie sich verlocken. Und G2 schlägt eiskalt zu. Im wahrsten Sinne des Wortes. Lissandra in der perfekten Position. Steht in vier, fünf Wanderer. Auch die Syndra, die in normalen Staten durchbekommen. Ganz stark hier gespielt. Und damit Europa im Finale der kleinen Worlds, wenn man so möchte. Und wer hätte das gedacht? EU gegen NA im Finale. Korea raus. China raus. Der Weltmeister raus. Der Rekordweltmeister raus. Und G2 gegen Team Liquid. Wahnsinn. Wirklich. So ein krasses Besser5. Beide Partien, beide Seiten hatten die Möglichkeit das Ganze zu gewinnen. Wir haben jetzt gleich nochmal ein Interview mit Caps. Aber holla die Waldfee. Was ein geiles Halbfinale. Denkbar knapp. Und mit aus europäischer Sicht richtigen Sieger. Und ein strahlender Grabs hier. Boah. Also. Der braucht jetzt auch erstmal ein paar Beruhigungsmittel. Oder eine kalte Milch. Und da ist er. Zum Greifen nah. Der MSI Pokal. Ein Spiel gilt es noch zu gewinnen. Und das morgen. Eine Series. Wenn man das lieber gesagt hätte. NA gegen EU im Finale der MSI. Ich hätte ihm einen Vogel gezeigt. Aber wir haben es. Es ist so. NA gegen EU. Team Liquid. Gegen G2 am morgigen Tag. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Zugegeben Team Liquid. Die etwas souveränere Leistung im Finale. Gegen einen vermeintlich stärkeren Gegner. Aber dass das nichts bedeutet. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Gegen G2. Und der Taktik-Fuchs. Der Taktik-T-Rex-Grabs hat hier wieder einen rausgeholt im letzten Spiel. So. Wir warten auf das Interview. Mit Caps. Der ja auch einen Pentagold hat in dieser Serie. Ja, das stimmt wohl. Game Nr. 2 war das, glaube ich. Wo man ihm das Ganze noch überlassen hat. Aber auch hier wieder einfach diese Sneakiness. Dass sie halt mit der Syndra Botlane auch noch durchkommen. Was soll ich sagen? Zum Anfang hat mir die Syndra nicht ganz so gefallen. Aber diese Flächen-Stunts in den Teamfighten waren ultrarelevant. Also diese Utility, die Percy mitgebracht hat, war sauwichtig, dass man diese ganze Team was auch mal zurückholen konnte. Da sehen wir. Nicht den eisernen Thron, aber könnte man sagen, goldener Thron. Den eisigen Thron. Den eisigen Thron. Mir doch egal. Hauptsache, am Ende hat G2 die Hände an diesem Pokal. Geil. Geile Halbfinale. Vor allem auch gestern die Games waren schon so schön. Heute hat es mich auch nochmal richtig gehypt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war zum Anfang so ein bisschen skeptisch. Die MSI hat mich nicht ganz so in den Bann gezogen. So, Fong Wu Buffalo war dann schon ein sehr sehenswertes Spieler. Jetzt hören wir es. Da ist er. Caps. We are now joined by Caps. You can hear the fans here are crazy. Can you say hello and introduce yourself to your audience? I want to thank you guys. You've been cheering so much for us. Even when we were losing, we were 1-2 down in the series. I could come on stage and hear you guys cheer. So, thank you guys. So, I'm not really sure what exactly happened. But I think we just, they had some really good preparation. And I mean, some of it didn't work. But in the end, the game 5, we had a very weird comp, but it ended up working. So, I think that's the creativity. Actually, I'm not really sure what we can do to do with them. Actually, they did a lot of準備. Maybe they did a lot of準備, but they didn't have a lot of use. But you can see, at the end of the game, we got a very weird version. But this weird version is also a very effective version. It may have been able to do it. So, we won. So, we just won. You mentioned about the game 5. The Syndra and the Lysandra Conflation. So, is that because the Perkz in your team, that you can let that out? Yeah. So, I mean, we've been playing a lot of AD carries. But we were going into game 5. And Perkz just said, if I get a mage, then it's 3 win. So, we gave Perkz a mage. And Perkz said, if he can get a mage, then it's going to be able to win the game. So, we can get a mage this match. Okay. So, I want to know. Because you can see, at the end of the game, Perkz, he actually in many many heroes, he used to be very good. Maybe a lot of people said, when Perkz got a mage, like Salas, like Rayz, like Akali, like these heroes, they feel like these heroes are very OP. They feel like these heroes are very OP, or they're too strong. So, I want to know, Perkz's in his mind is that he's more strong. I can see some comments where some, like, analysts are saying that, like, Akali or Rayz or another Syla is too OP or broken. So, what's your opinion on that? Is Cap's OP or the champions are OP? I mean, I think the champions are kind of OP. I mean, that's why we also ban them a lot, right? I think there are a lot of midchamps that are really strong right now. Obviously, I would love to say that I'm just really OP. But then, again, I was playing against Faker, so... I think there are a lot of strong heroes in this series. So, we also have a lot of strong heroes in this series. But maybe I'm also strong, but I can't say that I'm against Faker. Okay, that's the last question. Because tomorrow they're going to be Team Liquid. I want to know how to see how they're going to be against Team Liquid tomorrow in the final. What's your thought on that? Who's better, North America or Europe? So, I think we live in a weird world where we have to take down SKT to face Team Liquid. And we were really excited for the matchup against IG, because they beat us so many times, so we wanted revenge. And we're going to make TL regret beating IG. Actually, I think that this season is a pretty amazing journey, because we defeated SKT and entered the matchup against IG, but we still want to fight against IG. We want to fight against IG, but we want to fight against them in the matchup against Team Liquid in the matchup against Team Liquid. And I hope that they're going to fight against IG, and they're going to fight against IG, and they're going to fight against IG. Okay, congratulations. We'll see you next time. Thank you. Thank you. Ja, da wollte er gerne nochmal zugreifen, aber hier sehen wir nochmal den Damage-Grafen und sehen hier, dass… Vollig war das letzte Stück so… Das letzte Stück wirklich. Ja, wir sehen, dass G2 das Ding hier über weite Strecken mit Vorteil gespielt hat und dann auch noch hat nach Hause bringen können. Ich möchte einfach nur mal zitieren, der hat gesagt, we live in a weird world where we have to take down SKT to face Team Liquid. Ja, es ist halt echt so. Also wirklich großartig. Und hier sehen wir, wie das passieren konnte. Also, man hat gesehen, auch der Sinder-Pick hat sich hier definitiv ausbezahlt, genauso wie der Pike-Pick. Also, das waren wunderschöne Pocket-Ficks hier für G2, die sehr gut funktioniert haben und die man nicht unbedingt so auf dem Schirm hat. Ja, vor allem konnten sie halt nicht nur halt diese Syndra auf der Botlane implementieren, sondern hatten dadurch nochmal die Flexibilität in der Midlane. Das hier hat die Lissandra in die Leblanc reinpicken konnten, um sie zu bestrafen. Und hat in Tiefahrt einfach viel weniger Möglichkeiten für Faker dort freizuräumen. Und auch das hat cool funktioniert. So, Faker muss halt fünfmal überlegen, ob er reingehen kann. Gegen die Lissandra Ultimate, gegen die Lissandra W. Und letzten Endes wird er sogar ein, zwei, drei Male gecatcht. Auch hier, er hat drei Mann Tor und Caps drauf. Bisschen länger, um in den Teamfight reinzukommen. Aber immer so knapp auch. Also diese Teamfights, jedes Mal auf Augenhöhe, knapper, hätte man es im finalen Spiel überhaupt nicht machen können. Jedes Mal so ein, vielleicht zwei Kills Unterschied. Das ist richtig. Vor allem auch hier, da war ein G2-Spiel so weit vorne und dann kriegen sie halt diese Infernal-Drag nicht. Weil sie halt, sie laufen halt nicht straight up zum Infernal-Drag. Das heißt, ich glaube, das war wirklich der Grund, dass man überlegt hat, hey, können wir Nash'n? Und letzten Endes ist man dann so auf die Idee gekommen, hey, wir haben ja eine Mage, hm, wir haben gar keine TPS, wir können nicht Nash'n. Und ist zu spät am Infernal-Drag gewesen. Wunderbarer Flank hier nochmal von Kahn. Eigentlich ein sehr schöner Teamfight von SKT, die sich hier runterspielen. Jack was hier hat rausgecatcht, Wunder könnte in diesem Teamfight halt überhaupt nichts machen. Da dachte man schon so ein bisschen, okay, jetzt wird's eng. Jetzt hat SKT das ganze Spiel in der Hand und sind am Drücker und es war tatsächlich auch so. Es war wirklich sehr, sehr knapp, was man hier jetzt auch nochmal die Kills bekommt. Aber stell' mal vor. Kapps kriegt er immer zwei Leute mit, gerade so. Aber stell' mal vor, Wunder in dem Teamfight ein Kill und die Ridden Resort. Das war der Herrscher. Man kennt's, der gute alte Herrscher. Auch dafür, das geht hier halt ein bisschen Damage. Alles wieder Resport. Die Teleports sind da. Wunder kann gleich noch hinterher poppen. Caps hat seine Ultimate wieder parat. Kommt die vier, fünf Leute rein. Guck dir diesen Stun an von Perkz. Da bleiben alle aufgerein um, Leute. Der war so gut getimt, weil Teddy in dem Moment gerade aus der Stopwatch raus ist. Also, das war echt stark. Und dann, ja, jagt man hier Faker, jagt Kahn und beendet das Spiel. Das ist ein Wunder of Perkz. Wunder of Perkz, ja. Wunder of Pyke. Das ist halt echt ne Maschine. Der junge Herr. Fünf zu eins, da wieder ins Game gestartet. Zweimal mit Perkz. Ähm. Ich will nicht mehr Perkz haben. Mit Pyke. Hoppel gespielt. Zweimal gewonnen. Wahnsinn. Wahnsinn. Ist halt wirklich Wahnsinn, dass G2 hier geboten hat. Einfach nur geil. Ja, ja. Ihr wisst Bescheid. So, ihr müsst nicht mehr lange warten. Morgen Vormittag seht ihr den krönenden Abschluss der MSI mit G2. Ging zum Blick mit dem Finale. Ja. Neun Uhr. Müsste also an einem Sonntag mal ein bisschen früher aufstehen als sonst. Oder durchmachen. Oder durchmachen. Oder Schichtarbeiter stehen halt ein bisschen später auf. Konnte ausschlafen. Ist ja auch egal, ja. Wichtig ist, neun Uhr europäischer Zeit, deutscher Zeit. Und dann dürft ihr diese Jungs nochmal bestaunen gegen Team Liquid. Wer hätte das gedacht? EU gegen NL Finale. Geiler wird's nicht mehr. Und was für geile Bilder das auch sind. Also da ist ja wirklich die Erleichterung. SKT bei weitem kein einfacher Gegner. Überhaupt nicht. Der Rekord-Weltmeister. Und da freuen sie sich. Ja und die freuen sich nicht. Oh, guck mal. Da hast ihr die Enttäuschung direkt ins Gesicht geschrieben. Ja, das ist nicht das, wo SKT hin will. Also in Korea konnten sie gewinnen, aber der Anspruch für ein koreanisches Team ist nicht nationale, sondern internationale Spitze. Und vor allem sie hatten ja auch schon im Worlds, bei den Worlds hatten sie halt schon Probleme halt G2 zu facen. Auch da hat er G2 schon gute Karten. Das ist jetzt so ein bisschen gemein. Ein bisschen schnaufen, ein bisschen schwer durchatmen. Kann man auch verstehen. Vor allem die Frage ist, wer fühlt sich jetzt schlechter? Korea, die gegen Europa verloren haben? Oder China, die gegen A verloren haben? Ja, also ich mein, nächster Weltmeister kommt aus der EU, würde ich mal sagen. Können wir darauf hinarbeiten? Finde ich hergegen? Ne, überhaupt nicht. Finde ich nochmal. Die voicelossist finalen Teamfighter. rule洗te es nicht. Ja, ich werde TV ok. Ja, ich werde TV irgendwie nicht, nur wenn sie nicht gehen. Fass dich klar. Ich glaube, es können das nicht klauten. Ja, wir werden es versuchen. Los geht, Los geht. Ich werde in einen Moment ein Los geht hier. Los geht es los. Ich werde es los geringen. Ich werde es los geht. Oh, Sie sind fast. Hey guys, guys, we can go mid and we can get double in key. Mid bot, mid bot, mid bot. Okay, okay. Can you end it? We can end it with top, 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 top. Go top, go top. Yeah, just focus, focus on Nexus. Actually, actually... No, I mean, it's over. 20 seconds, just go top. Is it over, guys? Yeah, it's over. Actually, from fucking 1-1, I went 1-4. Wait, 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 wait. Focus first, focus first. Okay, just tank, just tank then. Tank, tank, tank. I'm tanking. Okay, okay, guys, I think it's over. I think it's over. Yeah, it is, it is. Okay, guys, it's actually over. Oh my god. We're actually against Team Liquid. We're actually against Team Liquid, by the way. Guys, no way. Guys, no fucking faith. We're against Team Liquid. We're against Team Liquid. We beat them! Boah. That's so good, we can be here. They couldn't believe it. They couldn't believe it. First, they couldn't believe it. First, they couldn't take the team fight. Then, they couldn't ace it and then the realisation. Let's go with it. No, top, top. Can we end it? We can really end it. We can play against Team Liquid. Ich meine, es waren ein paar Sekunden, die da bloß gefehlt haben. Es war wirklich schwer abzuschätzen. Aber hier einfach direkt den Sack zugemacht, über die Toplane beendet. Das war einfach, es ist einfach schön. Es ist fantastisch. So, also jetzt unser EU-Herz, das schlägt natürlich jetzt besonders stolz und ja, morgen hoffentlich genauso. Also 9 Uhr, Wecker stellen, Freunde. Team Liquid gegen G2. Es wird geil. Es wird, es wird einfach nur. Geil, 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 geil. In dem Sinne, Freunde. Hosten wir, soweit ich weiß, jetzt den guten Johnny. Viel Spaß mit dem. Da seht ihr jetzt nicht ganz so geile Plays. Haut mal Grüße raus. Haut mal Grüße raus. Grüße, gute Laune, tragt er ihm rein. Europäische Grüße an den Jona. Wir sehen uns bis morgen 9 Uhr. Haut rein. Macht's gut. Die Böse, gute Laune. Die Böse, gute Laune, tragt ihm rein. Vielen Dank.